Hallo und willkommen zur Cube Escape Collection, die es inzwischen auf Steam gibt. Das ist eine Collection von den Cube Escape Spielen, was kleine Room Escape Point & Click Adventure waren, die ursprünglich Flash Games waren, aber haben wir schon über das Schicksal von Flash geredet? Ich denke, die Antwort ist ja. Und ich dachte mir, wir könnten hier mit Fully, Johnny und Maeve mal spielen. Ne, wohl, Johnny. Flash ist tot. Oh Gott. Wir würden schon eine nette Collection dafür haben. Denn ich habe die Spiele auch damals so ziemlich alle, die es gab, gespielt. Aber das ist halt auch viele, viele Jahre her. Und ich weiß nicht mehr wirklich allzu viel davon. Maeve hat, glaube ich, alle durchgespielt, meinte er in der Collection. Ja, ich glaube, ich habe die Collection mal durchgespielt, wo sie rauskam. Ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Und ich habe alles wieder vergessen. Sein Gedächtnis ist ziemlich lückenhaft. Hallo. Zwei davon mal gespielt. Das sind ziemlich skurrile, merkwürdige Spiele. Das ist nicht immer so logisch. Das stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele es gibt, die ich jemals ohne einen Walkthrough durchgespielt habe. Aber nicht allzu viele. Aber gut. Alle mit Walkthrough durchspielen. Ja. Ich bin übrigens relativ gespannt, wie das laufen wird. Weil so ein Point-and-Click-Adventure, ich allein habe immer das Problem, dass ich bei denen gerne dazu neige, sehr verloren zu sein. Aber wenn wir zu viert sind und gemeinsam uns verschiedene Dinge im Hinterkopf behalten können und sowas. Also, ich bin wirklich gespannt, ob wir gut vorankommen werden damit. Okay, also wenn ich jetzt schon. Wenn ich gut vorankomme, dann ist er enttäuscht von uns. Oder es ist wie Reventure und wir haben dann die unterschiedlichsten Ideen, was wir das nächste Mal auch vergessen. Durch immer, was wir eigentlich gerade vorankommen. Na ja, so lange ist man nicht unterwegs. Jedes Level oder jedes Spiel hat ungefähr vier, fünf Räume. Womit fangen wir eigentlich an? Wird es hier gut funktionieren? Siehst du es nämlich an? Ich schätze mal. Ja, von mir aus. Ja. Ich denke, das ist die richtige Reihenfolge. Ich mag alles, weil es aussieht wie Van Gogh. Cuperscape siehst. Ich glaube, ich drücke mal auf Play. Der Würfel ist ganz nervös. Das sind die richtig nice Tablete. Der Cube, der will ja auch... 1964. Oh, ach ja, die Story. Die werden wir verstehen. Woran kann ich mich erinnern? Seht ihr das? Wirklich vorn der Pfeile durch den Raum. Oh wow, das ist super nostalgisch. Das müsste sogar das erste Cuperscape-Spiel gewesen sein, was ich bei dir gesehen habe. Wie es aussieht, ist es das... Also ich weiß nicht, ich schätze mal schon, dass die jetzt auch chronologisch geworden wurden. Das ist auch das erste. Ja, das sieht sehr primitiv aus dem Vergleich dazu, wie sie später aussahen. So, wir haben einen Löffel, einen Streichhölz. Jetzt haben wir noch eine Spritze irgendwo. Oh, ich finde es hier relativ Cuperscape-artig aus, ehrlich gesagt. Ich habe einen Moment gebraucht, zu verstehen, warum du Spritze meinst. Ah, das kreuscht irgendwie ohnehin dann. Verschlossen. Schauen wir auf die Decke. Denn das ist eine Möglichkeit. Oh, wir können auch oben schauen, eines Fotos. Ja, ich glaube, das wäre nicht eine Sache, die mir für lange Zeit nicht bewusst war, als ich das gespielt habe. Oh, ist das etwa eine Kerze? Oh, hier sagst du, wir sind jetzt schon quasi durch mit dem Spiel. Morgis Natur-Talent. Meint ihr da oben? Der weiß noch, wie das geht. Ich weiß Bescheid. So, was haben wir sonst noch hier? Kreis ist Quadrat. Oder Ei ist Quadrat. Kann ich Harvey's Ei essen? Aber ich glaube, die Sache bei Rusty Lake war, dass es so ein Camp oder sowas ist, für Leute, die mentale Probleme haben oder sowas. War das nicht das Hotel? Da gibt es auch ein Hotel. Das ist die Rusty Lake Hotel, ja. Also, tatsächlich ist Rusty Lake ein See. Ich meine, ja, aber da ist ein Hotel drauf. Ja, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Was glaubst du, wie ist die geistige Gesundheit von diesem See? Mental Health für Kulitzschicht. Can I eat Harvey's Egg? Mentale Gesundheit ist immer so viel. Das ist Harvey, wahrscheinlich der Vogel. Oh, ja. Also müssen wir sein Ei essen. Oh, oh, okay, das kann ich, okay. Ich war kurz verwundet, was da oben für ein Loch da ist, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Mentale Gesundheit. Und Angeln. Aha. Schlechter Empfang. Das ist bestimmt den Regler bewegen. Kannst du noch was finden hier beim Radio? Ich glaube nicht, dass er den Regler bewegen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kann den Empfang nicht so ganz einstellen. Hatten wir noch nur einen anderen. Wahrscheinlich kommt er später. Ich meine, wir haben noch ein Foto-Teil gefunden. Am Anfang geht doch alles super schnell. Denkt man sich, oh ja, ich bekomme das denn. Diesmal wird es besser laufen. Ich weiß Bescheid, aber... Was ist mit dem Ziffernblatt der Uhr? Ich gebe uns drei Minuten, dann hat Maeve den Walkthrough offen. Alles, was du gehörst, veränderst. Wenn du Maeve bist. So. Ist das Ziffernblatt der Uhr vielleicht? Ja. Du weißt, das ist deine Ausmacht. Da steht immer noch irgendwie Moggy oder Maeve. Alter, das ist wie mein Zimmer. Hier sind auch überall Staubflusen. Du bist einfach nur zu machen. Warum fliegen? Auf uns zum Rusty Lake? Ihr werdet nie irgendeinen anderen Ausschnitt meines Zimmers zu sehen bekommen. Sicher? Ich wünsche dann, meiner Webcam wären diese Pfeile, um sich umzuschauen. Man kann die Webcam... Meine konnte man tatsächlich irgendwie... Oh ja, das gibt es. Das hat nicht richtig funktioniert irgendwie. Oh, hier ist noch ein Abschnitt. Das ist ein Eierbecher. Den brauchen wir für HW. Wasser. Verschwinde nicht das Wasser, junger Mann. Oh, Topf. Vogelfutter. Holz. Und Holz. Das kann man später aufschrauben. Warte, das war, glaube ich, mit an den letzten Teilen, die ich gespielt habe. Ich kann mich an einige Dinge noch erinnern. Das ist wirklich mein Zimmer. Ich habe auch so einen Teppich. Geh mal nach unten. Hast du auch einen Ofen in dein Zimmer? Nein, aber eben konnte man den Teppich sehen da unten beim Regal irgendwie. Und die Teppich in dein Zimmer. Da, die Teppich in dein Zimmer. Genau so einen hatte ich, nur noch viel blauer. Das ist aber ein sehr üblicher irgendwie Teppichboden, oder? Ja, klar. Der riecht, wenn man da Wasser drauf ausgibt, riecht es dann so nach Ziege. Okay, wir können Harvey bestimmt das Futter geben. Da hat er wahrscheinlich das Ei für uns. Da können wir das direkt da reinwerfen. Ja, das Ei kochen. Oh, das Ei hart kochen. Oder den Vogel. Ja, und dann haben wir entweder ein Fotostück da drin oder ein Cube. Ich will eher das viereinhalb Minuten Ei. Und nicht hart. Nam, nam, nam. Oh, das ist ein tausendjähriges. Na, sieht nicht so delicious aus. Aber ich will mein tausendjähriges Ei erkaufen. Ich will das auch mal probieren, eigentlich. Gibt es auf Amazon, habe ich gesehen. Oh nein, aber irgendwie traue ich dem nicht, wenn das dann nochmal so verschippt wird. Also, ich meine, es ist bereits tausend Jahre nur rumgelegen. Und danach musst du noch länger auf Klo, als mit denen ich die Klappe schaffst. Hätt euch vor, die wären wirklich tausend Jahre alt. Das wäre irgendwie so cool. Na, ich meine, wer hat das dokumentiert, dass es wirklich so alt ist? Die sind nicht tausend Jahre alt, aber heißen so. Ich finde, das ist falsche Werbung. Das ist Konsumententtäuschung auf jeden Fall. Ja. Ich habe heute den Tweet gesehen. Das passt zu dem tausendjährigen Sprächsthema. Glaub mir. Und das war irgendwie, wenn ihr an einem Zeitpunkt der Geschichte zurückreisen könntet, welche wäre es dann? Und einer hat darauf geantwortet. Das war dann so ein Bild von einem Typen von Pompeji halt. die halt direkt geschockversteilert, 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 wo ich wieder nicht versteilert, sondern was auch immer, statufiziert wurden. Das waren wahrscheinlich schon die Gase, die die getötet hatten, glaube ich. Die wurden geschockhitzt. Und auf jeden Fall, er legte er am Boden und mit seiner Hand am Unterleib. Und er legt so ein bisschen. Die Frage ist, was hat er denn getrieben, als er dann zu einem Stück Geschichte wurde? Aber ja, die Frage hätte ich auch. Die weltberühmte Masturbation. Oh oh. Er war die erste Nummer eins. Ich wusste es. Der Siegel. Wir haben den Cube schon bekommen. Das ist ja der erste Teil, der scheint sehr kurz zu sein. Ich glaube nicht, dass es der Cube ist. Das ist ein schwarzer Würfel. Ja, aber der Cube ist weiß. Ich meine natürlich die Cube, weil ich sage auch die Gamecube also. Also das ist die Cube. Das Cube. Ah ja, stimmt. Ei ist... Ach ja, stimmt. Das hatten wir. Oh, Ei wird zu... Du hast doch ein bisschen Holz. Ja, stimmt. Das haben wir dann schon abgehakt. Oh yeah, Holz. Ja, wir können das im Kamin ablegen und dann... Oh, ein gutes Stück Holz. Ein gutes Stück Holz. So, was machen wir jetzt das jetzt? Mann, das hat zwei Frames. Und jetzt ist es uns wärm. Können wir gleich jetzt was? Können wir eventuell jetzt was am Radio machen? Oh, ich kann hier den Würfel mal reinsetzen. Ja, stimmt. Oder das. Ich kann ihn dann machen. Oh, jetzt war bestimmt was zum Radio empfangen. Ich hab den Würfelplatz. So mach ich das im Urlaub auch immer. Das Bild ist unvollständig. Das ist mir ein Radio, wenn ich glaube, wenn man nichts damit machen könnte. Wenn wir einen Schlüssel haben, können wir den Schrank unternen. Aber oben rechts heißt I care gleich Cube. Das hatten wir ja schon gelöst. Hm. 10 Milligramm pro Säck. Kas-so-prip. Nee. Das sieht... Wir brauchen irgendwo noch ein paar Zahlen. Das klingt nach einem Arzneimittel. Was ist unten mit der Uhr? Kannst du da aufschrauben? Schrauben? Äh, schrauben? Ich schnaub dich gleich. Nein, ich denke, die Uhr geht auf, wenn wir da... Das ist übrigens absolut unhilfreich, dass wir deine Maus nicht sehen können. Okay, denn nicht? Man sieht aber, wo du halt hinklickst. Naja, das passt schon. Hä, da war sie gerade. Da, siehst du das? Ah, ja, okay. Ja, ganz... Die ist super klein auch. Nein, das ist auch einfach mega seltsam gemacht. Ich bin ausprobiert, aber manchmal nicht. Auf 80k, ne? Was ist, wenn du die Gardine zumachst und das Licht anmachst? Oh. Oh. Das ist eine gute Idee mit dem Licht... Gardine zu und Licht an. Immer weg mit dem Sonnenlicht. Oder Licht aus. Oh, das macht nicht viel Unterschied. Guck mal Licht aus und guck mal irgendwie durch um. Wegen dem Kamin vielleicht. Ich glaube, wir hatten die ganze Zeit über vorhin das Licht aus. Ich glaube, wir hatten das Licht gerade aus. Oh, ja, dann guck mal an. Dann mach mal an das Licht, wenn es aussieht. Guck mal nach oben. Die Sache ist, wenn das Licht an ist, konnte man da dann das Fotostück sehen. Achso, ja. Das haben wir dann schon. Aber man müsste kennen, dass das Licht für nicht viel mehr gut ist. Aber der Kamin muss doch was bringen. Die wird noch einiges was bringen. Ich kann den Topf noch mitnehmen. Können wir den... Oh, ich kann das Feuer löschen mit dem Topf mit Wasser. Und wieder mitten in den Strom. Okay. Wahrscheinlich ist das eine unnötige Spielerei. Was? Woher bist du heute? Das wäre mir ein bisschen voreilig. Löffel. In diesen Spielen würde ich nicht so schnell sagen, irgendwas ist eine unnötige Spielerei. Was uns in erster Linie fehlt, sind Zahlen. Ja, eine Uhrzeit. Es gibt nämlich sowohl... Wir haben nämlich sowohl die Uhr als auch das Radio, wo wir nichts mitmachen können. Was ist mit dem Rezept an der Pinnwand? Sind da irgendwelche Zahlen, die man vielleicht zu einer Uhrzeit umwandeln kann? 10 Milligramm. Ich meine, 10 Milligramm, Prozac, vielleicht ist das so. Man kann wenigstens 10 Uhr stellen und gucken, ob was passiert. Oh, man kann das umordnen. Kann ich HWs Ei essen? Tablette. Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, meinst du, wir sollten mal vielleicht das Ziffernblatt auf 10 Uhr stellen? Das ist ja die einzige Zeit, die wir haben. Sind das jetzt so ungefähr drei Minuten gewesen eigentlich? Ich würde übrigens fast sagen, dass uns wahrscheinlich irgendwo das letzte Stück noch fehlt, damit wir weiterkommen. Mhm. Also, guck mal, unter allen Möbelstücken. Warte mal, wir können Wasser holen für die Pflanze. Ja, können wir die Pflanze gießen? Oh, Moment. Oh, das ist ein super Idee. Du hast Wasser dabei, sogar. Solche Schubladen habe ich auch. Ja, da ist noch was drin. Okay, noch was. Lecker Eierwasser. Nein, die Pflanze will kein Eierwasser. Was ich verstehen kann, muss ich fairerweise sagen. Haben wir Wasser in dem Topf? Ja. Oh, hallo! Ach so. Oh. Haben wir dich übersehen? Hey, das ist jetzt zu schwer zum Heben. Na, haben wir das letzte Foto? Ach so. Einfach mal aufs Fenster gucken, das hilft uns allen. Sollte man immer mal machen, wenn man gerade brainstormt oder irgendwie die Muse einküssen soll. Wie? Wow. Wir sind bei Napsterflug zu Hause. Jetzt können wir da rein. Oh, jetzt reisen wir durch die Zeit. Ach ja, das war das mit den Zeitreisen. Der Eidetai, es gibt mehrere. Sommer 1971, sieben Jahre später. Oh, die Tapete. Was ist denn alles passiert? Rotlicht? Oh nein. Oh. Oh. Steck in einfach rein. Du kannst die Steckdose für uns fixen. Oder das Kabel. Auch diesen Song. Das Radio ist moderner geworden. Mein favorite Song. Oh, Song, da steht Son. Das ist für meinen Lieblingssohn. Remember that song? Ich erinnere mich an dieses Lied tatsächlich. Das ist das Rezept, der immer noch dran ist. Der hat sieben Jahre das gleiche Medikament. Bist du am gewinnen, Sohn? Ja. Na doch. Weitermachen. Ui, yes. Wir haben es. Ich habe es gefunden. Ja, man kennt es. Eine Hand, die aus dem Topf wächst. Man kennt es. Und damit herzlich willkommen zu Cube Escape. Wenn mir diese Hand begegnen würde, ich würde das Fernrohr nehmen. Und ich würde so fest, ich kann auf diese Hand einschlagen. Ach so, ich dachte, es ist was anderes. Okay, pass auf. Und nicht vor den Kindern. Na los, gib ihr dann Fernrohr. Und da ist sie wieder weg. Stück eines roten Streichhölzer. Oh, ein Stück. Das ist doch genau, was wir brauchen. Glaubst du, in der Lamp ist wieder was drin? Oh, wir können jetzt... Was können wir nochmal aufschrauben? Die Stöckte in dem was am Ofen. Einfach mit den Dingen in die Steckdose rein. Soll schon passieren. Ja, ja, doch. Das sehe ich. Kann man versuchen. Würde ich mal das Licht... Oh, das ist so hell. Das Schlüssel schon wieder. Aber du kannst bestimmt mit dem Fernrohr auf den Mond schauen. Man sollte den Einwohnern sagen, dass es nicht gut ist, was da oben zu verstecken. Aber Fully, dafür braucht man auch kein Fernrohr, sondern ein Teleskop. Nein. Das ist ein Spiel. So funktioniert Astronomie doch gar nicht. Du meinst Astronomie. Ach Gott, welches war... Es gibt doch ein Spiel, ich glaube, das war Trail of the Kangaroo. Wo man auch... Das, worüber man dann erzoomt, er hält einfach seine Hände vor sich und macht damit quasi ein Fernglas. Das funktioniert dann. Ich brauche Augengläser. Oh, da ist das Bild wieder. Hallo. Ja. So. Warte, was wollen wir aufschrauben? Also wir könnten mit dem Schlüssel den Schrank ja bestimmt öffnen. Wir haben die Kassette für das Radio. Wir können wahrscheinlich den Ofen oder so aufschrauben und wir können das Teleskop oder das Fernrohr auf dem Mond benutzen. Also die Kassette muss ich schon mal eine gute Idee. Ich pack mal die Bilder hier rein. Und dann die Kassette. Oh, da ist der Stecker. Also Schneckkörse. Hey, da ist ja der Stecker. Mein Lieblingslied. Und außerdem der Stecker. Oh nein! Das entheddert sich ja komplett. Oh nein. Wir brauchen... Wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Wir brauchen jetzt einen Bleistift. Mh, Magnetband-Salat. Das brauche ich aber tatsächlich. Das ist tatsächlich nur von Videokassetten, dass das passiert. Ich kenne das auch von Röschspielkassetten. Nee, ich kenne das auch von Röschspielkassetten. Ganz normalen... Ich kenne das sogar mehr von Röschspielkassetten. Stimmt, dass das passiert, aber ich erinnere mich nicht mehr so sehr daran, weil... Oh, du kannst bestimmt das Band dafür benutzen. Nein, das war der Schraubenzieher aus irgendwelchen Gründen. Okay. Huch. Blaulicht. Scheiße, die Bullen. Wahrscheinlich musst du das nicht ausmachen, ne? Schnell die Toilette runterspülen, Jungs. Oh, 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 nein. Da war wohl doch jemand an der Hand interessiert. Oh, nein. Oh, guck mal, das sind zwei Augen. Siehst du das? So sehe ich nur richtig. Oh, nein. Oh, nein. Sehr besorgen. Ist da ein Pfeil, der auf dieses Gekritze da zeigt. Er hat echt Angst vor dem Kamin. Aber ernsthaft, glaubt ihr, es ist... Ich glaube, es ist es. Also die Hand. Jemand hat, ähm... Yeah. Ist okay. Scheiß nicht. Was soll das sonst für Flecken sein? Naja, aber die Hand. Ja, okay, das vielleicht nicht unbedingt, aber... Es war eine Hand im Spiel. Und die hatte einen Job. Kannst du vielleicht... Kannst du was aufschließen? Ja. Ja, wahrscheinlich, das Ding. Aber passt auf. Nein! Vielleicht sind die Zahlen auf dem Mond zu sehen. Aber was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr in den Laden geht? Der ist ein bisschen shelly. Ihr kauft da so einen Topf, so eine Topfpflanze. Und nachts kommt plötzlich eine Hand aus dieser Topfpflanze. Und ich hab's ihm gesagt, ich würde meinen Fernraum nehmen. Pass auf, ihr nehmt das Fernglas. Jaja, pass auf. Nimmst das Fernglas, verprügelt diese Hand. Vielleicht, vielleicht hackst du sie sogar mit irgendwas ab. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder ins Geschäft. Und der Verkäufer hat eine verbundene Hand. Oh. Hast du mir gerade eine Creepypasta jetzt? Aber... Ja. Das hab ich früher immer in der Schule... Aber warum sollte man nochmal in den Laden gehen nach so einem Erlebnis? Das ist ja gute Frage. Nein, ihr geht dahin, um das zurückzubringen. Das hab ich vergessen zu sagen. Also, ich zoome auf den Mond. Oh, ja, genau, genau. Stimmt, stimmt. Sion. Es ist also doch wieder so. Es geht nicht. Ich vergesse es schon wieder. Ja, nein, es geht. Yeah. Oh, ich erinnere mich hier dran. Das hab wirklich mit deiner letzten Teile, die ich gespielt hab. Aha. 1, 4, 8, 7. Was, wenn ihr da plötzlich... Was, wenn ihr plötzlich euren Lehrer auf diesem Mond sehen würdet? Ich seh ihn gerade. Der neu in der Schule ist. Ich weiß es nicht. Was sind das für Szenarien hier gerade? War das eine Assassination Classroom-Anspielung? Nein, nein, tatsächlich war... Was? Das kann sein. Es war eine Rick and Morty-Anspielung. Vielleicht haben die eine Assassination Classroom-Anspielung gemacht. Ja. Ja, also 1, 4, 8, 7. Ja. Acht? Meine Aufgabe ist in diesen Videos wie immer den Fortschritt zu sabotieren. Oh, süß. Oh, Jummer. Ein Schrimp. Vöglein, willst du einen neuen Freund haben? Ein Schrimp. Nein, ich weiß, wer sich über den Schrimp freuen wird. Also der Vogel ist schon mal nicht... Hey, wo ist die Hand? Die Hand ist weg. Die hat uns den Schnipsel gegeben und ist abgehauen. Die Hand war unserer Hand die ganze Zeit. Der Schicksal lag in unserer Hand, verstehst du? Die hat das genau gehört, dass wir die verprügeln wollen. Kann man vielleicht mit dem Schraubenzieher den Schraubenzwinden? Oh mein Gott, das ist so ein Schreckiges. Den Vogel habe ich mich auch oft gefühlt, wenn man der Cola zu sich nimmt und einen kräftigen Schluck nimmt. So schaumig. Das geht nicht so richtig durch. Kannst du den, den kannst du gerade wieder im Ofen packen vielleicht oder so? Uh. Ja, vielleicht. Kennt ihr das, wenn ihr aufstößt? Nee, schlägt irgendwie. Oh, der Schraubenzwinder? Yes. Oh, nice. Ah, der wird gebacken. Rein mit den Lümmeln. Habt ihr wenig Soßartar, Jungs? Wir könnten das von der Wand nehmen. Soßartar. Was ist der Vorschlag eigentlich? Irgendwas hat noch was mit dem Schraubgericht aus. Das Geräusch. Green fresh. Oh. Hallo. Wir haben ein paralleles Universum als Gemälde in dem Ofen durch den Schraub bekommen. Das ist creepy. Ich hab Angst. Jonathan, das schaffen wir schon. War das ein Van Gogh-Gemälde? Also wenn man so was wirklich alleine nachts spielt, dann ist es schon mal schon ein bisschen creepy. Das muss ich sowas zugeben. Absolut. Ja, es ist generell. Das ist halt in dem Teil noch nicht. Beziehungsweise wir sind auch noch am Anfang. Es wird als, je weiter man kommt, wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Ich sehe, dass ihr es creepy findet. Ich bin halt nicht leicht spooked. Aber ich mag halt dieses Absurde. Also es ist halt alles so seltsam. Es spielt einfach so absurd und seltsam. Also mit euch dreien fühle ich mich natürlich nicht. Kannst du vielleicht die Kassetten abfackeln? Es ist halt noch sehr erwartbar, dass da Sachen creepy sind und so. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen und das ist mit euch dreien jetzt nicht gerade einfach. Ich bin einfach zu gut aufgelegt, wenn ihr da seid, Boys. Das kenne ich. Ich lege auch manchmal Platten auf. Heiß. Genau das. Das hat mich das letzte Mal gebracht, dass wir den Kamin angezündet haben. Das kam ja nichts, oder? Nice. Außer das hat irgendwas mit dem Bild gemacht, was wir nicht bemerkt haben. Ich glaube, in dem Teil können wir am Ende auch so ein bisschen Zeitreisen. Alter, so wie Töv Töv. Und meine Hausaufgaben. Mein Lieblingszeitreisender. Was sind eure Lieblingszeitreisenden? Animal Crossing. Oh, shit. Oh, wow. Glaub ich das nicht. Meine Lieblingszeitreisenden, äh, die Extreme Dinosaurs. Bei dir hätte ich auf das HeadKid getippt. HeadKid reißt aber nicht wirklich durch die Zeit. HeadKid versichst du die Teile einsammeln, damit es nicht passiert. Das ist ein Scrap-Concent. Meine wahre Antwort ist natürlich Doc Brown und Marty McFly. Ja. Da bin ich bei dir. Du bist ja auch alt. Ey, wenn man so das Teiltreis ist, ist man auch mal jung. Das ist einer der besten, also wirklich... Vielleicht noch mal was auf dem Mond oder so? Einer der besten Filme aus dieser Zeit, den man immer noch genauso enjoyen kann, finde ich. Das ist voll cool. Die meisten sind sehr outdated. Die meisten sind cool. Ne, es ist noch mal das Gleiche, ne? Vielleicht noch mal Licht an und aus und Vorhang zu und auf, dass wieder einer draußen steht oder so? Oh. Oh, das war ein Mord. Das ist so hell. Das ist so hell, ja. Ja, warum haben wir die ganze Zeit eigentlich das Licht ausgehabt? Für die Atmosphäre. Viel besser. Noch mal an und da wieder auf? Ne. Na, da ist nichts. Johnny Putz hat sich gestorben. Wir haben auch noch nicht, uns fehlt auch noch das... Es sieht hier wirklich so aus. Was ist mit dem Bild? Damit haben wir auch noch nicht was hinbekommen. Kannst du das anzünden? Nein. Feuer ist nicht immer die Lösung. Das ist ein... Aber oft. Das weißt du erst, wenn du es probiert hast. Warte, was ist mit dem Schrimp passiert? Äh, der wurde zu nem Bild und dann... Gemüldem. Ah. Ja, er wurde zum Polaroid, aus irgendwelchen Gründen. Okay. Hm. Kann man vielleicht denn mit dem Teleskop in das eine Bild reinschauen, wo die Frau ist? Der Teleskop-Fernrohr. Oh. Das gefällt mir. Ne, ne. In das andere Bild. Ne, ich wusste schon, ich... Achso, okay. Wollte das nur noch gerade versucht. Ich kann man... Irgendwas mit dem Band da unten machen, das wir verbrannt haben. Das hat bisher nämlich noch nichts gebracht. Stimmt. Kann man mit dem Schraubenzieher... Das Radio... Ne. Haben wir was an der Decke, wenn dir das Licht scheint? Ja, da hatten wir einen Schlüssel. Da war ein Schlüssel drin. Ja, stimmt. Da war ein Schlüssel drin. Sonst ist die Decke nicht wirklich für irgendwas gut. Ja, was ist mit dem Band? Was hat das mit dem Strich da auf sich? Also, ich mein, neben der Lampe, da war... Selbst... Oh, da war das Bild, äh, bei dem Strich. Das, äh, das haben... Also, ein Stück von dem Bild. Ah, okay, okay. Und jetzt haben wir auch kein Hinweis auf eine Uhrzeit. Sieht aus wie ein Imbus. Oder was war nochmal der Code? 1, 4? 1, 4, 8, 7? 1, 4, 8, 7, ja. Das ist eine schlechte Uhrzeit. Ja, daran habe ich auch gedacht, aber... Willst du nicht noch irgendwas machen? Verschlossen. Er sieht so aus, als ob wir gerne ein Fernrohr hätten. Trauriger ist, der Vogel wird sehr wahrscheinlich... Nicht sterben, es ist Cube Escape. Es wird Blut fließen. Es werden alle sterben. Ja, es ist Cube Escape. Aber wir haben gar keinen Topf diesmal, ne? Wir können gar kein Wasser oder so mitschleppen. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Wir können das nicht mehr löschen. Hey, da ist ein Pfeil auch drauf gewesen. Jetzt verstehe ich das jetzt. Ja, ja. Hm. 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 Ich weiß vielleicht doch am Radio, was wir tun können. Ich kann es jetzt nochmal aufschrauben, oder so, das Radio. Ja. Das fehlt noch ein Teil. Ja, das war ich nochmal versuchen. Nein, nein, nein. Ich fürchte, da ist nicht mehr viel machbar. Was ist mit den anderen Knöpfen? Was ist mit den Knöpfen anzünden? Ah, es passiert halt nichts. Ja. Ja, ich meine, wir waren ja auch schon fertig. Wir haben halt das Band bekommen. Wenn wir das Band bekommen, wir haben es angezündet, dann muss doch jetzt das nächste... Oh! Ich habe es gefunden. Das war letztes Mal auch schon an der Uhr, ne? Müssen wir dran denken. Ja, nice. Okay, los geht's! Oh, Herbst 1971. Oh, da ist Blut auf der 70er-Tapete. Dies verspringen wir aber gar nicht mal so weit. Nur eine Jahreszeit weiter. Theoretisch kann das auch nur ein Tag sein. Nein, das glaube ich nicht. Oh, nein. Aber hat gerecht, um den Kamrat zu auch den Fernseher abzubreden? Theoretisch können es auch nur zwei Minuten sein. I'm afraid I will do something horrible. Okay, ich glaube, ich werde etwas Schreckliches tun. Oh, ein Foto. Ich befürchte es jetzt schon. Hat das supererweise mit deiner Hand zu tun? Wo ist die Hand? Das ist eigentlich ein Fernseher und eine Mikrowelle. Mit Flecken. Das weiß hier oben nichts. Aber ich mag das Ziel dieser Spiele, dass die Sachen immer andere Farben bekommen, hin und wieder. Also plötzlich ist hier eine andere Tapete. Oder die Gardinen sind jetzt anders. 6, 6, 6, 6. 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Das wird unangenehm. Ich hab schon schlimmere Bedingungen ignoriert. Ich auch. Wie gesagt. Also, warum wir denn das Foto? Wir gehen einfach wieder, okay? Vergess nicht, die Uhr zu checken. Oh, ein schönes Füß. Es sind beide Bilder da. Wundervoll. Meint ihr, das ist noch warm? Im Nacken. Oh, der Wetterbricht hat gar nicht gesagt, dass heute regnen soll. Und auch noch ein angenehmer Sommerregen. Nooo. Ich mag nicht, wenn das passiert. Das finde ich lange nicht so schlimm als, keine Ahnung, so ein Auge ist eher noch harmlos. Ich finde es interessant, dass sie so ein Auge mit der Deckenlampe associieren. Ja. Super. Ich kenne solche Deckenlampen, die aussehen wie Augen. Da ist eine zum Beispiel. Es war alles nur eine Illusion. Hallo. Er nimmt das doch. Hallo. Ich versuch's. Und genau deswegen hasse ich Staub. Oh nein, ist bestimmt draußen. Also können wir uns erst mal um das Mess... Oh, da ist es. Oh, da liegt's. Nein. Es ist bestimmt draußen. Einkaufen gegangen. Jetzt, wo das Auge nicht mehr guckt, nimmt das und das dann mit. Na, das ist ja klar wieder. Oh nein. Jetzt gibt's ja keine Zeugen. Oh, komm. Oh no. Das war so klar, das ist passiert. Einfach nur... Eine klaffende Wunde. Oh. Oh. Du Schlinger ist wieder mein Foto gefressen. Harvey. Ich hab gesagt, wenn du das nochmal machst, wird das Folgen haben. Folgen haben. Oh. Ich mochte Harvey. Deswegen hatte der seine Bauchschmerzen. Oh nein. Oh. Bin ich zufrieden damit. Harvey braucht neue Augen. Ja, das muss ich noch spielen. So. Wir brauchen auch... Oh. 12.10.71. Das ist also das aktuelle Datum. Könnte zumindest sein. Es ist Herbst. Ja, das ist ein gutes Datum. Meinst du, man kann mit dem Messer in den Blumentopf reinstechen? Da ist so ein kleiner Spalt. Hm, nein, schade. Diese Musik erinnert mich von an Isaac. Weil es Flash nicht ist. Ja, also Isaac Räume sind auch so aufgebaut. Oh Gott, der ist so. Ich meine, es gibt dem Original Isaac irgendwie. Vielleicht ist es sogar das. Oh nein, er zuckt noch. Er hat Schmerzen. Er zuckt nicht. Der ist schon ganz tot. So, uns fehlt auf jeden Fall irgendwo noch. Diesmal machen wir nicht den Fehler von vorhin. Haben wir beide Uhr nachgeschaut? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, diesmal werde ich überall schauen, ob ich vielleicht irgendwo so einen Zettel übersehen habe. Und was ist eigentlich mit dem Würfel? Ah ja, diesmal nicht. Oh ja, ich kann den Würfel einsetzen. Das ist ein guter Punkt. Es lohnt sich doch, dass wir nicht alleine sind hier. Ich wollte sagen, das Bild hast du doch vorhin runtergeschoben. Ich hab den Würfel platziert. Naja gut, das war... Ich hab das Gehirn in den Roboter gepflanzt. Er hat ihn gesagt. Gern hat es sich tot, sie ist nicht einmal vergangen. Verschlossen. Oh, SpongeBob, oder sollte ich nicht versagen? SpongeKochTronBob? Ich hab das Gehirn in den Roboter gepflanzt. Auf unserer Links, an der Wand. Das sieht so komisch aus. Das ist so seltsam, dass du das nochmal extra sagst. Tu mal nach. Ja, das sieht aus wie... Das sieht aus wie ein Frosch. Oh ja. Ich hab bei mir eine 5 und eine 7 darin gesehen, aber ja, ich sehe, was du weinst. Globox aus Rayman Legends, was ist mit dir passiert? Können wir Wasser laufen lassen? Und Licht ausmachen und rausgucken und so? Oh, wir haben ihn gefunden! Der Fully! Der Fully da mit dem Walkthrough offen! Yeah. Maeve klang gerade richtig sehnsüchtig. Und das Licht ausmachen und rausgucken? Ja. Wir schauen nach draußen, Maeve. Na, Männer, ein bisschen rumhängen. Aber beschwer dich nicht, wenn dir das, was wir sehen, nicht gefallen wird. Das sind die wilden 80er. Zehn Jahre später. Gib dir nicht mehr die Schuld. Der Mord ist zehn Jahre her. Oh, was? Oh, bei mir in der Gegend war ein Haus, bei dem waren die Kabel außen ein paar so verlegt. Die hingen einfach aus dem Fenster raus und waren dann so an die Wand drangemacht. Und ich dachte mir, ja, dieses Haus, da war noch irgendeine Firma drin oder so, inzwischen muss es abgerissen. Und ich dachte mir, als abgerissen wurde, dachte ich mir, ja, ich bin nicht überrascht. Ja, das hat immer was Seltsames so. Oh, was ist denn hier passiert? Das sah so aus. Ich mag, wie was am Telefon dran gebunden ist. Kabel, die auf die Weise verlegt sind, die haben schon irgendwas. Das war Internet aus den 80er. Da muss jemand noch ein bisschen Technik für heranschaffen. Das ist doch ein XLR, das erkenne ich doch. Hallo, ist das das sogenannte Hochspannungs-Internet? Oh, ich glaube, ich erinnere mich daran. Ist das nicht auch der Moment, wo wir in die Uhr reingehen und sowas? Ich weiß es nicht, aber ich werde erst mal die Fenster freimachen. Ach, danke. Ich wollte ja rausgucken, ne? Wir werden rausgehen. Du musst es ja wissen, Maeve. Meine Fress, Muggie, wer soll das denn jetzt bezahlen? Da ist jemand. Oh, hallo. Ist das der Hase? Ich erinnere mich immer an den Hasen in diesen Spielen. Und Mr. Crow. Das Spiel wird aber sehr beruhigt, wenn er verschwindet. Wir haben die ganze Pinnwand, die ja auch neu ist. Alter, der Digitaluhr. 13.10 Uhr. Yo. Meint ihr, die Buchstaben sind immer noch mit radioaktivem Material gezeichnet? Ja. Damit die nachts leuchten. Es ist 5 vor 12. Ach, das ist ja praktisch. Dieses Zeug leuchtet ja nachts. Lass das mal auf Uhren machen. Ohohohoho. Nein! Was? Ich hab was gehört, dann dachte ich mir, ich kann... Da unten den Kasten wahrscheinlich, ja. Oh ja. Oh, hi. Hallo. Das bin ich. Funi weiß immer, was zu tun ist. Guck dich an. Kann ich das wieder schließen? Oh, okay. Das sind blaue Würfel. Ach, das sind wir. Das sind Spiegel. Wie Würfel packen wir wahrscheinlich in die verdienen Kanister rein? Ja. Ja, das ist mir schon ziemlich... Also, ich hab die ganze Zeit über gedacht, dass wir der Mörder sind, ehrlich gesagt. Oh, da steht was. 9 Uhr 5. Oh, da ist ein Zettel. Haben wir uns vielleicht selber eingesperrt? Vielleicht. Kann das auch sein? Warte, die 9 ist da. Das hat nichts geändert. Kannst du... Kannst du den Würfel in eins dieser Behälter reintun? Oh, das ist die Uhrzeit, die wir bei jeweils den anderen Zeiten... Okay, will jemand notieren? Oh. Oh ja. Fully notieren. Ja, warte. Ich mach. Ich hab hier grad einen Zettel. Okay. Okay, ich vermute, die Frau ist... Nein. Ist die 71 gestorben, weil da ist das Kreuz und sowas. Ja. Ich hab die Uhrzeiten. Also, Herr... Ich nehme mal, das ist... Herbstes 11.25 Uhr. Ja, du kannst doch einfach in der richtigen Reihenfolge machen. Das ist von links nach rechts. Ich hab die hier. Ich hab's abgezeichnet einfach. Okay. Ich hab's abgebraucht. Also, ich hab tatsächlich auch die Frau und alles schon... Nein, hab ich nicht. Das ist gleich im Nix, wenn du noch mal so frech bist. Oh, der Frosch. Ein Glas. Ein Glas. Dann gönne ich mir doch mal ein Schlückchen. Dann kommt das alles in den Mixer. Ich hab mal gegoogelt, was aus der wurde, aus dem Mädchen aus der Werbung. Aber ich war nicht wirklich was bekannt. Ich dachte mir, ich sollte nicht weiterforschen. Sie ist nicht mehr ganz im Schauspielertum tätig. Und ich denke, das lag bestimmt nicht an dem großen Hass, den sie geerntet hat. Ja, es war halt genau so eine Geschichte, wo man gesagt hat, oh, die wird darunter leiden, dass hier das als Kind zugestoßen ist. Und dann will man nicht der sein, der dann recherchiert. Verändere die Vergerteheit. Blue Cube plus Fire, Escape Memory. Also wir müssen... Found plus Fuel, Change Pass. Ja, den Fuel suchen wir ja. Ah ja. Und den normalen Würfelsfeuer werfen, Escape Memory. Das heißt, wir wollen jetzt in die anderen Seite. Ja genau, wir wollen jetzt in die anderen Seite. Und wir auf den blauen Cube mal rein. Rein mit dem Würfel. Heiß. Ich kann nicht anwerfen. Schleich muss wir das jetzt vollständig haben. Kerze. Kerze. Oder so. Die Kerze anzündet bisher noch nie was. Ja, aber vielleicht den Würfel daran halten oder so. Ja, keine Ahnung. Warte mal, ist im Glas jetzt was drin oder sieht das so aus? Ja, da ist Wasser drin. Oh, hallo. Oh, hi. Hallo, May. Warte, was haben wir mit dem Telefon? Klick am besten jeden Behälter mal an. Oben bei dem Gerät vielleicht? Oben bei dem Behälter? Ne. Wir haben noch ein Fenster. Found plus Fuel, aber ich weiß nicht, was der Treibstoff nimmt. Wo kannst du das Wasser da rein? Gehst du in den Topf? Oh, nein. Oh. Wir haben... Ja. Ich mag das Geräusch. Ja. Hmm. Ich würde gerne noch was mit der Axt kaputt machen. Nicht, dass es uns weiterbringt, aber aus Prinzip. Den Ofen kannst du damit bestimmt öffnen. Ich glaube, wir waren unten am Ofen noch. Da waren wir. Schade. Der letzte Zettel. Wo versteckt er sich? Was ist das mit dem Mixer auf sich? Ich habe es gefunden. Da ist er. Ich wusste es, wir müssen die Behälter abchecken. Das ist mir zu kompliziert. Das ist eigentlich ganz einfach. Du klickst in der Mitte und dann öffnen sich die Sterne. Okay. Auf für die 60er. Was wurde damit gebaut mit dieser Blueprint? Ich dämme diese ganze Konstellation, die wir da haben mit dem Fuel und so. Ah. Idyllisch hier. Was hast du gesagt, Mogi? Der Würfel. Kompliziert. 11 Uhr 5 und 2. Nee, der ist 9 Uhr 5. Oh. Nee, ich weiß Bescheid. Oh ja. Clever. Oh, das ist leider Bügel. Das ist so cool, das ist so satisfying alles. Jetzt wird geschaufelt. Jetzt geht's los. Ich weiß, was ich schaufeln werde. Ich kann bestimmt die Blume raus. Ich habe die nicht mit einem Teil, die Blume ist jetzt einfach weg. Echt jetzt? Könnte ich da mal ein Löffel einflitzen. Ach, ja, ich würde sagen, tschau. Aber vielleicht. Oh, können wir vielleicht. Es gab eine zweite Reihe. Nö. Es gab eine zweite. Die habe ich vorhin schon mal gesehen. Ja. Gibt es die Mutter? Die mal ins Inventar. Da war eine Mutter, kannst du die fangen? Nein, da erscheint dann unten so ein Pfeil, wenn es die zweite Reihe gibt. Okay. Die habe ich vorhin so oft gemacht. Ja, gut, man hat die Blume einfach nicht. Oh, das. Oh Gott, wir haben den Code nicht mehr, oder doch? 1, 4, 8, 7? War das nicht? Oh ja. 4, 8, 7. Aber manchmal in der Animation, manchmal in der Gefahr. Oh, den können wir einpflanzen. Sie seht ihr? Das wäre, wir waren nicht so, wären von der Wahrheit ab mit der Hand. Ich finde, das ist eine Amöbe und kein Samen. Und das Wasser rüberkippen noch? Jetzt können wir das gießen, ja. Und auch nicht? Nee. Schade. Hm. Vielleicht reicht es schon. Naja, jetzt müsste sie ja in der nächsten Zeit, Alter, eine Blume wachsen, sozusagen. Wenn es hier drin nochmal zufällig regnet, dann schon, ja. Kleider. Aber es regnet ja an. Was könnte wir mit dem Leben machen? Ja, herbst hier drin. Da hast du wohl einen Punkt weg. Stimmt. Fangen die Motten. Die regen mich schon die ganze Zeit auf. Mit dem Bügel. Wegen dem muss ich mein T-Shirt zerreißen. Als Antenne. Das gefällt mir. Ich mag wie Fully sich gefeutert. Das sieht dann vom Vagreien Schlüssel aus. Wie heißt der noch? Nein. Nein. Nein, hast du nicht. Der läuft jetzt die ganze Zeit im Hintergrund weiter. Ich auch. Ich habe es gehofft. Du bist frei. Dann müssen wir dir nichts mehr tun. Löffel? Wo ist der Löffel? Ich habe kein Bock mehr. Das war der Fuss. Der Löffel ist, um das alles aufzuschlagen. Der Vogel will raus. Okay, das muss ich. Nimm den Spachtel. Das ist so schwer zum Heben. Du willst ein Vogel frei sein. Hm, wer nicht. Gibt es sonst noch irgendwas, das hier... Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ja nicht. Du weißt, was du begrüßt, veränderst du. Ich glaube, ansonsten haben wir soweit alles hier... Oh, was ist mit der Frau nochmal? Wegen Zeitreisen. Weg. Zu schwer zu geben. Das ist der Butterfly. Womit könnte man dann das Fenster öffnen? Egal, lass uns die nächste Zeit reisen. Ich denke, der Vogel ist einfach... Vielleicht mit dem Stück Holz kann ich es vielleicht irgendwie aufhebeln. Kannst du mit dem Stück Holz den Vogel verprügeln? Aha! So! Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Bye, bye, Harvey. Ich dachte auch, dass man es aufhebelt. Aber... Guter Gedanke. Harvey! Auf dem geht's gut? Ich würde sagen, wir haben gute Arbeit in dieser Timeline geleistet. Ja. Scheiß nicht auf mein Cabrio, was im Vorgarten steht. Was haben wir alles im Sommer verändert? Da wird es eine Pflanze sein, auf jeden Fall. Ja. Selbst in dieser Beleuchtung ist ein Kaktus. Eine, die nicht viel gegossen werden. Von wegen, die muss gegossen werden. Kommst dir jetzt ziemlich dumm vor, oder? Was sagst du jetzt? Ein Kaktus muss mir schon auch mal gegossen werden. Ja. Weil... Einmal haben wir ihn gegossen. Oder reicht ihm die Luftfeuchtigkeit in Mitte Europa? Ich denke schon. Nee, gar nicht für euch als 3.55 Uhr. Ich würde gerade sagen, wir haben das Fenster offen gelassen, dann haben wir gar nicht. Es kommt auf den Kaktus an. Nein, für mich sind die alle gleich. Alles Kaktusse. Versuchen wir 11.25 Uhr. Es hat doch Klick gemacht? Oh, hat er es? Ja, es hat Klick gemacht, ja. Nein. Oh ja. Klick. Nein. Nein, nein. Oh, ich weiß genau, was du mit der Rohrzange machen. Ja, ich auch. Du hast auch die ganze Zeit gewartet. Bisschen an was noch. Weiß nicht warum, aber... Hm, und jetzt? Ja, jetzt können wir kein Wasser mehr rausholen. Vorsicht, Morgi, nach Fest kommt ab. Wie, das ist eine Pfütze unten? Was, wo du Wasser angemacht hattest? Nee. Irgendwas wächst da raus in der nächsten Zeit. Das kann sein. Dann sprießt da so ein Moos. Wir haben Leben erschaffen. Und dafür brauchst du es nur Wasser. Ich würde fast sagen, wir gehen direkt weiter in die nächste Timeline. Ja, ich würde auch bauen. Ich glaube, haben wir alles gemacht, ne? Wir könnten mit der Rohrzange noch die Scheibe einschmeißen, aber sonst. Vielleicht ist aber auf dem Mond Harvey zu sehen. Harvey! Warte mal, haben wir uns das eigentlich gemerkt? Ja, das war der Tresor-Code. Ich vergaß. Okay, hoff in den Herbst. Wie die Zeit verfliegt, wenn man keine Morde begeht. Ach so. Diesmal regnet es keinem. Mächtiger Kaktus. Du wirst jetzt gefällt. Oh, der gefällt mir. Ja. Wir sprechen die gleiche Sprache. Der wird gefällt. Oh, der gefällt mir. Ja. Gefällt. Oh. Wie kann das sein? Wie ist das gerade passiert? Voll gut. 11,25 jetzt. Oh, ich dachte, jetzt wäre es nur in 5. Nein, das hatten wir im Sommer. Ich sehe schon. Ich streichelste. Hallo, ich. Haben wir da unten was am Ofen? Oh Gott. Ich glaube, wir haben... Ist das der selbe Song? Ja. Kann sein, wenn du es anklickst, das bedeutet, dass du sterben würdest. Wie? Ich weiß nicht. Das sind so Pilze oder so, ne? Das sind so kleine Pilze. Ja. Immerhin wachsen da keine Ziegen raus, wie bei dir, Johnny. Kannst du keine Ziegen anzünden. Hast du nicht gesagt, dass dein Teppich nach Ziegen riecht? Ach so. Ja, weil das Wolle ist. Denke ich. Hä? Aber Wolle kommt von Schafen. Vielleicht kannst du den Kaktus anzünden. Ja, also, wie heißt das denn? Es riecht wahrscheinlich nach Schaf, aber Ziegen haben ja auch Wolle. Willst du auch Zwiebeln drauf? Okay. Wie heißt das denn? Wie heißt das denn mit diesen... Äh... Heißt das anders bei Ziegen? Wie? Die Wolle? L? Nee. Wolle ist Wolle nur, weil... Also ich meine, es gibt doch auch Kaninchen mit Wolle, oder? Es ist auch Ziegenwolle, ja. Bin ich der Meinung. Wer sagt Ziegenwolle? Okay. Ich meine auch, ja. Ich glaube... Wir sind hier auch wieder fertig. Ich glaube, in Near Replicant hieß das so. Selbst Bäume haben Wolle, also. Hier ist jetzt das Ziegenhaut, glaube ich. Schade, das ist... Nein. Nein, das funktioniert nicht. Es gibt sogar... Es gibt doch alle möglichen Tiere, aus denen man Klamotten... Aus deren Fell macht. Und damit meine ich nicht das Fell abziehen, sondern... Halt die man schert. Ich schere dich gleich. Die man scheren kann. Daher kommt das Wort Schere. Ich höre fast sagen, wir gehen weiter. Ich weiß nämlich echt, was man mit dem Streichholz machen soll. Wie heißt denn denn nochmal... Was war Angora? Wann das Kaninchen, oder? Oh, die Kerze ist jetzt endlich weg. Da hast du jetzt die Milligramm. Oh, jetzt können wir unsere Medikamente nehmen. Oh, das kommt erstmal ins Glas. Nein! Warum nicht? Das wäre doch so viel einfacher. Nein. Ist es aber nicht. Es könnte, ist es aber nicht. Yes, das ist ein Head. Ich mag es, dass im Hintergrund immer noch die andere Musik läuft. Den Song. Wow, der ist super. Der hat uns keinen Schlüssel gegeben. Oh, der hat Frucht getragen. Oh, die fasst ihr bitte an. Ey, ich habe letztens eine angefasst. Vor ein Jahr ungefähr. Das war der größte Fehler meines Lebens, ey. Oh, Mogi hat eine Geschichte zu der Kaktusfeige. Mhm. Yep. Oh, hallo. Oh, Harvey. Dankeschön. Wie geht's dir? Hey, weißt du noch, als wir dich freigelassen haben? Ich wollte dich nicht mit der Hax erschlagen, okay? Nein, nein, nein. Mogi, ich bin enttäuscht. So, können wir uns jetzt den Cock... Oh, können wir jetzt den tödlichen Cocktail mixen? Kaktusfeige? Blume? Tablette? Wasser? Harvey ist gezeichnet wie die Cass von The Pole Videos, so Zusammenfassung von Avatar und Disney-Filmen und so. Die sind auch aus Holland. Könntet ihr hier dran mitgewirkt haben? Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest. Diese Videos, ähm... Wir können jetzt was... Ne, vorher können wir nicht was machen. Ah, die sind super. Die hatten auch letztens ein Wii Sports Video. Diese kleinen Kurzanimationen, die so... Filme, Serien oder... Videospiele zusammenfassen. Ich meine, davon gibt's einige. Also, keine Ahnung, Mann. Ja, ich meine, nicht Terminal Montage, der ist cool, aber... Das bin ich. The Ultimate Recap. Die Dinger. Noch nie gesehen. The Ultimate Super Mario 64 Recap oder Avatar Recap. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Man kann die Items, glaube ich, nicht in die Vergangenheit bringen. Ach ja, stimmt, man kann die nicht mitnehmen. Aber wenn du die noch nicht gesehen hast, Mogi, dann muss ich sie dir zeigen. Warte, Ofen, Ofen. Gehen wir zum Ofen. Der müsste klemmen... Oh ja, die Pilze! Oh. Oh, ich war... Oh, nein. Der kommt auch noch zu den... Oh, können wir den jetzt auch, der Mixer? Oh, können wir den... Oh. Oh, nein. Nee. Was ist denn dieser Tumpe Mixer? Können wir den ins Glas Wasser tun? Ich weiß nicht, ob man Items kombinieren kann in dem Spiel einfach so. Nee. Ich glaube nicht. Irgendwie nicht, ne? Kann man den Pilz in den Ofen packen? Oder kannst du ihn abpacken? Was steht nochmal an dem Pinboard? Hier. Sourcube, Fire, Escape, Memory, Phone und Fuel. Fuel haben wir noch drauf, ne? Einstipp. Was haben wir da? Ah, da. Oh. Der Pilz kommt in die 3 rein, die Tablette in die 4. Ah, die kommen jetzt alle in die Behälter rein. Welche? Oh. Wir haben 4 Behälter. Versuch mal, die Tablette in den 4. Behälter reinzukriegen. Mhm. Mhm. Ich weiß nur nicht, woran wir erkennen, welche Nummer was ist. Ah, das ist jetzt die Punkte. Ja, okay. Aber ich glaube, du wirst die 4 rein. Und die 4. Naja, das war... Weil sollte nicht die Tablette dabei? Ich habe wenig von Erfolg gekrönt. Die Tablette ist da rein, aber geht auch nicht. Oder immer Wasser. Wasser und dann... Okay, auch nicht. Ich glaube, da muss erst so ein Saft drauf sein oder so. Mhm. Saft. Müssten bestimmen, was mit dem Mixer machen. Ich weiß nicht, was der... Hier ist Saft nicht. Kaktus-Feigensaft. Ich weiß nicht, wie der Mixer angeht. Will jemand einen Blick in den Walkthrough werfen? Habe ich gerade. Wir gehen jetzt zum Kaktus. Wann? Saft. Also, ich glaube, das war... Kaktus-Feigensaft. Genau, der im Mixer ist. Moment. Okay, das ist also dann in der Zukunft quasi. Also eigentlich in der Gegenwart vermutlich, denke ich. Keine Ahnung. Kaktus-Feigensaft. So, und denke auch. Das füllen wir ins Glas, aber das Glas ist schon voll. Und deswegen müssen wir das Glas in die Spüle ausleeren. Und das ist echt fies. Bei was? Wie, wie? Ja, das hast du ja vor Ort versucht. Was? Ja. Das ist okay. Das ist... Nein, das ist Schwachs. Ich gebe dir Spiel die Schuld dafür. Ja, ja. Man sieht sie nicht mal. In jedem Cube Escape gibt es diese Situation, wo das passiert. Ja, das stimmt. So, ich... Und weiter weiß ich selber nicht. Den Rest schaffen wir. Weiter weiß ich nicht. Den Saft wissen wir, wo wir einfüllen müssen. Das war die Eins. Ne, Zwei. Oder? Ups. Ich denke, die Zwei war richtig. Ne, jetzt war die Eins. Okay. Sicher? Guck mal nochmal drauf. Woher wisst ihr die Nummerierung? Also doch. Doch, doch. Das war glücklich, dass das geklappt hat. So, genau. Und dann packen wir jetzt noch die Blume. Die Blume war bei der Eins, oder? Ja. Jetzt packen wir die, den Mixer. Da brauchen wir Wasser. Oh, das ist so... Haben wir nicht eine Küchenmaschine, die das alles macht? Nein, das sind die 80er. Ach, verdammt. Oh, rosa Blumensaft. Den trinke ich am liebsten. Ich versuche die 80er. Das war eins? Ja. Ich liebe das. Der Pilz ist bei der 3, meine ich. Das ist 3 und Tablette ist 4. Okay. So, dann holen wir ein bisschen Wasser. Mir gefällt nicht, dass der Pilz so einfach tiefen-schwarzes ohne... Schwarze, die Pilze, was anderes. Selbst der saftes-tiefen-schwarze. Das ist ein Pilz, der Remix, der ist immer ein Arm vorher. Kleinstes bisschen Licht. Ja. Ja, der schluckt das alles. Ja. Ja, das ist der Stoff. Ja, ich glaube, wir bauen eine Bombe. Ja. Nee, das ist nur eine Zeitmaschine. Ach, das ist ja lame. Uh. Fruchtiger, grüner Saft. Ist das Waldmeister? Ich glaube schon. Waldmeister ist nicht mal ein Geschmack. Deswegen habe ich es genannt. Den gibt es immer... Was soll das eigentlich? Aber man nennt es das so. Oh, Telefon geht. Nein, ich meine, was ist, weil niemand weiß, was Waldmeister ist, außer, dass es nach Götterspeise und was heiß und so schmeckt. Äh, als wäre es nicht nach dem Telefon gehen kannst. Niemand würde Waldmeister in seiner Krautform zu sich nehmen. Hat er eben schon runtergemacht gehabt. Nein, er hat den Hebel nicht runter. Jetzt... Oh. Oh, doch. Okay. Nevermind. Das ist das Telefon, geh ran. Nee, das klingt... Es bewegt sich noch, weil ich draufgeklickt habe. Ach so. Ja, ich sehe die Maus nicht. Hey, Mogi, das Telefon klingelt. Du musst abnehmen. Das stimmt nicht. Was stand denn nochmal bei Fuel plus Telefon? Was stand denn da nochmal? Was passiert? Schauen wir mal nach. Oh, Change Pass. Okay. Und schauen wir, ob das Telefon klingelt. Ah, jetzt gehen wir ran. Oh, oh, ganz gut. Okay. Alles klar. Wir sind sowohl... Ach stimmt, wir sind Mörder als auch Frau. Das heißt, es war ein sogenannter Suizid. Und im Fernsehen hieß es ja schon, war es ein Mord oder Suizid? Da wurde das auch schon vermutet. Oh. Verstehe. Jetzt lassen wir alles verschwinden. Wir haben die Vergangenheit verändert. Deswegen haben wir auch uns auf dem Mond gesehen und den Mörder. Winter 81. Würfel, Dick. Ich mag, äh, Quadrate. Die Würfel. Das ist ja bei Würfeln. Ja, ja, aber... Ich mag Quadrate. Löffeln. Streichholz. Das ist nicht die Leute, ich muss die gerade Punkte. Okay. Achso, die Punkte. Ah. Aber da ist das Fenster. Diesmal leben wir. Glückwunsch. Du hast dieses durchspielt. Hast du alle Errungenschaften freigeschaltet? Eine. Wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, welche ich... Ja, drei Stellen zu fehlen. Äh. Nächsten Teil spielen. Wir will werden. Gute Arbeit, Jungs. Es geht schon direkt weiter, aber ich wollte zur Übersicht. Ja, da wollte ich hin. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Wir mussten nur... Ach, komm schon. Das war... Ich bin... Ja, das war... Gott, ich hasse es. Es gibt immer die eine Stelle, man ist immer so gut dabei. Man sagt sich, oh, diesmal werde ich nicht in den Warcrew schauen. Und dann ist diese eine dumme Stelle. Ja, einmal braucht man eine Nummer. Genau das. Habt ihr einfach nur Views auf ihre Walkthrough-Videos haben? Ja. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber gut. Wir werden noch ein paar weitere Teile spielen. Also, ich hoffe, ihr seid dafür bereit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Wir vergessen nie, was im Winter von 1981 passiert ist. Hallo und willkommen zu der Würfelflucht-Kollektion. Heute gehen wir in den See. Welchen See? Den rostigen See. Ich sehe schon. Erst noch ein bisschen abkühlen. Oh, jetzt ein bisschen abkühlen. Kleine Frischung gefällig. Oh, Malfi, wie warm soll es bei dir diese Woche werden? 37 Grad. Ich habe einen Turm-Ventilator gerade bekommen. Also bestellt und geliefert bekommen. Bei mir sind es gerade 25. Ich habe eine Schnur gefunden. Die wird mich ablenken. Oh, lange! Jetzt ein bisschen Skinny-Dippen. Ich meine, Mental Health and Fishing. Das können wir fischen. Ich sage es euch. Es ist die gleiche Wohnung wie beim letzten Mal. Ich erkenne Parallelen, ja. Ich habe direkt einen Zettel gesehen. Und wir haben ein Messer wieder. Und ein Brecheisen. Oh Gott, das ist so viel gerade. Wir sind morgen Freeman. Oh, da ist die Angel. Gordon. Und ich habe morgen Freimann. Er heißt Gordon Freeman. Ach ja? So, ich dachte Gordon Angel. Oben der Zettel. Yes. Wovon redet ihr überhaupt? Oh, wir können jetzt interagieren mit Gegenständen. Pass, never that it's not even passed. Okay, pass auf. Warte, stopp. Das will ich irgendwie notieren, oder? Den Zettel können wir jederzeit anschauen. Der ist im Inventar. Naja, ach so, okay. Diamant, Muschel, Auge, Apfel und da sind auf jeden Fall drei Punkte drauf. Vielleicht ein Fernglas? Vielleicht ist es ein, also passt auf, seht ihr eine gewisse Po-Falte hier? Ja, die Fläche ist ein Pfirsich. Also passt auf. Ich zeige euch jetzt mal was. Oh, hallo. Nein, bitte nicht. Insekt. Ah, weh? Hast du Hunger? Okay, wirft die Angel aus, Boy. Ja. Au, das ist so eine Angelhalterung. Ah. Ja. Dann die Schnur. Und dann der Haken. So noch nicht. Jetzt passt mal auf, passt mal auf. Da ist der Köder. Oh, yes. Wieso war der da? Was habe ich verpasst? Wir sind jetzt schon so gut wie fertig. Ich glaube, Mogi hat einen Angelschein. Joho, joho. Wenn der Haken kommt. Oh, schon wieder. Hacken wir den Ofen. Heute wird gespeist. Wir haben keinen Ofen. Nee, ich weiß. Aber wir haben sonst hätte wohl eine Granite drauf. Ich weiß, was ich stattdessen machen werde. Nein. Ab mit dem Kopf. Mach Sojasauce drauf, damit sie immer noch weiter zappelt. Oh, wir haben den Granite im Kopf noch. Oh, das ist Sache. Fall, ihr habt mir so ein Insektenkochbuch geschenkt. Und da stand dann auch, keine Ahnung, die hatten auch super viele Informationen zum Thema Insekten. Das ist dann sicher erstmal für viele Zeit, was relativ interessant war. Dann einen Punkt haben sie dann auch, wie es ist, mit lebendigen Insekten zu arbeiten und nicht welche, die geschockt, frostet wurden und was auch immer. Und da haben sie gesagt, ja gut, man kann welche aus Tierhandlungen kaufen, wenn man sich informiert, wie die gefüttert wurden und so. Da dachte ich mir, das muss fucking seltsam sein. Du hast dann so, keine Ahnung, Grashilfe vor dir liegen und dann schneidest du dir nur den Kopf ab oder so. Das ist, ich weiß nicht, ich meine es sind Insekten, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist mir ein bisschen zu viel Schlachterei. Man wirft Hummer ins kochende Wasser und dann schreien die hier so. Ich habe, Johnny, ich kann dir versprechen, ich habe noch nie den Hummer ins kochende Wasser gebrauchen. Ich doch auch nicht. Das musst du ja nicht machen. Wir haben doch Angelköder. Ich meine ja nur, es gibt sehr oft diese barbarische Art zu essen. Barbarische Art ist jetzt auch nicht unbedingt, weil wilde Tiere legen auch nicht Rücksicht darauf, dass ihre Opfer gerade... Wieso legst du barbarisch direkt so... Genau das heißt es doch. Ich hätte auch animalisch sagen können. Na. Das klingt aber auf jeden Fall nicht sehr human. Ich würde sagen, das ist barbarisch. Deswegen fühle ich mich wahrscheinlich direkt angegriffen. Es ist nicht human, wenn ein Tiger eine Gazelle reißt. Ja. Es passiert auch nicht, weil wir leben da nicht, aber... Ich meine... So, Jungs. Nein, das ist ein Veyeline, das ist kein Mensch. Jungs, wenn jemand von euch kurz mit der Hand alleine bleibt, wir könnten jetzt den Körper rausziehen oder... Weißt du, hast du Jojopart 4 gesehen? Ich glaube, das wäre was für dich. Schon passiert, Maeve. Ja, ich hätte dich... Schneid' dir die Hand ab. Ich wollte dir die Hand haben. Das ist ja der Typ, der uns die Blume verkauft hat. Oh Gott. Da sind wir. Autsch. Glaub dir, der wird gerade bei den Bändenbleiben auch geschnitten und gegessen. Der hat ziemliche Schmerzen. Oh, das ist ein Apfel. Vermutlich. Habe ich auch einen Apfel in der Schulter? Lass ich mal nachgucken, Apfel. Ich meine, wir haben es in der Kehle, denke ich. Ja, nee, ich habe in der rechten Schulter halt auch über... Gefühlsschmerz und dachte mir, ihr schneid's mir raus. Ich erinnere mich. Yeah. Den können wir aufschneiden. Ich meine, Fischen selbst ist auch nicht besonders nett. Ja. Das ist ein spitzer Haken irgendwo im Magen oder im Hals, der dich dann brutal... Ich meine, mit einer normalen Angel gibst du ihm wenigstens eine Chance. Was passiert jetzt? Warte, was? Mit welcher Angel gibt man dem Fisch eine Chance? Mit einer schlechten. Er beißt dran. Er beißt entweder dran oder er beißt nicht dran, so. Ach komm schon. Aber... Mit einer Bärenfalle kriegst du... Gibst du dem Bär wenigstens eine Chance, entweder er läuft rein oder nicht. Ja, es ist eine Chance. Es ist halt... Ja, es ist ein Glücksspiel. Der Tisch zerbricht leider, wenn du müssen wir dem nicht zu Ikea und einen neuen kaufen. Nee, ich baue den nicht auf. Oh, ich will aber zu Ikea. Oh, ich will nicht durch Ikea durchlaufen. Das ist so lang. Ich schon. Und ich will zu Ikea. Ich wollte Spaß nicht. Ich kenne alle Abkürzungen. Wenn man eine Sache von Ikea will, dann muss man durch die Scheiß-Baden rauchen. Ich sag's euch, Ikea war meine zweite Kindheit. Ich kann dich direkt zu den Hot-Ox bringen, Malf. Kein Problem. Donny, als ich hier in der Zwischenzeit bin, ich hab's geliebt, euch in Ikea zu laufen. Ist so gut? Ja, ich auch. Ja, ich hab schon gemerkt, das ist, als ich Ikea gesagt habe, da sind die Gemüter ganz schön hochgekocht auf einmal. Ich mach jetzt ernst. Auf dem Parkplatz sind wir immer Inliner-Skates gefahren und so. Okay, das nicht. Wenn er offen hat, naja, also am Sonntag, wenn er geschlossen war. Und wenn er offen war, dann war ich da auch sehr gerne, tatsächlich. Oh, das ist ein Bäumchen. Oh Gott. Hi, Bäumchen. Oh, da packen wir die Sachen rein. Das heißt, der Apfel ist links, ne? Ich hatte immer eine Idee für so eine Art Nickelodeon-artigen Cartoon, der dann in einem riesigen Möbelhaus spielt. War nicht Cartoon Network Cartoon? Ja, oder Cartoon Network auch. Von mir aus auch Disney. Der spielt dann in einem Möbelhaus. Aber ein verlassenes Möbelhaus. Ein verlassenes Möbelhaus. Haben wir uns die Decke angeschaut? Ja. Und es ist riesig. So in jeder Folge gibt es irgendwie neue Abteilungen. Ich habe hier mal einen gefunden. Riesige Hallen, die nur Betten anhaben. Was ist auch eine Abteilung? Jonathan, was ist das? Wie? Das klingt auf den Sternen. Aha, ein Hemdnester Schiefmann. Messer. Kannst du mit dem Brech erst einen Aufschlag aufbrechen? Vielleicht kann ich mal genäht fischen? Ja, stimmt. Vielleicht können wir Dynamit fischen. Ich habe gelernt, dass man das an den meisten Seen nicht darf. Überraschend. Dynamit fischen? Nein, das ist ja auch. Was hat die Stadt mir zu sagen, wo ich was in die Luft spreng und wo nicht? Das Wasser gehört euch nicht. Wieso darf ich nicht Magnet fischen? Kannst du einen Grund? Also bestimmt, aber... Ja, Naturschutz halt. Aber was verstehst du denn mit Magneten? Auf jeden Fall ein Abwehr, irgendwas bestimmt. Oh, das ist eine Münze. Haben wir eine Münze auf dem Zettel? Ja, das ist das, was wir nicht entziffern konnten. Oh, da war ein Schiefmann. Ich habe es kurz gesehen. Moment, warum wechsel ich immer die Seite? Den Zettel habe ich dabei. Warum wechselst du ständig die Seiten? Weiß ich nicht. Ja, doch, den Zettel kann ich ruhig sein. Er klickt immer ganz schnell hin. Entscheide ich mal für eine politische Ausrichtung. Können wir mit der Brechsteige eigentlich die Glasvitrine öffnen? Ich bin jetzt ein Teil der Radikalen Messe. Was? Das gefällt mir. Vielleicht ist das Eisenstaub in der Glasvitrine und wir können das mit dem Magnet ranziehen oder sowas. Wenn es so ist, dann hat Folien im Morgchen gekauft. Nee. Ich habe nur absurde Ideen in Rätselspielen. Nein, das ist auch völlig angebracht. Schneller lösen. Kannst du mit der Brechtstange dieses Holzstück da oben rechts aufbrechen oder so? Fuli, du hast... Oh! Der Maeve! Fuli, du... Das ist stimmt. Würdest du einfacher da rangehen, dann wärst du sehr viel schneller in Rätselspielen. Ja. Ich denke mal so drei Schritte weiter. Schimmel. Uhuhu. Den kann man bestimmt angeln. Ach komm schon, Morgi. Was? Wow. Ich habe einen Moment gebraucht. Also mein Lieblingspferd ist ja der Lipizzaner. So, wir uns einen Chilaxer. Jemand, der richtig rumgammelt. Oder so ein Araber. Moment. Ich mag den Rappen. Das ist Lotteelix. Ich sehe schon, Maeve ist ein Hip-Hop-Fan. Ja, endlich, ey. Wir haben alle gewusst. Wie lange brauchst du, um darauf mal zu reagieren? Was? Ich muss das Spiel spielen, Verzeihung? Ja, aber für die Jokes bist du auch immer viel schneller am Start. Das ist ja jetzt ein tolles Jahr. Für die Jokes ist es auch Zeit. Das war gerade Maeve. Das war Maeve. Maeve dachte sich, die Scheiße gebe ich mir hier nicht mehr. Neugierig reingeschaut, dann hat er sich, naja. Das werden wir mal genäht noch mal. Kann ich vielleicht noch mal? Magnet fischen? Einfach noch mal. Rappen sind übrigens immer schwarz. Ja. Ich muss das so sagen. Und Schimmel sind, glaube ich, immer hell. Ja, Schimmel sind weiß. Grau. Weiße Stube. Mera. Oh, sechs mal 237. Sechs mal 237. Oh, bitte, der Mann. Moment. Sechs mal 237. Warte, ich rechne dir das. Sechs mal 237. Ja. 252 plus 420 sind 672. Na, warte. Hä? Nein, das gibt aber gar keinen Sinn. Ich habe mich verrechnet. 1.000 hast du Minimum. Ja. Was macht ihr denn? Entschuldigung, verstehst du auch nicht gerade, was sie machen? Nein, also die rechnen das, aber die rechnen im Kopf. Nein, ich dachte, ich dachte, Fuli macht ein Taschenrechner auf und ich wollte nur schon mal im Kopf sein, dann war ich komplett falsch. Ja, ich habe die Rechnung halt gar nicht gehört. Aber sechs mal 237. Ja, weil ich das Bullshit dritte überspringen und einfach mit den Brechstangen aufbrechen. Nein, du gibst einfach im Taschenrechner ein. Fuli ist doch schon fertig damit. Ey, 1422. Hast du schon öfter gesagt. Dankeschön. 1400 sagt er. Hm. Die Heiligtümer des Todes. Fuli denkt in historischen Ausmaßen. Ich sage nochmal 100. Das ist irgendwie... Oh, die Mann. Ja, aber es ist seltsam, das zu machen, wenn es nicht um Jahreszeilen geht, irgendwie. Eigentlich nicht. Okay? Schön. Hat er so entschieden. Das, was seltsam ist oder nicht, entscheidet immer ein Individuum. Johnny sagt es. Oh, der ist so nervös. Der wird jetzt auch seltsam, Fuli. Nee. Der ist bereit, es dir mitzuteilen. Das ist ja nicht schlimm. 100? Nicht verbreitet, das so zu machen. Das ist übrigens ein sehr unangenehmes Szenario, wenn ihr einfach eine Hütte am See habt und dann das passiert. Ja. Hä, wieso? Ich dachte, dafür hat man nie. Das war kein so guter Teil. Nächster Teil. Ich freue mich da immer drauf. Bonus Teil. Dann kommt jetzt Cube Escape Ars. Wohin kann ich mich erinnern? Ich habe im Haus am See gelernt, dass... Oh, das ist wirklich Van Gogh. Ich nehme alles zurück. Danke. So, 1888. Das ist ein Van Gogh-Bild. Glaub ich nicht. Oh, ja, alles hier. Das sind sogar die Sonnenblumen. Oh, nein. Das ist auch ein berühmtes... Ah, so ein Rätsel. ...Stillleben von... So weit? Stillleben malen. Es gibt nichts Schweres als Stillleben malen. Schaffst du das? Nimmst du gerade wild rum, oder? Ich glaube auch nicht, Mogi. Nächster Klick, ich will es rum, ja. Ich hasse solche Rätsel, ich habe nie die Motivation dafür, deswegen... Da ist es, danke. Quatsch, ich sollte alle groß machen. Oh. Es ist wirklich einfach. Dann sag, wo ich hin klicken muss. Naja, ich... Das ist sehr schwer, jetzt... Sing, du klickst so schnell, dass man dir nicht sagen kann, wo du hinklicken sollst. Ich bin... Sehen die Maus noch nicht so oft. Mach ruhig weiter. Okay. Äh. Vor allem, dass... Irgendwann, wenn man genug, er will, herumgeklickt hat, dann schafft man's. Ja, ist meistens so. Das ist der Geheimnis, seht ihr? Das bringt noch nichts. Dann lass es aber so. Ich glaube, es war... Ich glaube, es war vorher so. Ja. Da kommt auf jeden Fall was in die Vase. Na. Oh, jetzt wird der Absinth schnabuliert. Oh, nein. Schnabel auf... Schnabel auf, Freunde. Habt ihr mal Absinth getrunken? Der gute Vincent war ein großer Fan. Der hat den Zeit zu kaufen gibt und es war halt... Ich hab noch nicht gemacht, aber ich bin noch nicht heiß drauf. Ich hab im Polen... Es ist halt Alkohol mit 55% wo ein bisschen Zucker draufkommt. Da hast du Schuss noch runtergefallen. Das hab ich gesehen. Ich wollte... Ich auch noch in den Bildschirm... Ich wollte es nur sagen. Also was ihr eigentlich sagen wolltet, war, dass nicht Cube Escape Reihe anwenden... Van Gogh Anspielungen hat, sondern dieser Teil einfach alles mit ihm zu tun hat. Nein, Van Gogh hat er... Der taucht irgendwie öfter auf oder so. Ich glaube, er ist ein eigener Cube Escape... Ja, hier ist viel. Cube Escape Cinematic Universe. Ja, aber hier ist gerade nichts, was nicht mit ihm zu tun hat. Ja, das stimmt. Schaut euch das Lächeln an. Vielleicht ist es da einfach nur ein anderer Vincent. Ja, war ein großer Fan von Absinth. Vincent? Und nicht nur von Absinth. Da war ein Zettel, Mogi. War das nicht sogar der Absinth-Rausch, in dem man das mit dem Ohr gemacht hat? Müsste. Das meinst du, das Tuch, das keine Zettel? Nee, oben, oben, oben. Da ein Bild von... Nee, das andere Bild. Oh ja. Ja, da. Oh, das ist eine andere Gesichtshälfte. Ja. Das ist einfach Mogi. Oh Gott, nein. Bisher war es lustig. Oh, das hat mir Tränen in die Augen geschossen. Jetzt ist es Kaiser Wilhelm. Oh, hallo. Nee, ist eine Samenblume. Wir sehen uns, Willy. Ja, guck mal, wir brauchen sechs. Also daneben eine. Daneben. Jetzt hast du es wieder. Nein, Mogi. Nein, die müssen alle klein sein. Die müssen klein sein, okay. Keine Sorge, es dauert nur nochmal genauso lang. Nein, du schaffst es ganz schnell. Okay. Ich geb ihm elf Minuten. Mit dir währenddessen für Unterhaltung sorgen. Ich hab's. Gott sei Dank. Mogi, wir haben auch Zeit. Wir haben euch alles aus dem Kopf. Ich mach jetzt Perlen auf den Stirn. Was? Was ist? Mogi ist fertig. Oh, endlich. Es hat wirklich elf Minuten gedauert. Oh, das Bild kenne ich. So ist das also. So, so ist das etwa den New Super Mario Bros. Referenz. Referenz verstehe ich immer. Den Wii U-Teil mag ich am liebsten. Aber was ist mir das? Welf lacht, aber er weiß nicht, worum es geht. Nee, ich hab keine Ahnung. Es war so ein möglichkeitslacher. Können wir mit dem... Ja, ich wollte gerade fragen. Oh, jetzt wird gezuckert. Und gewürfelt. Ich zuckere nicht gleich. Können wir die Tür öffnen? Hast du es versucht? Mit dem Schlüssel? Oh, ich kann die Schale mit... Kann die Korken öffnen? Naja, wir können die Korken auch nicht knallen lassen. Aber wirst du, was nicht öffnen, Fully? Wirst du, was richtig gut kommt? Zuckerei. Oh, das kannst du abziehen. Zieh ab. Wie ist das? Zieh ab jetzt. Das ist ein B. Das war doch ein B. Oder ein... Da steht auch was, was ist das? Oder ein B. Das ist ein R und ein B, oder nicht? Ne, RL. Real Life? Ist doch R und L. Ist das R und L? Ist das R und L? Nein, pass auf, es war dasselbe Symbol, nur umgedreht. Also ja. Sieht aus wie RL, aber es war einfach... Was machen wir? Nee, ne? Hm, hm. Schau, Fully? Aber der Decke war auch nichts, oder? Na, man sieht's nicht. Durchsuch seine Taschen. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich wohne allein. Ich mein, du machst dich jetzt drüber lustig, aber ich mein, was, was... Nein, ich muss lachen, wegen dem ich wohne allein. Diese plötzliche Erkenntnis. So trinkt man absinnt, übrigens. Das tut man ja tatsächlich. Das hab ich doch nie gesehen. Doch, das ist... Das ist ungefähr so seltsam, wie Tequila zu trinken. Oh, was? Nein, Tequila trinken ist simpel. Und das ist das. Du kannst Tequila auch ohne Zitrone und Salz. Wie ist die Reihenfolge? Lecken, weißen, schlucken. Was ist es? Erstmal führe ich dich zum Essen aus, denke ich. Halt die Schatz. Ich beise das. Ein bisschen klassischer, würde ich sagen. Ich weiß es aber tatsächlich gerade nicht. Ich keine Ahnung, wir haben nur Salz verwendet, also keine Ahnung. Zitrone. Keine Zitrone. Erstzitrone, ich weiß nicht. Wie Pferde. Aber Zitrone kommt ins Auge, Salz in die Wunde und so war das so irgendwie. Nein. Nein, das habe ich schon einmal bereut. Oh nein, okay. Es ist erst, erst leckst du das Salz, dann trinkst du und beißt in die Zitrone. Ah ja, so rum, okay. Dann macht ihr mit eine große Party gerade. Oh, oh, jo. Okay, da ist, okay. In dem, da ist Wasser drin. Also wenn die jetzt schwarze Augen würden, dann wäre ich nicht verwundert. Aber wir haben drei verschiedene. Sind alle anders straffiert? Ne, gar nicht wahr. Das mittlere hat Wasser. Es gibt drei verschiedene. Oh, pass auf. Ja. Ich werde jetzt Wasser hier einfüllen und dann da auch. Mach ich das raus. Ne, in der Mitte ist Wasser. Füge ich da ab Sint rein und dann das. Oh, oder so. Wenn das Bild gleich schwarz wird, dann haben wir Methy und ich habe Sint getrunken. Hm. Oh, scheiße. Scheiße. Ist da ein Ohr in der Vase? Oder sehe ich das nur? Ein Ohr in der Vase? Ähm. In der Schale. Ach so. Ja, doch. Das kann gut sein. Ja, ja, ja. Hm. Und es scheint auf jeden Fall noch eine Flüssigkeit zu fehlen. Ja, das stimmt. So, was können wir mit der... Okay, hier... In der Vase doch vielleicht. Ne, das ist auch nicht. Oh. Oh. Ah. Haben wir einen Spiegel? Das Ohr. Ich befürchte, da ist ein Spiegel, oder? Warum war dein erster Instinkt... Ja. Warum war dein erster Instinkt ein Spiegel? Oh. Oh, nein. Oh, nein. Warte mal, warum. Soll ich dir einen Tipp geben, mein Freund? Äh. Ich hab ein Ohr gefunden. Da ist ein Zettel gewesen, Mogi. Ich will ehrlich sein, Vince. Keine Frau ist das wert. Ein spektakulärer Akt der Selbstzerstörung. Bisschen spät wahrscheinlich für meinen Tipp. Keine Sorge, Vince. Wir gehen jetzt ein bisschen was trinken, und dann geht's dir auch wieder besser. Mach dir einfach so gut. Ich trinke Tequila nur mit Salz, übrigens. In die Zitrone wird nicht gebissen. Mach dir einen Verband um den Kopf, und dann zeichne dich. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ein Indikator für mich sein soll, was was ist. Ja. Das wissen wir noch nicht, ja. Die fuhren wahrscheinlich, aber... Pulli, du hast gesagt, warum vom Zettel? Ja, beim Spiegel, das ist... Aber, ich weiß nicht, Mogi hat ja keine Lust, das mitzunehmen. Mogi! Dankeschön! Tut mir leid, ich war jetzt so beschäftigt damit, mich in den Augen von Vincent zu verlieren. Das kann man verstehen. Hm. Das ist der Schlüssel. Der goldene Schlüssel. Hm. Hm. Das ist ja vielleicht für die Haustür. Lacht ihr nur. Oh, hallo. Wenn ihr dann mal Verstopfung habt, dann kommt ihr ja gekrochen. Mein Freund, Paul. Mein Freund, Paul. Mein Freund, Paul. Willst du ihn absennen? Plasche absennen. Was zuckt der so mit der Schulter, ist das Fully? Hey. Hm. Weiß auch nicht. Hm. Okay, Paul. Paul, ist das wie bei dir? Lätt dich gesehen zu haben. Bleib einfach in der Tür stehen, das ist okay. Was hast du... Das war die andere Tür, Mähe. Paul, willst du das Messer? Wie wär's mit einem Stückchen absennen? Das wollte er auch nicht, ne? Da ist ja so ein Schriftzeichen grad gewesen. Ja. Ja, die sind überall. Ja, aber eben war's weg. Ja, das ist nur, wenn man von der einen Seite dahin geht. Aha. Wer ist denn jetzt mit Paul? Aha. Keine Ahnung. Alter, vielleicht mixt du ein bisschen rum und der Paul denkt sich, oh, ja, ich mach's denn da. Ja, die brauchen ja drei Flüssigkeiten. Wir haben Blut. Ja, das können wir nicht aufsaugen. Ja, ich hab kein Glas dafür. War... War in diesem kleinen Pinnchen noch was drin? Nee. Kannst du Wasser darüber gießen? Kannst du das da abkratzen mit dem... Oh. Das geht tatsächlich. Mit dem Messer? Nee, ich bin über das Gekratzte, da kannst du da irgendwie Wasser drüber gießen. Ja, ich dachte mir auch, kannst du da vielleicht was abkratzen? Mit dem Messer? Das hat man ja an sich schon. Okay. Ist das Messer getestet? Nee, schade. Hm. Na? Warte mal, haben wir noch mehr Sachen dabei? Als diese drei? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schlüssel-Zeug! Wo ist denn dieser Schlüssel? Das haben wir alles am Anfang geholt, oder? Äh, er will ihm schon gut haben, oder? Oh, ja! Da haben wir jetzt eine Paillette. Ich dachte mir grad schon, da ist doch so ein Pfeil im Inventar. Ich vermute, die kommt hier drauf. Da können wir wahrscheinlich die ganzen Läden und Felder ausmalen, oder so. Und Bürste! Und so. Ach, die Bürste dahin. Ja. Geh! Geh! Das steht für Goch. Was machst du, Maeve? Das ist Google. Ja. Wahrscheinlich... Ey! Danke, Paul! Danke für meine Palette! Die dich. Äh, dort kannst du wahrscheinlich das Brett hinstellen, oder? Die Palette? Nee. Schade. Hm. Das hat uns jetzt ein bisschen weitergebracht. Vielleicht können wir den Pinsel in das Blut eintauchen, oder die, ähm... An den Pinsel? ... auf die Palette packen. Na, ich glaube, das können wir erst dann, wenn wir hier alles soweit gemacht haben, zumindest mit der Szene ergeben. Warte, was ist mit dem Schlüssel? Ups, nein! Was haben wir mit dem Schlüssel gemacht? Kleines Glas, auf Sinn, großes Glas Wasser. Das ist eine gute Frage. Der Kleine Schlüssel hat, äh, was hat er geöffnet? Den Schrank. Er ist doch den Nahschrank geöffnet. Oh! Hä? Oh mein Gott! Ich hab gar nicht gesehen, dass wir den geöffnet haben damit. Hast du ja auch nicht geöffnet? Ich hab nur Bild losge- drauf losgeklickt. Hat er jetzt nicht geöffnet? Er hat ihn schon geöffnet gehabt. Ich, 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 ich... Also der hätte ihn aufgeschlossen sein müssen. Du hast doch aufgeklickt, aber er hat sich geöffnet, genau. Ja, aber wie seltsam, dass es dann nicht einfach aufgeht. Die, das andere Bild angucken für die Strafierung. Hm. Hm. Das andere. Ja, ich, ich, ich weiß. Ich wollte nur... Stehst schon. Das ist das andere. Okay, Wein ist, äh, waagerecht und Wasser ist senkrecht. Ja. Also. Kommt das gute Wasser weg und dafür kommt der Wein rein. Hm. Dann kommt das rein und... Und ich schenke dir rein Wein ein. Oh, jetzt gehen wir ins Ohr rein. Rein da. Die Motten sind schon hier. Oh, das ist eine Tür. Da hast du ein Fragezeichen gewesen. Hörst du mich? Das ist eine Knarre. Das nennst du Tür? Für mich ist das ein eindeutiger Tunnel. Ne, es sind eindeutig Türen. Folie hat auch einen Tunnel im Ohr. Oh nein. Ich hab sogar zwei. Das stimmt. In ein Ohr? Als ob das nicht zählt. Nein. Es geht aber. Oh, warte, das ist... Die Muschel, war das in diesem Teil oder war das der andere mit diesem... Das war mit der Angel. Diamanten und so. Hat das eine Rolle gespielt? Das haben wir in dem Part mit der Angel gehabt. Ja, aber hat das überhaupt was gebracht? Ja. Mit dem Apfel und so? Oh, okay, pass auf. Wir müssen jetzt das Gewicht herausfinden. Ah ja. Okay. Die Trommel ist eins und der Hammer ist drei. Dann Trommel und dann... Da ist die Muschel ebenfalls eins. Will das vielleicht jemand notieren? Ja. Die doch direkt eintragen. Folie notiert das. Trage doch direkt eintragen. Ah ja. Ja, das geht auch. Ohren, das ist falsch. Ach nee, doch, das war richtig. Nevermind. Sorry, mein Fehler. So, hängen doch den Hammer dran. Trommel weg. Der Hammer ist wahrscheinlich... Auf jeden Fall schwerer als... Moment, der Hammer ist... Nee, der Hammer ist drei. Der Amboss ist definitiv schwerer. Ja, das Teil ist auch schwerer? Nee. Ist es schwerer? Ein bisschen. Ist es schwerer. Ja, der ist schwerer. Mach mal dieses Riesenmuschelding gegen den Hammer. Ich würde sagen, das Riesenmuschelding ist eine Fünf. Oder ist das gleich? Wir machen das einfacher. Wir machen deutliche Mathematik. Nimm die... Nimm das Teil links weg und pack den Hammer dran. Ich kann den Hammer nur rechts machen. Ach so. Sorry. Dann nimm den Amboss links. So, und jetzt packst du die Muschel dran. Oh, ja. Nein. Aber wir können jetzt das herausfinden. Die sind gleich schwerer. Das heißt, die große Muschel ist hier vier. Ah, okay. Kannst du vielleicht auch jemanden niederschreiben? Eins... Nein, nein, nein. Nicht die große Muschel. Das ist daneben. Der Steigbügel. Der Steigbügel ist vier. Ach so. Und die Muschel ist fünf. Amboss, Hammer und Steigbügel. Und dann noch Trommel wegen Trommelfell und Schnecke wegen... Ah. Und da musst du es nur sechs wahrscheinlich. Einzige ist es nur sechs? Warte, was ist das? Ach, acht. Okay. An dem Punkt habe ich einfach nur durchgeklebt. Warte, warte, ich konnte... Wer hat ja auch, hatte schon. Ich habe jetzt alle Gegenstände dem Ohr zugeordnet, aber was ist die... Was ist diese andere Muschel? Ach, Muschel. Ohrmuschel und Hörschnecke. Jetzt habe ich es. Okay. Oh. Ich hätte jetzt gerne eine Zimtschnecke. Nein, eine Mondschnecke. Hast du das Falsche vorgegangen? Ja, ist das Falsche. Ich bin nämlich das der Blinkdecke gegangen. Da ist so ein kleiner, so ein Fetzen an diesem Bild. War das da schon immer? Das haben wir die ganze Zeit schon, ja. Okay. Oh, hallo, Homer Simpson. Es ist wirklich ein bisschen... Wir sind ziemlich schlecht auf Klösteraugen. Oh nein, das wollte ich ja entdecken. Gib mal das Fragezeichen an, was das ist. Zu spät. Nimmst du mal an. Was ist mit der anderen Tür? Hm. Guck mal in den Spiegel. Das ist ein Achievement. Das ist immer noch das Gleiche. Wann sie nur aufschneiden? Stechen ab. Mondsch. Nein, ich fürchte nicht. So. Dann wandern wir noch mal rein. Da. Das ist Fragezeichen. Was ist das denn? Diese Textur, das fällt mir jetzt erst auf. Die ist wirklich widerlich. Ich glaube, das ist irgend so ein Käse und Schinken. Nein, passt auf, wisst ihr, was das ist? Das ist rangesoomt, das ist eine Makroaufnahme von einem Bart. Nein, ich sage, das ist eine Kartoffel. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, aber das ist einfach ein Rohr. Für mich sieht es immer noch nach gebackenem Käse mit Schnitzel. Dann kriegst du noch mal recht zu gehen. Ja, du bist definitiv hier rein, würde ich sagen. Für mich sieht es nicht appetitlich aus. Und, naja. Das andere ist, ja, ich weiß es. Aber für mich wäre es schwierig. Was hast du für ein Item noch? Du hast noch ein Item? Was hast du da noch? Oh, ja. Oh, du kannst ihn in den Spiegel schießen. Ja. Du musst dran glauben, alter Mann. Hey, das ist der Würfel. Der Cube. Der große Würfel. Wo können wir den dabei einsetzen? Da an die Tür. Oh Gott. Ach, das gibt es ja auch. Das will ich immer noch. Oh, ja. Das will ich noch weiter ignorieren. Ja, wahrscheinlich da an der Tür. Warte mal, haben wir... Ja. Dann brauchen wir noch einen Wurfen. Hm. Hm. Paul. Ja, ist es wegen dem Zeichen? Deswegen weiß? Paul! In dem Tuch. Komm schon, Paul. Den hast du jetzt genervt. Was ist mit dieser... Paul hat uns die Palette gebracht, oder? Ja. Und wir haben einen Pinsel. Können wir irgendwas zeichnen? Wir sind Van Gogh. Kannst du die Palette benutzen? Und die Hand nehmen oder so? Nein. Vielleicht kann man... Ich dachte schon wieder diese Reise. ...dass man irgendwo den Pinsel eintauchen kann, aber... Hier, den kann man dann... ...äh, die Palette eintauchen. Was ist, wenn wir jetzt im anderen Bereich gehen? Oh, wie immer so ein Bild für die Buchstaben drauf standen. Da links. Das? Oh! Oh! Oh, jetzt... Ach ja, das war's. Wir müssen jetzt die Farben... Okay. Das WM-Ding ist weiß. WM ist weiß. Ja. Wegen dem Tuch. Das wäre ich auch noch. Willst du bitte weggehen? Und das Nah ist auf dieser türkisen Dings. Ja. Aber ich würde vielleicht nochmal nachschauen. Das haben wir oft genug gesehen. Ja, ich würde sagen, das ist safe türkisch. Ich hoffe, das bleibt gespeichert. Ich mag's nicht, dass ich da nicht weiter, äh, dran vorbeisehen kann. Okay. Dann hast du das gemacht. Das ist doch toll. Äh, was war's noch? Das Nah. Nah. Ganz unten. Das war? Türkis. Okay. Das G war... Das G ist dunkelblau und mehr weiß ich nicht. War's dunkelblau oder war's dieses hellere Blau? Das weiß ich nicht. Das graublau. Ich meine, das ist so ein bisschen graublau gewesen. Okay, es bleibt gespeichert soweit. Ja. Oh, es sieht sogar besser aus jetzt. Lass uns nachschauen. Der Kringel da, das P ist so dunkles Blau. Da ist der Tisch. Guck mal auf den Tisch drauf. Moment. Tisch, 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 Tisch. Ah, genau. Auf dem Tisch war das G. Ja, das ist ein Himmelblau. Das ist ein dunkleres in dem Kontext. Nee, 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 das ist genau das hellere. Nee, das graublau dachte ich erst mal. Aber der Tisch ist ja zum Teil tatsächlich graublau, deswegen. Dachte ich das nicht. Sonst noch eins? Das? Ja, das ist das dunkle Blau. Ja, ist dunkel. Ah, hier, beim Bett war noch eins. Bei dem Kissen. Ja, das ist geil. Oh, ja. Oder L, N. Ist das ein H oder ein L? H, G, ist ein H. Hm. 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 Schreibschrift. Seit Jahren nicht benutzt. Ja. Ich mochte sie immer sehr, aber dann hat jemand noch eine Schreibschrift verwendet, weil ich damit aufgehört und dann meine Handschrift... Druckschrift, ich denke mir so, ja... Dann ist meine Handschrift sowohl in der Geschwindigkeit als auch von der Leserlichkeit steil nach unten gegangen. Ich fand Schreibschrift recht praktisch. Als ich Druckschrift geschrieben habe, konnte man plötzlich lesen, was ich geschrieben habe. Ja, das stimmt. So, das war das Blau, oder? Ist das das P? Ich hoffe... Oh nein, P ist... Nee, warte... Doch, doch. Ist das das P? Ist es das? Das ist das QL, das hatten wir auch irgendwo, oder nicht? Das ist doch das von der Tür, diese zwei... Oh, das Fragezeichen ist im Ohr, das Fragezeichen im Ohr, oder? Stimmt! Das Ohr ist schwarz. Das ist schwarz. Ah. So, ich versuche jetzt das einfach mal. Ich schaue einfach nochmal nach. QL oder was auch immer. Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir das hatten, aber das hatten wir irgendwo... Ich finde halt, die Farben sind... In dem Kontext sind die Farben ein wenig schwer auszumachen. Welches von den beiden Blauen jetzt gemeint ist. Ich weiß aber, wo das B war. Das war auf jeden Fall der Bilder, wo wir ein Stück abgerissen haben, oder nicht? Bei den Flaschen. Äh... Äh, ach ja, Moment, warte, was? Hier? Ja. Oh ja! Nein, ja. Okay, das Grün ist dann... Diese Linie da. So, war es so... So, war es so... War es so... Oder es rechtmäßig dachte die ganze Zeit, das Symbol, da wäre das von der Tür, aber es sieht anders aus. Hm, okay, fehlt nur noch der Himmel. Wo hatten wir das nochmal? Das ist das trotzdem, und es sieht einfach schlecht aus. Vielleicht ist es weiß. Nein, warte, weiß ist das. Ja. Wollte gerade sagen, vielleicht ist da wohl immer ein Weiß-Würfe rein, aber das... Also, es ist auf jeden Fall blau. Das ist doch kein QL da, oder? Also, wir müssen vielleicht das Blau nochmal vertauschen. Nein, das hat sich doch irgendwann automatisch vervollständigt. Ach so, ihr meint, ja, wir haben den Buchstaben noch gar nicht gefunden. Ja, okay. An der Decke war der doch. Irgendwo war das. Oh, ja! Ja, genau. Das ist das Graublaue. Dann ist es richtig. Puh, äh, so ein helles... Das war der versteckt, deswegen haben wir ihn nicht mehr gefunden. Aber wo sind dann die... die Buchstaben von der Tür? Wo kommen die zum Einsatz? Die so... Hm, äh, gar die Würfel. Gar nicht. Wir sind nur ablenken. Kann sein. Ich mein, hier sind auch Farben, die nicht zum Einsatz kommen. Bei dem einen haben wir da auch nur einen Würfel reingesetzt. Also... Wie kommt man sich hier jetzt ausmalen, eigentlich? So lang, bis sich alles vervollständigt. Ach Gott. Das Leben als Künstler ist hart. Das ist der einfache Teil. Wenn ich zeichne, kein Lineart mache, das fliege ich auch immer so aus. Aber das vervollständigt sich das nicht von alleine. Und ich muss den Rest weg. Und wenn man den schwarzen Würfel... Ich nutze Vector-Programme. Ich kann einfach fehlerfrei den Fülleimer mitnehmen. Oh, es geht nach draußen, Jungs! Natürlich mach ich ein normales Lineart. Ah, das was? Das mach ich nicht. Das Typ ist Kip. Ali... Ali... Dich schon. Dann würde ich sagen... Wir wären ziemlich gut dabei. Wir haben zwei Spiele geschafft. Das ist mehr als erwartet. Die waren sehr viel kürzer als das erste. Ja. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Und wir haben noch ein paar Phones. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns in Harveys Box. Und inzwischen... Die Sache ist, wenn man sie direkt am Stück spielt, hatte ich das Gefühl, oder relativ nah am Zeitabstand. Bei mir waren sonst immer Monate bis Jahre dazwischen. Man kann eventuell unter Umständen fast was von der Story mitbekommen. Zum Beispiel weiß ich noch, dass Harveys der Vogel war. Das ist schon mal ein großer Schritt. Kein blauer Kuschel. Ansonsten muss ich gerade sagen, die anderen beiden Teile... Ich weiß nicht, wie die Story technisch dazu irgendwas passt. Und wir sind vier Gehirne, die da verschiedenste Interpretationen von sich geben werden. Mich hat eine Fliege ins Gesicht angeflogen, sorry. Ich mag Züge. Okay. Was ist gerade passiert? Ich habe deswegen geklatscht, weil das mir so direkt ins Gesicht hat man nicht gehört. Okay, sorry. Äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Finger weg vom Absinnt. Ja, das ist nicht gut. Das war ein Reflex. Hallo und willkommen zurück zur Cube Escape Collection. Heute werden wir vor dem Würfel fliehen. In Harveys Box. War du wirklich? Ist natürlich der Vogel. Ich habe Cube Escape immer so verstanden, dass man dem Würfel hilft zu entkommen. Oh, den bringt man mich. Genau, ehrlich gesagt. Also, dass man ihn befreit. Äh, das ist der Teil in der Box. Ich habe nie irgendwas davon verstanden. Ach, was? Ich habe also... Harveys Box ist der Boxenteil. Oh, da ist der Schatten, der Vogel. Oh, das ist köstlich. Das ist ein Festmahl. Bei den Dominos. Ich habe ein Baguette mit Knoblauch. Das ist köstlich. Ich würde nicht so weit gehen. Das ist bestimmt nett, aber köstlich. Doch, ich könnte mich davon ernähren. Hm. Ich denke mal, es ist gut, dann habe ich eins an der ich welche. Nee, nicht so eins. Ich habe ein richtig frisches Baguette mit so einer Knoblauchbutter drauf gestrichen. Nicht eins aus dem Ofen. Oh, so muss das Teil dann wahrscheinlich aussehen, ne? Wie auf dem Bild. Auf dem Bild ist die Lösung. Ja. Ah, okay. Du gehst... Drei Hörner im Hintergrund. Und dann der eine ganz leicht nur. Zack. Oh, oder? Hat nicht funktioniert. Okay. Hm. Vielleicht nicht ganz so weit, vielleicht eher gradliniger. Nein, das sollte schon noch sein, ne? Warte, der ganz linke muss noch... Nein, der ganz linke schon. Ah, so, ja, ist richtig. Ja, vielleicht... Oh! Hallo? Oh, oh. Heute ist wieder einer dieser Tage. Ich habe eine Wendeltreppe in meiner Frucht gefunden. Hallo, hallo, hallo. Ich bin die Treppe runtergefallen. Okay. Hat jemand, ähm... Das ist die Box, in der wir uns befinden. Box in der Box. I'm living in der Box. Ich bist ja raus. Rusty Lake, Mental Health and Fishing. Okay, das hängt also... Ich wusste nicht, dass das alles wirklich so zusammenhängt, ehrlich gesagt. Wir sind in einem Umzugskarton. Ich wusste, dass es so zusammenhängt. Ich bin schlauer als Moggy. Das stimmt. Oh, ja, die Noten haben wir gesehen. Ähm... Ja, gleich. Oh. Okay, mal, was haben wir da? das habe ich schon gut funktioniert wird es gut okay wir machen erstmal die erste reihe zwei haas dann 2 ds er ist kein haas ja aber das versteht man nicht die mittlere reihe so dass die noten durchgehen und dann die zweite oberste reihe so dass die durchgehen noch mal das versteht der links an dem kamen sind doch die buchstaben soll daran nicht okay das wusste ich nicht einfach mal ich dann wäre ja wenn du ihm jetzt die noten sass so hätte sie nicht allerdings nicht drin stehen würde ich habe keine das habe ich nicht gesehen sorry also ich weiß noch die noten sind glaube ich das komisch dass sich der hintergrund bewegt ja auch los weil es mit vorletzter reihe von unten genau das ist auf der reihe ist seltsam weil die sache das ist ja hat sie an der wand so floten was das sollen jetzt die aha das ist ein gs unten das erste ist weil du dieses kreuz das wir sind ein rabe so viel weiß ich schon mal was ist denn jetzt was machen wir gerade ich dachte irgendjemand von euch wird niederschreiben was ich nachspiel muss da stattdessen reite damit wie gut ihr noten kennt ja ich kann nicht gut ich meinte ich krieg's noch hin und verlieren es gut gemacht ok ich sehe schon screen aber konnte nicht wenn da draufklicken auf die lines ja wahrscheinlich ja es war dd nachmachen ne das ist schon falsch cdfg h in der mitte du kannst doch einfach morgen den screenshot zeigen und er kann es nach dem screen hat er doch gezeigt ich dachte wir werden hier ein zweitöne höher jetzt denn d d d d ja noch weiß ich sehe es schon nur so zum teil ok ja ja das ist dann aber zwei b dann haben wir ein gs also dieses kreuz und dann das g her und ihn ganz unten oder fast ganz unten da so schon ein bisschen höher ja ist richtig richtig ja ja dann noch mal ein b d d d das ist immer falsch das idee ist jetzt ok ja ja die anderen b nee da sind doch ein b das ist das genau ja dann haben wir also das ist sozusagen gespiegelt das von der anderen seite noch mal genau dass das genau nein nein das ist anders stimmt einfach nur normales ein runter noch hier dann ist das ist ein runter ist auch ein zurück zwei zurück jetzt war ich richtig dann darunter das also geht okay ja ja das ist dann ja jetzt mein gott dieses rätsel ich will jemand sehen der da so eine screenshot macht ja ja wenn man nur klavierspieler vielleicht ja ich kann nur nicht lesen aber es gibt ja ein prinzip dahinter also ich muss dann auch immer noch von geode ja ich sehe immer von unten c d e f a hier mal so hallo und also ich persönlich bin ja vertreter davon ich wollte von er und man schon oben fischen ja ich nicht groß warum nicht ich mag ich mag die will ja nicht da gesichter sind mit das wichtigste ich mag reden denke ich wenn wenn ich einsam wäre in der situation und ich mag brüste also bin ich zufrieden weißt du der eine hat aber das ist ja also mit johnny mr crow ich meine die brüste sind brüste sind nur ein bonus werden wenn sie möchte ja ok würde mich nicht wenn man domino spielt ich würde mich als immer dass sie eben domino day nein wir haben schon verstanden wie du nur geht also ja ja das neben dem ich will ich will sprechen aber die domino ist ein dass man die so hinstellt und dann kann man die so umkippen ja ich dachte ich dachte dafür sind da ich glaube ich muss da sind ja auch also was heißt sie sind dafür da also es ist als ein altes spielzeug da ja man muss halt kreativ sein und herausfinden was man damit noch so machen kann das wie mit mario kart wo man damit gleich schon anfängt verstecken zu spielen so denkst du ja ja was ich einfach umwerfen würde ja guck mal wenn man die so hinstellt dann können kann man die in so einer reaktion um die fünf rechts könnte da reinpassen oder er und die anderen die traditionellen mönche oder was das sind das ist bestimmt so ein traditionelles spiel ich schüttel einfach den kopf was die jugend schon wieder neues ausgeheckt hat diesen komischen domino kettenreaktion eine kettenreaktion die nur zur anarchie und verwüstung führt wenn die so weitermachen die länder sind faul gott du hast doch die vier und die eins da oben links wo vier und eins oben links naja das ist auch schon ansitzen ja die kann ich da ja da geht es ja schon noch nein warte geht es ja schon nach oben nein 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 du kannst du das ist schon gut in der mitte kannst du die ansitzen meint ihr es gibt noch eine andere also irgendwo so eine lösungshinweis oder so da haben wir die steine überhaupt fehlt uns vielleicht einmal schauen ehrlich gesagt verschlossen übrigens was habe ich mit dem bitte wanda und ist die schon aufreißen die über so ein blub auf pulsiert therapie und anderen ihr da die wand der nadel streichholz nein was geblitzt in dem schlüssel meinst du die nadel kann man mit dem fisch verbinden okay man er will was in die hand lecker mit den löffeln liegen das glas schlagen und wieder halten der ist wirklich ungeduldig füll es auf machen die vielleicht alle geräusche in die hand an das rätsel ich liebe den gedanken dass du nach oben schaust doch ist einer ton oder das war als hättest du gerade als jetzt angefangen zu schneiden und du mit zunge raus in den himmel ja die nadel mit dem fisch irgendwie sagen wir kommen aber da habe ich das nicht gesehen vielleicht bestimmt er nein ist für wir stimmen nicht viel daran klemmt schlüssel nein schlüssel der will sicher nicht messer und papier auf dem zettel stimmst du mir nur rätsel drauf irgendwie sieht das da und jetzt aus als wäre es einfach nur so ein point and click such mit dem domino rätsel drei in einer reihe ok das was anderes messer da ist das wieder dass ein aufschnitt das sind halt auch so ich lieb dass wir das jetzt zusammen am stück spielen weil man jetzt wirklich guck mal das ist wieder dieses bild ich mag dass man es jetzt aus der perspektive von habe ich sieht und ist so leise ich habe gedacht wir sind aber wir sind natürlich ein papagei erhöhle mal die lautst du mr crow nicht ich dachte du fragst einfach ob er ihn leiden kann kann mir denn den ton ändern magst du fisch muss meine zigarige ich wollte gerade sagen ich erinnere mich doch richtig dass man dem fisch eine gibt das passt irgendwie an doch aber wir haben streich als schachtel der sand sagt clever so mein fisch ich habe es gewusst dann genehmige dir meine kubanische ja mal ein zog nicht ziehen nicht ziehen zigarren paft man das ist fisch ich glaube der kann nicht auf lunge ziehen das messer und nicht der hat nur rumgebobbelt das kann ich ja mit dem besser öffnen drei in einer reihe okay moment warum kommt mir das so bekannt vor moment wird den zettel dafür ach ja meinst du man ordnet einfach zwei drei fliegen okay niemals drei in einer reihe schon kommt ein geheimgang okay so das wird folie du magst der professor layton habe ich gehört dann habe ich gute neuigkeiten für dich ich versuche es einfach mal auf gut glück das sind der dritten reihe von oben hast du schon drei fliegen ich weiß nicht mal worum es geht okay die schwarzen kann ich nicht ändern die sind da fest immer okay und die fliegen kannst aber den ein wurm ändern und dann kannst du ja da ist ein frei warte mal pack hier noch eine fliege rein wir hatten doch Hinweise dafür oder sagen nur dass du nicht drei in einer reihe machen dürfen dazu genau das ist gut schon mal jetzt verstehe ich das machen wir einfach mal weiter und schauen was passiert ja ja mal sehen ob wir es verhindern können ja gut ja du hast drei würmer in der fünften spalte da könnte er keine fliege hin da muss eine fliege ganz oben mach mal in der zweiten reihe vorletztes feld mach da eine fliege ach da das war perfekt rechts zweite reihe genau da ist noch irgendwo ein fehler ja oder es gibt noch mehr regeln die wir nicht kennen dürfen die vielleicht auch nicht diagonal sein never three in a row never three in a row nö nö ok es geht nur holz und taunt vertikal aber ist egal wie es dürfen nur keine drei sein aber oben steht drei fliegen und drei würmer aber warum steht es da nochmal erwähnt oh oh ja jetzt ach ja das macht viel mehr Sinn ok ok wir brauchen überall drei würmer und drei fliegen ja da kannst du ins allererste feld ganz oben rechts eine fliege reinpacken ich würd's woanders machen nein anders von links genau genau also oben links zweite reihe ist gut dann müssen wir hier wieder dritte reihe dritte reihe brauchen wir einen Wurm da kannst du ganz rechts einen erstmal machen oder in der nee gar nicht mal ja doch na doch machen wir ganz rechts nee wir haben doch das rätsel jetzt was wir müssen nur unten die letzten beiden in der ecke müssen wir tauschen und dann haben wir es warum nein nein ganz unten rechts die beiden tauschen einfach und links dann eben auch links dann eben auch tauschen neben made genau ok das ist echt mori war in schweren schuhen wenn alle irgendwas reden da kann man nicht reihe leuchtkäfer das haben wir bekommen zwei leuchtkäfer zwei so ich dachte drei willst du ein leuchtkäfer fressen oh es waren drei ja was machen wir mit den dreien überhaupt will jemand von euch leuchten können die dann ins glas rein ne ne er kann beide hände hochheben hm da musst du dir die zigarre wecken du meinst er hält sich er kann sich auf den schnabe halten ah nein das ach Gott das ändert alles nichts kannst du die leuchtfliegen ins glas reinpacken ich glaube nicht das heißt unsere einzige option ist gerade domino spielen oh Gott was ist das mit diesen dummen rätseln hier aktuell ach je ach das ist eigentlich das schlimmste gerade bisher wir haben da drei rechts das geht ja dann die vier fünf da mal reinziehen und dann haben wir die ja ne das geht nicht und das müssen wir gucken wo der Fehler hier liegt ich habe aber eigentlich fast das Gefühl das obere war eigentlich gut aber das können wir ja aber gleichzeitig ging das unten nicht auf also kann es nicht so gut gewesen sein pack mal die zwei und vier unter die sechs und zwei welche zwei das ja nein also die andere zwei und vier die vertikale und daneben die die andere zwei und vier die du gerade weggetan hast aber das nee da daneben daneben ja daneben okay weil dann sind da vieren weil ich habe immer das Gefühl da müssen die vieren rein das ist zum beispiel jetzt sehe ich an sich vier und sechs daneben ja wir haben jetzt die 4 1 oder die 4 5 ach die 4 4 war ähm nicht vertikal die 4 6 vielleicht links neben den 4 2 ja wir haben die 4 6 4 5 machen wir die 4 5 dahin genau dann die 5 1 und dann die 4 1 und dann die 4 1 und dann die 4 1 4 oh das okay jetzt sind wir auf dem richtigen das fühle ich das ist nämlich hier dieser knapp und die 1 4 ja da war oben wirklich alles richtig na gut dann äh deswegen habe ich sie so hingelegt dass wir es ganz schnell nochmal wieder herstellen können dann die 1 4 ja wir haben jetzt oh der johnny hat sich zehn minuten zeit genommen die situation zu analysieren und dann war er zurück abgegoogelt wer nicht papier fragezeichen das habe ich mir gewünscht schnabel nimmt die hand hoch sie raucht die zigarre und hat das bein über kreuz oder er mit schönen worden oder er stimmt auf jeden fall ex beide sind schöne beine ich mag es dass das mehrmals anzünden muss das angeht beine über kreuz oh die beine sind auch noch moment anlass ohne kreuz die kann man ja manipulieren genau so der wein aber wie viel brauchen wir jetzt müssen wir musik spielen diese video oh jetzt ist die musik anders und wir müssen genau die musik so spielen wie der vogel diese video rein die jetzt ja die wir zu viel machen die sind immer geprägt von diesen ooooh moment wo alle immer hoch und Himbeereis oh ok also ein Himbeereis haben wir in diesen playthroughs noch nicht gebraucht doch zweimal ok also zwei 16.mondnoten dann eine viertelnote mondnoten dann ist das nochmal eine vierte note nur umgedreht soll man das wirklich so oh ja so genau und dann noch einmal weniger so viel ja ja und dann noch einmal ganz voll oder ich bin mir unsicher nein shit das hätten wir gebraucht das war ganz voll ah ok ok was wir jetzt nochmal wir haben mit ganz voll angefangen bing nee haben wir ich glaub schon ich schau nochmal nach ja 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 was war jetzt die zweite dann das war die Mitte ok voll Mitte weniger dann nochmal weniger dann nochmal ganz voll voll Mitte und dann immer weniger dann nochmal voll ich vertraue euch ja und nochmal das klappt besser als erwartet ja yes stark huh das war eine geburt was haben wir geschafft es war w könne eine stimme sei rüber geworfen na wie ich hab das was sage ich jetzt in dem seien wir sind nicht w w w w hat uns eingesperrt w w warum w w w silhouette von draußen ist nicht unser schatten w 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 im r prosper mit den nadel festmachen die höchbew revenues okay dann hier hoch das geht glaube ich mal eigentlich wir ziehen um ich glaube das steht da therapie und angeln sind wir sonst auch nichts weiter damit da waren wir auch schon drin wir haben das messer und wir können die frucht aufschneiden oder nein da waren wir ja schon drin da war die treppe drin ich würde gerne mal eine frucht aufschneiden was haben wir aber die frucht auslöpfen theoretisch das war das andere wurde hier das waren die das brauchen wir beide nicht mehr dann müssen wir irgendwas mit den käfern machen ja wo wollen uns die glühwürmchen hin wo ist denn die freiheit schattenhassen licht ich muss sagen ich brauchte den teil mit sehr viel abstand am wenigsten das ist nicht sehr intuitiv ich finde das mit den decken nämlich viel cooler die teile ja das stimmt das domino und insekten ding ist nicht so freund und klick mäßig es war mehr so ein rätsel dingens case 23 war mehr so ein rätsel dingens bumms kapitel 1 und 4 meiner langjährigen arbeit als kommissar hatte ich noch nie so einen seltsamen tatort gesehen schon betritt des raums wusste ich dass es hier um mehr als nur meine leiche ging der tatort aber wir sind wieder herbst 1971 aber ich erinnere mich hier an das war aber kein wort das hängt so gut zusammen jetzt wenn wir alles untereinander spielen merkt man das so gut ich meine auch zuerst alle beweise es ist nicht so als wäre es einem vorher komplett entgangen oder mir ist es komplett entgangen sondern es ist sehr viel deutlicher zu sehen beziehungsweise ich wusste es irgendwie die gleichen charakteren sowas sind da ich wusste nicht dass du direkt auch die gleichen daten sind ja 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 doch also ich wusste die daten natürlich nicht aber ich wusste dass es wahrscheinlich so ist von den entwicklern was auch immer das bedeuten soll aber geil der schreibmaschine eingeben das war das war ein kreuzfahrt rätsel ich dachte früher mal dass es das heißt das ist latein für papa kreuzfahrt rätsel auf die zwei auf die zwei auf die zwei stand ja sogar parrot die lady des sees wie heißt der maler der ladies of the lake ich meine wir haben eh noch nicht also ich liebe die tablete oder die tapeten sind so super es ist nämlich bisher entscheidend ja das war also meine oma hatte solche tapeten was dort im telefon auf dem tisch die sind aus den sieben ausland oder warst die zeitung mit irgendwie siebziger oder fünfziger ich weiß nicht mehr wann die genauso richtig in waren aber siebziger siebziger ich denke eher sechziger die tapeten die tapete matroschka so ein bisschen vor den sechzigern matroschkas waren ja ok matroschkas sind cool ohne rosen oder piks ich nicht ich glaube die gebe ich ihr wir müssen jetzt noch offen lassen wir noch offen die brauchen wir ja damit wir wissen dass da noch was rein was passiert perfekt fisch das ist der fisch blut das ist bei ihr ja morgen hatte den böses ei oder nein das war falsch habe legt das böse ei es ist schwarz als ist das böse nee nee wir wissen ja das da war der böse würfel drin den schluss bekomme ich er bekommt nichts setzt euch wieder stellt mich so sehr warum haben sie immer alles in den schränken abgeschlossen wer macht sowas ich ich nicht ich meine meins ist sogar verschlossen mit so einem mechanismus das dann direkt ein gas und ein flammenwerfer in den gang setzt ja genau die daten oder in spielung habe ich verstanden wow voll cool dass du sie noch richtig ausbuchstabiert hast wurde nach ein kaktus gefragt in den kreuzvertretten zufällig davon gehe ich aus ich dachte erst mal was erzählst du da johnny und dann nachher auch warte aber das habe ich ja wirklich verstanden ja und dann esse ich einen kartoffelchip und äh verdammt neo wuchsbaum ja ich habe es falsch gesagt der ritte wuchsbaum das ist okay johnny dann haben wir fliegt nicht die schwimmen man merkt nicht dass es immer wieder so die garnele ich komm nicht hoch was kann die muschel kann die auch irgendwas oder die fliegt nicht mal drin ne stell dich vor die garnele würde in eurem nacken oh ich glaub die fliege muss da rein und das in die muschel oh mein ich kann sie auf jeden fall ein bisschen umher treiben lassen kannst du den aufwind wieder weg machen den aufwind ich kann sie entweder in der mitte lassen oder so dass die rechte in die in die muschel rein fällt oder so das problem ist sie fällt halt nicht ja wir können mal schauen äh ich ich find's voll die garnele sieht aus als wenn sie ne waffe oben kannst du den fisch oh du kannst ihn auch noch machen mit so einem kopf komm her ich schieße Hände hoch oh ja jetzt seh ich's aber es fällt einem nicht auf das sowas wie das vom fisch deaktivieren nein sowas wie die garnele oder die okay der fisch gibt okay oh jetzt schieb rüber genau warum kann die muschel auf die flosse drücken oder so also dass das wiederkehrende cube escape trope sind muss die garnele aktivieren die garnele die muschel ja okay schnell noch ein stück ja pass was da ja oh egal es hat gereicht oh was okay wir haben ein glückwärmchen erschaffen wir haben sie anvisiert gleich schießt die garnele vorsicht ich kann sie nicht zurückholen die frage ist nur was machen wir jetzt wo muss es denn damit hin vielleicht zum fisch jetzt zum fressen oder so ja er hat den mund schön offen der riecht du garnele du bekommst es nicht der hat richtig hunger wie so ne socke der fühlt es doch das klappt das geräusch war akkurater als ich es gedacht hätte das wie ich habe mir vorstellt wie es klingt wenn man einfach nur äh gerade nichts ahnend da sitzt und einfach tief durchatmet und dann ist eine Fliege da ja und dann implodiert man zum schlüssel ja lady of the lake bei lakos flio das ist der hinweis den wir brauchen ich hab dich mal einstellen richtig klicken wir an oder wir können das ding öffnen kannst du lakos flio da anklicken das ding kann man noch öffnen hier ja das nein bedroom of alz dann wisst ihr noch als wir da waren von vincent van Gogh ja da waren wir letzte folge das stimmt wo soll das bild das ja meint äh in der mappe machen wir die mappe auch nochmal oh wie und dann klick auf den namen lakos flio oh ok 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 wir können die wahrscheinlich noch öffnen oh wie cool gute neuigkeit ich hab's geschafft fett ok kann auch ein grund sein warum man zu einer therapie muss ja na dann nein kann ich fliegen bügeln nein ich würde gerne mal fliegen bügeln also das kleidungsstück stehe kann man die mappe wirklich nicht öffnen gut gerettet kannst du die dinger da pflücken ok wenn wir über alle pisten bügeln hast du das jetzt mehr geguckt merkt man dass ich Spongebob und Werner wieder nachgeholt habe ja ja was das nicht jede woche einmal ja wahrscheinlich ich merk's gar nicht mehr ich zähle nicht mit Mogi ist einfach nur ganz still und streichelt übers Gesicht der Toten was nur weil hier keine leidenschaften in eurem Leben mehr wollte ich nicht das ist auch auf mich zutrifft man könnte die bücher versuchen zu setzen ja lass die bücher machen ja das ist äh das mag ich wir machen das einfach nur symbolen und man kriegt die Symbole gehören aneinander und die Farben ja aber Mogi kann gar nichts machen kannst du bücher bestimmt vertausen auch wir müssen eins rausnehmen denke ich das schwarze da also irgendeines was kein Symbol hat das ganz schwarz muss auf jeden Fall ganz nach rechts schwarz hat nämlich kein Symbol weil es die gleiche Farbe hat das sag ich ja und was stimmt hier nicht wenn man die bücher nicht mehr machen aha du kannst kannst das Regal bewegen ja aber das können wir wahrscheinlich erst wenn ah wenn wir alle bücher weg haben der Pfeil da ne ja ja muss der vielleicht einfach auf einen ja das sieht zwar so aus aber muss der vielleicht auf einem Symbol zeigen ich kann halt nicht wirklich was bewegen gerade ja wir können ja nichts machen vielleicht spielt das noch was bist du sicher dass du die Mappe nicht öffnen kannst ja 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 mal die Mappe welche Mappe die Mappe die wir die ganze Zeit haben oi warte was hast du gemacht ich hab das äh Schild mitgenommen höh hey genau stimmt stark 042 oben steht 042 das weiß man es irgendwie mal merken müssen oh 042 äh 024 können wir mal anrufen 024 ruf mal an wir haben es mal auch okay in drei zahlen noch ne i'm calling the police hey ruf mal die 024 an mhm wo geh ich was wieso sollten die ersten drei ziffern das sein es sind nicht mal es waren es sind vierzeilen es sind vierzeilen ach so stimmt äh hallo hallo wir sind in Stalingrad ok 024 da fehlt ja noch was mhm wir noch drei ziffern danach mhm das ist eine vier ne keine ahnung also ich glaube nicht dass man das so ein bisschen zuviel ich sag grad so kurz so aus jetzt könnte man da zahlen durchsehen aber das wäre ja sinnlos ja ja also trotzdem mal an mal gucken was passiert ja warum nicht äh ok der zettel liegt da jetzt wir müssen feld anrufen wie es aussieht oder es sagen auch sein das war die sechs mongi trete drehscheiben telefon doch aber ich weiß nicht wie okay ich weiß wie die störung ist ich dachte ich muss das rüber ziehen ja so sieht es auch aus und wie geht es hier einfach nur anklicken ja und jetzt die passen würden da fehlen noch welche also haben wir nun also gibt es noch 999 möglichkeiten nein ich habe eine idee was wenn wir die buchstaben in zahlen konvertieren geht ne das haben wir zu viele zahlen wir brauchen nur noch drei wir brauchen nur drei das wissen wir nicht wie viele wir brauchen haben wir mal in die Decke geguckt steht an der Decke fehlt drei zahlen einfach so ich hätte ich hätte dich rausgeschmissen an der Decke haben wir aber tatsächlich mal geguckt hast du auch mal an die Decke geguckt wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt an die Decke guckt was seht ihr ein Deckenventilator der Maeve der weiß wie man lebt ein Deckenventilator ich sehe so ein Riss in der Tapete die sozusagen an der Decke ist vielleicht müssen wir ja irgendwann äh abspielen was auf den Dingern steht deswegen die Zigarre was hattest du mit der Schreibmaschine auf sich es ist best typewriter oder müsste man Crow eingeben und ich würde auch gerne mit der Zigarre was machen vielleicht ist das was am Ende ja dass wir was anzünden ich kannst die Mappe da oben ist so da oben ist so eine Taste das habe ich versucht ihm schon seit ewig ja ja Bulli will die ganze Zeit dass er die Mappe öffnet da bei dem Pfeil oh danke finally oh ähm ah da sind sie ja oh das sind die Höhen ah ok 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 oder? ja das ja ach soll ich screen warte mal ich screen schon das ist gut ich hab mir ja schon einen gemacht ok ist das so ich sehe noch nicht ganz wie das wie das gemeint sein könnte ja ich auch nicht ja ich auch nicht ja eben die die Symbole sind nicht alle gleich hoch und man kann die scheißbücher nicht verschieben ja aber die sind auch die die Symbole sind auch nicht so wie auf den Büchern ist das Ding und da sind Motten das Symbol gibt es glaube ich auf den Büchern nicht naja das stimmt und Fische und so ok ok da hat jemand rumgepfuscht aber den Screenshot haben wir trotzdem schon mal ich stell mir die Matroschka zufälligerweise ich stell mir die Matroschka zufälligerweise aber gute Idee was mit dem Kaktus da oben da hat was ja noch nichts gebracht oder können wir hier mit der Zigarre reinfackeln oder so aber wir können das fester einfach so ich glaube das war nur ein Achievement 1,8,5,3 schade rein in den Achievement das versuchen wir trotzdem ich habe nicht zugeordnet wofür die gut sein können ich dachte es wäre einfach nur für ein Achievement oh Moment 1,8,5,3 schade ok was ist denn mit der 8 los das ist eine gute Frage sind die generell alle ein bisschen auf Center die sind ein bisschen Crooked nicht zu verwechseln mit Cricket er ist Crooked man und das ist wiederum nicht zu verwechseln mit Crooked was man im Garten spielt er ist Cricket wir haben es immer Cricket genannt aber Cricket ist ja eigentlich was anderes hast du die Zigarre rein schon was oder noch mehr fliegen? Cricket ist doch dieses australische Baseball ist das ja britisch? oder nicht? kann auch sein aber Australien ist ja auch eine Kolonie in die Mappe kannst du gar nicht irgendwo hinlegen die kannst du nur öffnen ne leider nicht drück mal auf die Frau mit der Zigarre du kannst doch nicht einfach die Zigarre auf die Frau drücken oh das funktioniert das kann ja doch hey Moment Moment da kommen wir einfach nur die Symbole von der anderen Seite nein nein das ist auf der Rückseite jaja aber müssen wir spezifische vielleicht sammeln ja guck das ist nicht spezifisch oder so es ist einfach nur Löcher jetzt hä? au mach mal nur die frei die auf die Löcher sind vielleicht aber dann müsstest das ja resetten können gucken wir mal ob sich das resetet ja dann kann man damit nämlich das spezifisch wahrscheinlich machen ok ja es resetet sich ähm dann vielleicht wirklich nur die Bücher Symbole ich weiß nicht ganz wie ich mir die merken sollte ne du kannst ja immer blättern oder nicht ich kann nicht zurückblättern hm also siehst du ich kann nicht äh ja ne scheinbar nicht Screenshot na vielleicht brauchen wir das aber auch noch gar nicht oder? ja nein das äh ich seh noch nicht ganz inwiefern uns das wirklich weiterhilft hmm 024 Finish the puzzle, call the number below and say the word ja wieso filmst die drei win an exclusive trip to rusty lake mental health and fishing finish ja kannst du nochmal die ganze oder für ne hm hm warte mal mental health and fishing haben wir da ne nummer? auf der pinwand? ach gute frage ne schade das ist der dumme zettel der ist immer da aber er ist nie für irgendwas gut ja soll er denn? können wir nicht die auskunft anrufen? oder san? mh ne hallo können sie mir ne nummer geben? das noch nicht hm oder wir müssen das als telefonnummer noch dazu nehmen ach du hast du schon mal in den schrank geguckt? ne der ist halt ja die einen können wir öffnen den anderen da hab ich reingeschaut aber die die tür da links ist verschlossen hm was war im kaktus oben? ob wir vielleicht das ding bügeln können die mappe oder so ich kann die mappe nicht hinlegen oh ich muss doch bestimmt hier irgendwie jetzt noch mit denen das problem ist dieses äh kreuz also das ähm christliche kreuz haben wir nicht bei denen ok pass auf siehst du das? ja oh hä was machst du? ah man muss es einfach jetzt jetzt das äh das ganz linke warte hm oder? wir müssen äh mit den äh nach den farben vorgehen und die symbole ne? naja irgendwie und dann am ende dann irgendwie zu dem ziel kommen ja stimmt ja dann fangen wir mit schwarz an dann haben wir das schwarz-weiß dann macht das schon gut oder? oder ja äh das geht's noch nicht weiter ähm ja doch warte nein warum hab ich das wie hab ich das weiß überhaupt schon hoch rum das muss ganz am ende also das muss auf jeden Fall ganz am ende ja wißt du was ich fang damit an wie wär's damit? oder so jetzt ist die frage das stört mich nämlich au und das ganz linke muss natürlich zum schluss naja das kann gut sein naja das kann gut sein mein Versuch das ist noch zu früh für gelb hm wir kommen auf den grün ich würde immer noch mit schwarz anfangen ich würde sagen schwarz ist schon sinnvoll ich würde sagen wir fangen mit schwarz an und versuchen dann mach das jetzt dann mach das weiß jetzt ganz links theoretisch müsste es ja in seite Richtung also es müsste ja vorne wie rückwärts funktionieren eigentlich wenn wir jetzt damit anfangen oder aufhören jetzt ist die sache ähm wir könnten das weiß blaue nehmen ich glaub das weiß gelbe das ist einfach das hat gar kein weißes wird geskippt weil es unten und oben orange ist oder? das könnte auch sein oder es kommt wie gesagt später ja ja das weiß blaue jetzt dann dieses andere blaue und dann die ganzen braunen so dass wir wieder bei weiß ankommen die roten genau jetzt dann die äh dass wir wieder bei weiß ankommen ja shit das war ok ich kann's wieder zurücknehmen das volle rote ja genau wollen wir das machen? nein wir müssen ja erst noch das andere rote mitnehmen will ich fast sagen ich nehm aber wir kommen jetzt zu diesem weiß roten ja da wollte ich ja hin pass auf da rüber ja oh das weiß rote im moment äh das hab ich nicht bedacht was hab ich da zuletzt gemacht? oh nein ich kann nicht weiter zurück das gelb rote vielleicht hast du zuletzt gemacht ich ich will ja wieder zu dem rot weißen damit wir von da wieder zum weiß gelben und da dann zu den grünen sind dann sind wir fertig so meinst du? blöd ist er dass wir jetzt auch noch dass wir rosa nicht die rosa die rosa mussten da irgendwo dazwischen sein naja ok naja aber müssen wir können uns doch an den symbolen orientieren welches als nächstes kommt oder nicht ach meinst du? ja aber wir haben manchmal zwei und dann auch noch mehrere farben ah nein die symbolen sind immer die gleichen bei den farben auch ach so ja stimmt oh ja das ist einfach nicht überhaupt irgendwas aussagen wie wir vielleicht ja dann ok wir haben hm das ist bei among us ja auch hinzugefügt worden beim kabel minispiel dass man da auch symbole hat falls man mit farben Schwierigkeiten hat jetzt ist vier jetzt haben wir jetzt haben wir zwei rote die wir einfach so oder so machen können denke ich oder wir müssen jetzt einmal zu dem pinken rüber und dann nochmal zu einem roten rüber ja ich glaube auch inwiefern jetzt ja ja und jetzt das rote wieder ne 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 geht in die mappe und das ist auch die mappe auch gesucht wieder da sind die symbole ja aber das ding ist wir haben tatsächlich auch die zahlen ja guck mal an die wand 2 von den fadern und von den fischen gibt es eins so das könnte auch seine ein fisch eins von diesen drei ersten schmetterlinge drei schlagen nach unten das ist es nicht so viele symbole ja guck mal die pinnen kurz ja die zwei ist eine hand die drei ersten gebäude ist es ist in der mappe irgendwo drinnen oder warte gebäude und noch leichter ist ja die hand abfackeln ja das problem ist ja da mit der beiden händen symbole 2 und wir haben auch nur zwei bilder von also nur zwei bilder von vier das ist die rechte hand also die rechte hand das ist dann der pfeil nach unten und das gebäude welche nummer ist der pfeil nach unten ist der nur zwei zwei rechte hand ist die zwei wir schauen uns das gebäude noch mal an ich glaube wir brauchen mehr mehr papiere kann das ja heute mit dem turm das müsste die kirche sein ja okay das ist die drei kann man jetzt brauchen wir noch zwei weitere hinweise und dann müssen wir das noch zählen nein okay ach so okay genau so erkennen wir welches symbol welches ist okay 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 ja ich dachte man muss da eine zahl eingeben aus irgendwelchen gründen so das heißt uns fehlen noch die zettel komm schon garneli du hast doch noch was für uns hier aber wir können doch mit dem kaktus was machen da war ein zettel dahinter ich versuche es warum haben wir noch die fliegen das irritiert mich am meisten kannst du den mund öffnen das heißt danach können wir auf gut machen wir den rest auf gut glück so wie üblich was ist mit dem sofa da war irgendwas drin da war glaube ich auch ein zettel drin so würfel ist ein der reis mit einem punkt richtig kreis mit einem punkt wollte ich sagen ein auge ich meine wir könnten uns auch vorstellen oder merkt es nicht also ich kann es einfach durchprobieren ja werde ich an dem punkt auch machen ich glaube ich weiß gar nicht ob man es bei einer rund das war nicht dass man es machen soll aber ich frage mich ob es geht klar wird das gehen ja also das andere ist dann das fadenkreuz sie genau das fadenkreuz pass auf wir müssten bei irgendeinem davon wahrscheinlich doch anders rum gewesen fadenkreuz und dann nach unten in der fall noch mal die mappe auf das müsste doch gehen hans war zwei gebäude war drei zwei ist also fall nach unten und drei ist das war der fadenkreuz es war ein anderes faden der kreuz also eins war der nippel ja zwei warten und nach unten dann ist das fadenkreuz nicht das sondern das andere genau das und jetzt komm schon jetzt wird telefoniert jungs 0 2 die 70er haben angerufen sie wollen ihren mörder zurück 1 5 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 6 5 5 hallo 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 hier spricht kommissar del van der meer ist hier rusty lake das ist rückwärts schicksal sicher dass ich niederländisch ist ja es ist rückwärts niederländisch der platz bereits belegt was soll das überhaupt erst wenn ich wissen ob du es weißt dann wenn du es weiß dann ja das ist sowieso zu spät ich glaube weiter schon nach oben ich meine oben war nicht halbverkehrt und hier kannst du vielleicht wollen wir jetzt nach oben schauen jetzt schauen wir noch ein bisschen voreilig ich hast du es wenn n64 motten unterwegs sind 1 421 ok danke ja monstig sind verbrecher motten danke ihr kapitel 2 die ermittlung monatelang konnte ich an nichts anderes denken als an die geschehnisse die sich nach dem fund der toten frau ereigneten was ist was die leck ich sammelte alle mögliche informationen und verschanzt mich in meinem büro ich wollte mehr russi lake und diese mysteriöse frau herausfinden los geht's ich auch die musik die ist chill investigativ fenix wright ist gerade bei sehr müde aus bei seiner arbeit wahrscheinlich das wort gefehlt ja wie nennt man das in seiner kanzlei so also in der kanzlei reide partner genau ist dass der ich weiß nicht wer das ist ein 1 1 tageslicht projektor ich weiß ich habe die teilweise unpopuläre meinung dass die dinger besser in der schule sind als beamer weil beamer unfassbar nervig sind ok er ist denn wie sie wer ist für klima niemand ist für beamer es geht um leute sagen immer man soll mehr beamer und so was ein es geht um smart boards mich um die sind aber genauso schrecklich nein die sind wir konnten die schüler nicht umgehen ja das kann ich bestätigen als man gegen am see entlang sie konnten als er zum müde kam lieb die zeit stehen über dem sehr schienen zahlen blick mal also 1000 als ob irgendjemand denken okay ist besser als ein overhead der ist so viel da kann man schreiben so wo ist der man wir haben dann wir haben ein barbiermesser das ist das zählt das ist dann männlich oder kann sich rasieren da ist diese lampe da ist diese grüne lampe ich fasse jetzt erst mal einen kaffee ich glaube da fehlen auch ein paar andere leere kaffeekanne ich glaube da fehlen auch ein paar andere zenten diese grüne lampe die ist jeder kennt die aber warum was wollten wir noch mal auf die und damit meine ich nicht den raiop rapper wie kann die jetzt auf pro stand in der feiten kapitel äh ok komm jetzt jetzt geh mal weg jetzt geh mal weg oder so nein was ist wenn wir die keywörter von dem einen dinge eintippen müssen papier mit zahlen auch jetzt wird es ernst morgen schreibt mal typewriter auf dem typewriter einfach nur weil das würde mich wirklich glücklich machen ich glaube die musst du auf den projektor legen oder oh würdest du mich glücklich machen morgi ich finde es jetzt schon lustig obwohl ich überhaupt nicht weiß worauf das denn ausläuft das ist eine note offensichtlich mit augen oh nein oh das ist fulig oh ist ne nasengebiet oh ist ne nasengebiet ich hab dich verstanden ich hab dich verstanden da gab es nichts zu verstehen oh ja du kannst dich wirklich rasieren das ist ne saubere rasur mein freund nimm ich ein Bart schön glatt und so trocken warte mal hast du die haare in der spüle vielleicht ohne schaum das wäre clever nicht schon die spüle erneut ja nicht verstopfen oh nein kennt ihr diese siebe die da immer davor sind und das auffangen richtig dumm wofür sind die da nicht die die hindern nur die haare daran in den abfluss zu gehen ja die sammeln mit einem und wirft ihr den Müll einmal du sollst die haare auch nicht da runter ich weiß ich hab nen tiktok gemacht du machst doch nicht das oh oh und jetzt die katze oh die ist mir nicht bekommen ehrlich gesagt du musst dich streicheln oh Junge die ist komplett drauf hm das ist nicht gut bist du am Marker schnüffeln ich glaub die hat schon ein bisschen zu viel hm leg da was drauf ich will was an die Wand die kommt gleich raus und frisst aber wir haben keine Folien ja was wir hatten ja sowas von ne Folie jetzt dreh dich um nein aber du kannst jetzt mit dem Marker geh weg dreh dich um dreh dich um ja da ne doch ja ja kann ich das weg machen oder so ach so mein Freund ach das ist Spongebob ein bisschen ja ok nein es sollte nicht wirklich Spongebob werden aber es sieht so aus sei nicht wie wir beide Mogi verbinde bitte die Zahlen richtig Fuli und ich haben das gut gemacht wir waren Profis wir haben in Takes Two gespielt und haben es ein wenig verschillt was ist das warum machst du die super gerade ok wieso sollte er außen rum gehen dann legt man die andere Folie auf ich mein damit er nicht durch die andere Zahlen durch geht ja schon aber dann ist es ja eine willkürliche Form ja ah und ich mag ich mag keine willkürlichen Förmchen ich mag nur kolorierte Förmchen ich glaube wir haben eine ganz deutliche Route an dem Punkt wir gehen zuerst zur Kirche und dann zum Wald und dann gehen wir irgendwo hin ins Fluss dann zur Höhle dann zur Mühle dann in die Berge dann keine Ahnung oh warte mal das ist das was wir da ja wir haben wir haben wir haben ne wir haben ne oh hey die Katze hat was hinterlassen oh warum willst du den Rest mitnehmen wie heißt wie heißt das nochmal Gewöll oder so das war scheiße ne das das ist bei Eulen das können wir jetzt bewegen richtig nein nicht richtig shit warte ähm die Story nochmal ach da hier die Zettel die drei Zettel da ansonsten vielleicht mal einfach die Buchstabe old man walked lake haben wir sind wir ein Mann und ein Lake auf dem also lake mill stoppt dann die Zeit an hä ich hab auch vielleicht muss man die unterstrichene Worte in den Typewriter schreiben aber ich hab auch keine Ahnung wir können aus dem Ei vielleicht Kaffee machen ja ich mein wenn das jetzt funktioniert hätte hätte ich was hätte ich hier gesagt haben das kann schon sein man muss es ja ausprobieren ich mein Kacke vielleicht Kaffee machen eben wie ich die Spiele kenne packen wir da irgendwie Asche von dem Verstorbenen rein oder so ja ne deswegen ja A und C stand doch grad eben da auf der Wand ja ja klar oh das ist dann die Nummer der ne warte wenn das die oder das ist die Nummer der anderen Folie das ist die Nummer der anderen Folie genau die Mühle also der Ort wo sich die zwei Wege kreuzen greifst du mal die Mühle die Mühle ja 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 geh nein geh zum Projektor geh zum Projektor äh yeah wieder rein da wo die sich kreuzen und die Mühle da die Zahlen brauchen wir also mach mal ein Kreis um die Mühle rum die Wege kreuzen sich mach mal ein Kreis um die Mühle rum da kreuzen sich die Wege schätze ich oder da ne ne schau nochmal nach zwischen was sich die Wege kreuzen müssen was müssen wir verbinden oh oh ich kann mach die Zeichnung mal weg zwischen Kapelle und Brücke genau zwischen Kapelle und Brücke zwischen Brücke und zwischen Brücke und weißt du doch okay okay verstehe wir müssen Linie zwischen Kapelle Brücke äh Brücke Hütte und Kapelle Höhle machen also ich würde es auf jeden Fall erstmal nochmal neu zeichnen nein 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 das ist super unsauber Morgi wir haben 6 und die 4 siehst du du willst erst die 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 Dinger verbinden und dann brauchen wir die Zahlen und dann die Zahlen drauflegen genau leg mal die Landkarte drauf leg mal die Landkarte drauf okay 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 ich habe so einen Gedankenblitz deswegen habe ich gerade ein bisschen das an mich gerissen genau die Mühle würde aber immer noch für C passen und jetzt kreisst du die Mühle ein die Mühle das ist nicht das schwer so jetzt die Kapelle und die Brücke einmal verknüpfen äh genau eine Linie ziehen zwischen den beiden Kapelle und Brücke wirklich? ja dann eine Linie zwischen Kapelle und Höhle das ist da oben die Höhle genau ne die meine ich nicht aber das müssen wir auch machen glaube ich das ist die Höhle das ist nicht die Höhle da ist die Höhle warum hat denn niemand nein gesagt? ja weil ich dachte du meinst das also ja ich kann den Mauszeiger nicht sehen nachher das ist die Hütte ah wie war das Höhle und Brücke auch noch ne? weiß das nicht mehr ich glaube ja lass noch mal nachgucken kann man eben kurz nachgucken ja höh ich schau nach äh äh also zwischen Kapelle und Brücke Hütte und Brücke Höhle und Mühle noch ah und Kapelle und Höhle jetzt Höhle und Mühle noch ihr habt das? ich glaub schon ui Höhle und Mühle auf jeden Fall umkreisen ja also Mühle haben wir ja schon nein nein Höhle und Mühle verbinden ne ne verbinden oh ok 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 äh dann war das Brücke und Hütte ne? Brücke und Hütte da oben ist die Hütte warte Brücke und Hütte haben wir doch schon achso die Hütte ist dann so oben rechts genau ja ja genau so und jetzt haben wir es das war die Kapelle was ich meinte ok ja dann kommen wir jetzt die Zahlen hinzu hoff ich das hoffe ich jetzt auch dass das ja ja also 4 6 4 und 7 6 4 und 7 genau jetzt ist nur jetzt also die 6 ist die C genau also ne und jetzt 4 und 7 müssen wir erstmal gucken was ist was ja ja ok also der A ist 7 7 7 4 6 genau ok 7 4 6 so das haben wir hier ja du hast ein kompliziertes Rätsel let's go das war cool das war ein gutes Rätsel war es auch war es auch jetzt stimmt es nicht ja ja das war das erste Mal das ich wirklich das ich wirklich ein Rätsel gefühlt gelönt also oh Jungs es ist wieder soweit es ist wieder soweit wo ist unser Fernrohr wo ist unser Fernrohr ich male sie rote an wo frier das Ei oh ja willst du mein Ei in die Hand nehmen ja die hat Lust da auf einen kleinen Snack oh ich bekomme Zuckerwürfel das ist zuckersüß von dir nice das war aber eine nette Begegnung der passt doch bestimmt in den Schaft in den Schaft ja ne das ist wirklich ein Zuckerspöckchen für den Kaffee wow was hatten wir schon einen Ort für den Würfel tatsächlich der Schaft ne das ist das einzige feckige Ding ne ja das da oben ja aber der Schaft ist ein bisschen äh groß ja und dreckig mhm und der stink ja ich mach es nicht sauber doch ich habe ich hier nicht ich schwöre hast du gemacht du machst es auch sauber weißt du kannst du von der Kaffeemaschine vielleicht die Kanne irgendwie mitnehmen ja Wasser füllen ach ja stimmt ja guter Punkt nachdem schon vielleicht braucht man Wasser für Kaffee sehr gute Idee du hast dich dann ja dass man für äh Getränke Flüssigkeit benötigt ganz genau ja jetzt aber wir haben noch keinen Kaffee doch ich meine da läuft jetzt Wasser durch vielleicht gefüllt hat das Wasser jetzt vielleicht bringt das schon was vielleicht noch nicht Kaffee aus Katzenkacke deswegen dachte ich mir machen wir das aber das ist Moment das ist Moment Moment das ist mehr Katzenkacke dass wir uns da verstehen glaub mir wir trinken jetzt die Katzenscheiße ja ja von mir aus nehmen die Kanne nehmen die Kanne genau ich glaube es war aber die Kanne ist voll es geht nicht es waren so eine Art Lemu du gießt die erstmal ab genau es gibt tatsächlich mehr es gibt einige es gibt auch Elefanten Kaffee ja genau ah ok ok aber ich weiß noch dass das mit den Meerkatzen so eine Delikatesse ist wiki aber wie gesagt da gibt es mehrere ich glaube aktuell ist der von Elefanten der teuerste oder so ja da habe ich auch was von gehört das ist seltsam weil die doch in großen Mengen herstellen können das stimmt ja die müssen halt die Bohnen kannst du nicht schmecken besonders gut und die Nachfrage ist hoch ach so ja stimmt der Typ ist ja auch da ach richtig wir haben ja noch eine Verhörung schmeiß dir mal ein Messer in ne siehste da ist ja auch da ist doch auch die Krähe dahinter das oder nicht das sieht so aus jetzt kann ich es wieder da ist ein Polizist oh das war einfach nur der Typ ich erinnere mich sah mit dir überhaupt irgendwas auf sich Fully kennt ihn nicht ne ich kenn Mr. Crow oh oh da ist einfach ein Kaffee drin ja wow ist ja auch noch eine Polizeistation aha den Kaffee haben wir immer parat Kaffee ist so ne ne da gab Cube Escape jemals 100% Sinn Kaffee ist da unten im Schrank ich mein warum sollte der Kaffee nicht da unten im Schrank sein ja eben das ist so mit einer der logischen Dinge die da jemals passiert ist aber du weißt wie weird Cube Escape ist wir haben wir haben sehr lange dafür gebraucht um einfach nur die Kanne mit Wasser zu füllen und uns einen Kaffee zu machen ja es war wirklich nichts daran erregt hier haben wir auch einen Kaffee den Zucker verdammt guter Kaffee oh 2-4-7 2-4-7 was haben wir 2-4-7 nicht schon ne das war so ähnlich 2 4 ja ich glaub ich weiß was ich jetzt machen werde nach ihm schauen sind vermutlich wir oh fuck oh das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht ich muss jemand bezahlen uff ohne Scherbe schon zu dürfen hey wie praktisch ist das genau einfach alles soll ich mal nach meinem Kollegen schauen ich hab die vielleicht hat das lieber nicht noch sein geschnitte liegen er ist mir dann abhängig ohne Scherbe damit kann ich mich ja gleich mir ja gleich die Pulsadern aufschneiden ok zum Glück hatte ich dafür noch keine Rasierklinge das stimmt so jetzt haben wir die beiden Würfel ich hab das Gefühl wir müssen noch was mit dem typewriter machen das ist gewahrt die Frage was vermutlich vielleicht ist es wirklich man walked lake mill stopped numbers man oh ja walked mill ich hab's da abgetippt für dich ja mill stopped numbers das war nicht so schwitz jetzt ich kann kein ah ok man war schon mal nicht schlecht ich nur man leg oh das war gar nicht mehr das war ja leg hoppla das haben wir das aber schon nochmal leg nein nein ich wünsche man könnte oh oh ok man dark walk ich jetzt jetzt walk ja ok leg oh das ist ziemlich cool da ist er ja da ist er ja oh da ist ja das ist sie gleich kriegen wir die nummern siehst du wo das ist ein mill 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 nicht zu verwechseln mit mill house hm da ist die müde stoppt stellt euch vor ihr habt ein fun im nachmamen und heißt mit dem vornamen auch noch mühlenhaus ja das stimmt naja jetzt numbers gib uns die zahlen da sind sie 3 9 2 ok das ist echt cool das ist bisher fast der beste teil ja der macht nicht Spaß das ist nur Kapitel 2 es ist so wie lang das ist der beste teil 3 9 2 ok stimmt das ganze am anfang gehörte ja auch noch dazu das würfelchen nummer 1 das würfelchen nummer 2 oh oh ja ok ich würde sagen Kapitel 2 haben wir damit sicher abgeschlossen oder? hast du das im Fernseher ausgemacht? oh wir haben die aliens die aliens benachrichtigt guck in die Decke aha Maeve Maeve also schau besser nicht aus dem Fenster oh shit was passiert hier bei mir? Maeve aus wow Joooooo hehehe hehehehehe hehehehehe Maeve Maeve und dann würde ich sagen wie es kurz weiter geht sehen wir uns beim nächsten Mal ja wo wir dann den Teil weiterspielen werden ich hab vergessen welcher Teil das war bis zum nächsten Mal tschüss ciao es 23 23. Ich hoffe, ihr habt euch die Hände gewaschen. Ich wasche mir immer die Hände. Ich gehe kurz. Wäre besser. So ein Schmuck. Yay! Nice. Nee, Moggy. Oh, die kannst du nicht verdrehen. Nee, Moggy. Nee, Moggy. Ja, Moggy. Jetzt kann ich sie verdrehen. Okay, das war wohl richtig. Ja, okay, warum nicht? Wir sind wieder zurück. Die Dinge kannst du doch verschieben, oder nicht? Nein, das ist beschlossen. Wie hieß der Teil? Arcel? Was? Der hat da auch dieses Symbol. Das Kapitel. Ah, da unten liegen ist das kannst du schon machen, genau. Oh, das mag ich. Ja, das ist ein PC-Spiel aus den 90ern. Ja. Das ist ein W. Nee. Also ich hatte direkt Nostalgie an... Wambo. Oh, das ist auch cool. Patterson und Findus hatten so ein wenig Spiel, wo man so Rohre... Es war eigentlich Where's My Water? Nur sehr viel früher und besser. Ich kenne das Spiel nicht, aber gut zu wissen. Ist das nicht das mit diesen komischen... Entenvieh? Krokodil, glaube ich. Da ist das komische Entenvieh, warum? Das ist eine App von Disney. Das ist es HW gewesen. Where'd My Water go, oder so. Aber wir sind doch in... Zumindest vergangen hat oder sowas. Ansonsten unten rechts die Teile einsetzen schon? Vielleicht? Oh, die gehören hier unten rein. Stimmt. Ja. Ha. Es ist eine gute Frage. Wir werden noch sehen, wo ihr genau welche reinfällt. Ja, es ist eigentlich parallel, weil wir ja diesen Case lösen. Das ist wieder dieses Bild. Ein Schiebepuzzle? Nein, das ist kein Schiebepuzzle. Alles cool, alles cool. Wir drehen die noch. Es ist kein Schiebepuzzle. Okay. Ich komm zurück. Das macht es so viel... Das macht es... Das ist tatsächlich so viel spaßiger. Ja. Was heißt spaßiger? Das ist einfach selbstlösend. Ja, aber es macht es häufig Spaß, weil man sich denkt... Oh, was steht da wohl für ein Bild? Dann sieht man sich... Oh, okay. Versteht mich nicht falsch. Es ist sehr viel besser als ein Schiebepuzzle, aber... Es ist jetzt nicht besonders toll. Das ist wie eine simple Cutscene. Vielleicht bin ich einfach noch euphorisch, weil sie herausgestellt hat, dass es kein Schiebepuzzle ist. Ja, ich auch. Denn das waren noch viele Teile. Oh, sie hat den Wür... Warte, ist das... Das ist nicht die Geburt von Jesus, oder? Nein. Okay, der Typ passt nicht ganz rein. Jesus ist vielleicht dein Würfel. Zugegeben. Oh my God. Hast du den Geben geweisen? Das ist aber nicht der Typ. Oh, das ist ein schöner Würfel. Und ihr wollt also die Nacht über, dass ihr gebärt habt, habt ihr mir immer nicht gesagt. Vielleicht denkt ihr so, was ist das für eine Scheiße hier. Und für den Sohn Gottes kostet das auch extra. Vielleicht ist das Herodes. Oh nein. So, gute Neuigkeiten. Ich hasse die Dinger. Ich liebe Puzzle. Ja, das ist aber noch... Ich weiß nicht mal ganz, wie überhaupt was hin gehört, außer die hier gerade. Ja, ja, darüber sollte man sich erst Gedanken machen, bevor man weitermacht, ist das Ding. Wir schauen, wie Junge fährt zusammenfassen. An sich muss man die Dinger in eine Reihe bekommen, sozusagen, die die zusammengehören. Nein, die gehören nicht. Okay, hier oben. Oh, man sieht im Hintergrund, welches wohin gehört. Ja. Oh, die gehören an den Rand. Und auch noch getauscht. Deswegen ergibt der Bogen keinen Sinn. Ja, aber warte, überleg doch erst, welches du da in die Mitte haben willst von denen. Da kommt gar nichts hin. Oh, meinst du? Links kommt der Messer... Ja, da ist der Messer... Ah, ach so, ja, da ist der Riff, sorry. Links kommt der Messer-Typ hin. Pass auf. Ja. Ja. Oh, mein Gott, es hat so lange genaut. Puh. Dann hätten wir das doppeltosche Schieberätsel hinter uns. Vielleicht habe ich dich auch leichter in Erinnerung, als ich dachte. Ich möchte einfach nur sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass man dafür auch nichts bekommt, wenn man das geschafft hat. Das ist echt cool. Ah doch, du kriegst den... Oh! Die Augen. Das wäre jetzt sonst echt ein bisschen... Die Augen. Das wäre gemein. Wie ein Würfel, Alter? Puh, guter Anfang, Jungs. Guter Anfang, jetzt geht's weiter. Ne, keine Ahnung. Ja und, bist du irgendwas? Oh, das mag ich. 1, 4, 8. Kreuz, Alt und... Ah. Kreuz, Alt, Ah. últ das mal. Ich will. So, ich will, Und da? Ja, am können wir, ich kann das malen geben und da wehr und da rein. Und da, ja, sind da viele YeaFys. wall неб permettet. kann mich im the historyseriativale über unsere Historie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Heute mach ich selber. Mit ner Schere. Was? Nee, nee. Vergiss es. Ja, nee. Johnny erzählt. Blödsinn. Blödsinn? Manchmal muss es einfach raus. Ich hab keine Zeit für Blödsinn. Aber ich mag Blödsinn. Kannst du das an der Röse doch wirklich nicht verschieben oder so? Mit Öl vielleicht jetzt? Oh Gott. Oh, fanden die mich an. Wisst ihr, Blödsinn und Unsinn ist mir mal eingeleuchtet, aber Nonsens habe ich sehr lange nicht verstanden, dass das kein deutsches Wort ist, sozusagen. Du bist kein deutsches Wort. Nonsens. Ich sehe kein Nonsens. Ja. Das war so richtig so, genau wie Pullover. Da dachte ich auch irgendwann, oh Pullover. Ja, das war auch ne Realisierung, die ich mal hatte und dachte mir so, oh, oh, warum? Oder Halfpipe. Das sag ich auch öfter. Halfpipe hat mich nie so beeindruckt. Nein, aber Halfpipe war hier in der Nähe so ne Sache, wo die ganzen coolen Teenager rumgehandelt sind. Ja, ich hatte auch ne Halfpipe bei mir. Also ich war dann in der Grundschule und dachte mir so, oh, die Halfpipe, oh Mann. Und irgendwann später so, was, das heißt ja einfach nur halbe Röhre. Ich überlege gerade, was hat mich denn noch so fasziniert. Später gehen wir zur halben Röhre. Oh, was mich, was mich verwirrt sind englische Wörter im Deutschen, die aber eigentlich deutsch sind. Sowas wie Handy oder Cutter. Das sind zwei Wörter, die sind deutsch, die sind nicht englisch. Das sagt kein, das sagt kein Englisch sprechender. Ja? Obwohl Cutter, bist du sicher? Ja, alle sagen Editor. Editor, ja klar, stimmt. Ich habe nur Cutter gehört. Hast recht. Im Englischen. Und genauso wie gerade kein Cut im Video sein muss, weil Fully und ich waren relativ unterhaltsam, während du weg warst. Okay. Ich war aber auch weg. Aber wir haben die Teile auch noch gar nicht eingestellt. Also war es wirklich schon dahinter. Umso besser. Die Teile kann man einstellen wie die grünen Dinger da. Aber die waren ja gerade so eingestellt, ne? Kannst du den Würfel da reintun? Ist das eigentlich ne Ölkanne? Entweder war das grad Discord oder das war Fully selber. Es klang bei mir so, kannst du den Würfel da reintun? So richtig schnell. Habe ich das? Es könnte auch Discord bei mir gewesen sein. Ich glaube, es wird das. Nein, ja. Okay. Oh Gott, ist das laut. Ich dachte, das ist bei Morgi im Raum. Das wäre ein Ballonster zum Platzen gebracht. Ich glaube, Jody macht wieder seine Dinger da kaputt. Ja. Danke für die 10 Euro, Mann. Bitte. Der kriegt einfach 10 Euro, also. Ist das Edgeworth? Ja. Das ist der DL6-Fall. Oh Mann. Kannst du den steuern, den Typen? Ne. Steuerboard? Sag mal, wenn ich fast... Glaubst du, was das ist? Ein Videospiel? Ne. Glaubst du? Das ist ein Gemälde. Irgendwas oder jemanden schneiden wir auch noch auf. Ach so. Du verschießt mit den Dingern die Rohre, diese grünen, oder? Das habe ich schon fünfmal versucht anzumerken. Ah. Du musst es sagen. Das geht sogar wirklich. Oh ja, okay. Und eine Kerze. Ich weiß, was ich damit machen werde. Ich dachte, das geht halt einfach nicht, weil es Pharma schon was unter Bann zu merken. Du musst einfach lauter sein. Ihr macht jetzt das Öl da rauf und zündet es an. Ja, das hatten wir sowieso vor. Habt ihr was gehört? Das sehen wir doch nichts. Oh, okay. Pass auf. Links. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Das ist irgendwie enttäuschend. Ich war voll bei dir, dass das jetzt klappt. Ja, das haben wir auch. Eigentlich muss das kippen. Du kannst ja auch nicht mehr anzünden. Oh, es war richtig. Oh, es war richtig. Wow. Also doch. Hey, du. Er hat sich einfach aus dem Schaub gemacht. Der Lümmel. Hey, du mit dem Bruderboot. Bruderboot. Warte. Das sind doch die Gebrüderboot. Oh, ja, jetzt ist nicht so ein Gespräch. Ich hab' ich das Gefühl. Ich glaub, das ist kein Bruderboot, sondern eher Vaterboot. Paul, willst du das? Der ist ganz schön alt. Oh nein, Paul, sprich mit uns. Oh. 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 Oh, das war die ganze Zeit über ich. Mr. Crow. Und das beendet meinen Geburtstagsauftritt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. So, wie wollen wir das, sorry, technisch jetzt, äh, lord, technisch einordnen? Das war ein seltsames Griechen. Das ist ein Requel zu Rusty Lake Hotel. So kommen wir jetzt zum Hotel. Kapitel 4, 4, die Hütte. Still segelte die alte Krähe und ich zu einer kleinen Insel in der Mitte des Sees. Die Krähe verschwand, ohne ein Wort zu sagen, und ich fragte mich, was ich tun sollte. Die sind doch niemals gesegelt. Naja, es war immer in Ruhe dann. Oh, auf der Insel in der Mitte des Sees haben sie dann später das Hotel gebaut. Maybe. Hm. Oh. Das Rusty Lake Hotel wurde hier von den Psychopathen gebaut, nicht für den Psychopathen. Rusty Lake von und für Psychopathen. Wow. Okay. Hey, das ist Bioshock. Los geht's. Aber nicht ganz so infinite, hoffentlich. Ich mag es natürlich. Oh, es scheint ziemlich begrenzt zu sein, da fehlt doch was. Das fehlt eigentlich. Ja, das ist, also, zumindest ist das, das war schon mal gut. Besser kannst du es nicht machen. Ich würde sagen, das ist richtig. Ja. Das ist doch der, das ist schon wieder der gute Kevin. Hey, das ist ja, das ist ja, das ist ja, ja, da waren wir drin. Oh, meinst ihr uns fliegen gleich Glühwürmchen entgegen und blenden uns? Nein, nein. Das wäre super. Siehst du den da? Ja. Ah, hier kommen die alle rein. Jetzt werden die Gears gegrindet. Ja, die Musik, ey. Ja, das ist, das weiß ich, die habe ich noch gut im Kopf, als ich durch Incompetent.net gescrollt bin. Wer nicht. Nee, äh, Punkt.com, ich weiß gar nicht mehr. Oh. Äh. Komm, ich habe die, ich habe die Seite immer noch als Lesezeichen. Oh, hi. Der gute Kevin Ehring. Der Herr ist ja. Der Herr steht nicht mit diesem, mit dieser Spielreihe verbinden. Jetzt geht's langsam los. Irgendwann kommt der Hase. Ja, ich weiß, der Hase kommt bei Rusty Lake Birthday. Ja, ja, ja. Ja, stimmt, das habe ich ja, genau, ich habe das alles mit Rusty Lake in Verbindung. Und, und Mr. Crow natürlich, den gab's schon. Oh, Cube Escape, ich verwechsel auch immer was, was ist. Oh, hallo. Na ja, Rusty Lake ist Cube Escape, ne? Ja, Rusty Lake sind halt die Teile, die was kosten auf Steam. Ja, was ist so ein Tänz. Wobei, an der Stelle, an der Stelle Cube Escape auch was kostet. Ich weiß auch nicht ganz, was hier gerade vor sich geht. Ich mache einfach mal und die Musik wird immer lauter. Oh, wir haben jetzt Öl. Oh, dafür die Rohre. Oh, hallo. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, das ist ja wieder dieses Haus, fällt mir gerade erst jetzt auf. Ich glaube, wir wissen zu viel. Wir fahren vor ein paar Parts erst mal hier. Kannst du die Flamme anzünden? Oh. Es ist spät, Dunkelmächte haben gesiegt, aber der See gibt mir noch eine Chance, diesmal muss ich schneller sein. Oh, tatsächlich. Das ist tatsächlich auf Zeit. Deswegen ist die Musik auch so intens. Deswegen wurde es auch immer dunkler. Ich dachte, das lag an unserem Fortschritt einfach nur. Ich bin an der einen Stelle da ganz am Ende. Das wirkte wie so eine Art Wasserboiler. Kannst du da vielleicht die Flamme anzünden, wenn da das Öl durchkommt? Bestimmt, ja. Ja, das klingt gut. Deswegen waren wir auch so entspannt einfach am Machen. Oh ja, den Hirsch, den verbinde ich irgendwie mit Rusty Lake. Ich weiß auch nicht ganz, was sie gerade vor sich ging. Oh, was passiert hier? So, ich bin aber gestaunt, dass ich das am Anfang schon direkt richtig hatte. Mhm. Du hast ein Auge für Gewinde. Scheinbar. Und für Schönheit. Ich habe es gleich nochmal hinbekommen. Und für Schönheit. Ästhetik. Okay, die Musik. So wird es sein. Nicht hier anzünden, bei einer anderen Stelle braucht der Hebel. Ich trödele. Da. Hier, genau da. Siehst du den kleinen Kasten? Ja. Ah, geht leider nicht. Trödel nicht rum. Du brauchst die Brechstange. Oh, hier brauche ich die Brechstange. Oh, deswegen ging das vor. Was bringt das da links? Das ist unser Escape. Wir holen uns den Aufzug hoch. Oh. Oh, das Geräusch hat mich irgendwie. Okay. Okay, flüchten wir schnell. Oh, oh. Na gut, dann. Oh, jo, 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 jo. Wir sehen uns, Habei. Viel Glück, viel Spaß mit dem Hirsch. Oh, jo, 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 jo. Idiot. Der kann uns nichts mehr. Roter Knopf. Tja. Oh, weißer Knopf. Ich dachte, ich habe zu früh gesprochen. Dem sind wir über. Er unter. Nee, unter. Er ist über uns. Ende. Endlich erreiche ich den See. Ich spürte meinen Körper nicht mehr. Die Zeit erfüllte sich anders an. Das erlebte ich nicht nur diesen Moment, sondern auch meine Vergangenheit. All meine Erinnerungen waren in kleinen Würfeln eingeschlossen. Sie schwebten runter und im See herum. Oh. Diese Reihe ist so cool. Oh, jetzt wird das Ganze verwirrend. Ja. Ich finde, jetzt fängt es erst an, dass es so ein Narrative gibt. Dann würde ich sagen, nächster Teil. Ja. Der Mell. Der Mell. Jetzt wird... Oh, bei mir war übrigens auch die Sache, dass die Teile auch alle in komplett random Reihenfolge gespielt haben. Ja. Ja. Das hat mir auch nicht dabei geholfen, irgendwie schlau daraus zu werden und über Jahre hinweg. Eine Mühle. Oh, das ist... Ich mag den Arzt. Ich meine, komplett eindeutig würde es eh nie sein, denke ich. Aber ja. Oh ja, von gehe ich aus. Was ist der Sinn? Eben. Oh. Was heißt der Sinn? Ist zumindest der Stil. Der Anspruch. Ah, okay. Man merkt, wie neu, also wie die Mechaniken auch immer moderner wurden. Ja. Das stimmt. Oh, was ist das für eine Aussicht? Oh, hier ist wieder die... Die Aussicht war super cool. Achso, das ist die Schnellreise. Wohnzimmer gibt's? Einmal sehen oder Fluss wählen. Wir können nur ins Wohnzimmer. Generell voll cool, dass die Mühle jetzt auch eine Rolle spielt und dann gibt's wahrscheinlich auch die Höhle und... Aber hier müssen wir den Schlüssel erst machen. So angeordnet wie auf der Karte vorhin und so. Der Streichhölz ist aktuell äh... Das Wichtigste aller Items. Holz rein? Streichhölz ist irgendwie immer relativ. Ah, da. Anzünden? Yes. Als ob es solche Ofen gibt. Achso, ja. Oh, das ist voll clever. Das ist ein Kachelofen. Kannst du aus den Tänzer gucken? Nicht, dass ich das immer möchte, aber... Ein was? Ein Kachelofen? Ja. Ah. Meine Oma hatte so einen tatsächlich auch noch bis zum Ende hin. Oh, die sind cool. Bei ihr war es immer sehr warm in der Küche. Ich kenne immer die, wo man den Herd anzünden muss mit einem Streichhölz. Ich finde das so im Nachhinein super gruselig. Wie? Man hat ein Gasherd. Ja, ja. Aber es gibt ja Gasherde, die sich von alleine entzünden. Oder welche, die du selber anzünden musst, wenn du Gas rauskommst. Ja. Das ist ein Schluss. Ich meine, es ist gruselig, weil man ungewusst teilweise sehr viel Gas in sein Haus strömen lassen kann. Ja, genau. Ja, das ist ein bisschen creepy. Aber, die werden sehr oft empfohlen, um richtig gut zu kochen. Oh, da ist er, die Großmutter. Hi, Großmütterchen. Was? Hör, die war genau in meinem Ohr. Ach so. Hm. Vier, eins, zwei. Okay, warte mal. Eins. Schreib mir das mal. Zwei. Äh. Oh nein. Das sind sehr viele Einsen, deswegen. Ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Äh, äh, fünf, vier, zwei, oder auch vier, je nachdem. Hm. Wir haben keine zehn. Das könnte das goldene sein. Ja, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Nein. Das geht generell. Ich glaube, das geht ein bisschen anders. Kann man da mehrere anklicken oben und dann erst eine unten oder so? Ah ja, du könntest also zehn eintippen oben und dann hat die X unten unten. Ja, wir müssen das so machen, dass das aufgeht. Hm. Ja, würde ich sagen, wir... Hm. Wir sollten vielleicht erst mal das... Wir machen erst mal das Größte. Ja. Okay. Ich hab die zehn, äh. Ja, würde ich sagen, wir machen die fünf. Wir machen eins erst mal, das ist relativ eindeutig. Oder so, ja. Äh, drei haben wir... Das ist ja... Ich wünsche mir, dass das alles drauf geht. Da war doch die drei. Ich meine, ich meine, unten. Weil wir haben oben eine zwei, aber wir haben unten eine vier noch, die auch noch... Moment, die fünf. Moment. Hm. Ich sehe, dass alles aufgehen. Ja, es geht auf. Yes. Jetzt gehen wir den. Yeah. Danke, Oma. Danke, schön. Tschuldigung. Schön, dass ihr ein Gold sah. Schlaf gut. Entschuldigung. Schlaf, Alter. Wir haben die uns hübschen warm gemacht. War die... Ist sie bei euch auch nur links gewesen? Ja. Bei mir war sie auch nur links. Oh. Oh. Warte mal. Jetzt haben wir das geschmolzen. Schlüssiges Gold. Einfach... Schlüssel machen. Einfach in die Tasche gesteckt. Yes. Ein goldener Schlüssel. Nicht das Edelmetall, das ich wählen würde, um Schlüssel rauszufertigen, ehrlich gesagt. Aber... Dafür kann man sich wohl neu einschmelzen, schätze ich. Rein in den Mühlraum. Ah! H-W. 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 Sag mal, H-W. Du sollst da nicht... Mh, Guano. Das ist ein Foto, oder? Das ist ein Malerisch. Malerisch ist nicht das Wort, das ich wählen würde. Ich scheiße... Nein. Ähm. Ähm. Ah, das ist ein schönes Gebäck. Gefällt mir. Oh! Hallo? Oh, Ende durch die Ahren. Das waren die guten Zeit. Dann habe ich sie langsam aber sicher ausgezogen, als ich ihr lange über ihr Gesicht gestreichelt habe. Ja, das war so wirklich. Wir waren währenddessen beschäftigt, aber was du gemacht hast... Ich war auch beschäftigt. Da hast du direkt dein Fernrohr wieder. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, Molchi. Oh, was? Detective? Was ist mit Charlie Brown? Oh. Oh, wir waren auf der anderen Leitung. Geh ran. Oh. Oh. Sagt er jetzt Fade? Sagt er jetzt Fade? Jetzt sagen wir das. Yes! Yes! Is this Rusty Lake? Say the word. Oh. Fade. I am sorry. Gott, das ist so cool. All this is already stating. Okay, also war das vielleicht das falsche Wort. Hm. Ja, oder weil wir jetzt hier sind... Hm. Hm. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Oh, oh. Die Uhr ist ganz aufgeregt. Da waren dann die Motten an der Decke, oder? Ja. Hast du den Uhrkasten öffnet? Die Uhr ist ganz aufgeregt. Vielleicht ist da der Wolf mit den sieben Geißlein drin. Oh Gott. Sehr geehrter Mr. Crow. Vergesst sie nicht, äh... Der See muss nur den richtigen Wasserstand haben. Nicht nur den richtigen. Nicht nur, sondern auch in fr... Äh, was? Frische Erinnerungen bekommen. Hm. Ich will den Körper jungen früher im Laufe des Monats schicken. Oh. Verwenden sie die Maschine mit Bedacht, die Entnahme... Äh, der negativen Erinnerungen. Ah, ah, ah. Ach ja, Mr. Owl. Ich will den Körper beschädigen. Oh. Hm. Mr. Owl, how many licks does it take to take a to the Tootsie Rose center of a Tootsie Pop? Two. Free. Free. Binst du? Schere. Stein. Papier. Da gibt's eine Menge Papier. So langsam sind wir alle durch. Ja. So. Wir haben Streichhölze. Können wir eigentlich noch irgendwas anzünden? Oh. Hey, das ist ja das Bild am Fall. Eins, drei, null, vier? Oder ist das eine Acht, glaub ich? Das ist, glaub ich, eine Acht. Ich glaub, das ist eine Acht. Oh, ich glaub, das ist eine Acht. 13,84. Ich kann's nicht ganz erkennen. Yeah. Ach, wo gehen wir die ein? Hallo? Auf die Kuh. Rumpf. Also ernsthaft, wo gehen wir 13,84? Ich hab sie notiert. Ich hab sie erst mal notiert. Oh, warte mal. Ach, das sind die Zitzen von der Kuh. Oh, da. Ja. Oh, ja, da ist auch die Kapelle oben. Oh, da ist auch die Kapelle. Acht. Acht. Vier. Nice. Hallo. Äh. Ich glaub, hier muss erst ein bisschen Wasser durchfließen. Ach so, hier hast du Wassermühle. Ach so, hier hast du Wassermühle. 6.10. Yes. Nein, das ist keine Wassermühle Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von außen sehr große Strukturen gesehen haben, aber Also wenn wir, wie nennt man das? Segel, wenn... Mühlenblätter? Was war es? 13.10 Uhr? 6.10 Uhr? Oh, doch 6.10 Uhr? Ich weiß nicht Ah ja, ja, ja Warum hatte ich auch 13 Uhr im Kopf? Tja Ich glaube, war jetzt 13.84 Wegen der 13.84 Ah, die Leiche wurde uns zugeschickt Hi Ich seh schon Ciao Mogi, hast du mich gerade gelungen? Ich hasse, dass wir Leichen nicht mehr wegrennen Die kicke ich mal Wir haben da oben ein Bild Wo wahrscheinlich die Zitzen Irgendeine... Ja, siehst du die Symbole? Oh ja Ah, das ist das Ding Warte mal Die sind zusammen Du kannst das da oben vielleicht weg machen, das Bild Oh stimmt Genau Äh, sehr geehrter Mr. Crow Oh Die beschiligten Seelen wandern noch herum Vielleicht habe ich jemanden gefunden, der sie stoppen kann Wenn er die beiden Würfel findet Erzeuge ich das Gewitter Oh oh Was Und bringen sie zur Hütte Mr. Crow Das gibt ein Donnerwetter Also das ist äh So, soll ich das auch noch Screenshoten? Ja, mach mal So, dann hast du beides direkt da Ja, okay Easy peasy Praktisch Ui Aber und was jetzt? Uiuiuiuiuiui Da Also erstmal rechts Äh Wie das nicht? Ich weiß nicht, ob das gerade äh schon geht Ja doch, klar Zieh einmal rechts Achso, die sind immer alle gleichzeitig Ich brauche mir den Eimer erstmal oder sowas Ja, 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 ja Jetzt verstehe ich was du meinst Oh, hallo Oh, jetzt kannst du sie ähm Oh, sie müssen wir da reinheben Oh Nee Also da oben in den Trichter Oh In den Trichter Ich weiß nicht wie das Ich weiß nicht wie das enden wird, aber ich glaube ich mags nicht Oh Oh Gott Wann mal Da kommt das Wasser rein, oder? Mhm Das heißt, wir ertränken die Leiche Vielleicht Oma, du siehst nichts Oma steckt im Schrank Okay, hier bewegt sich immer noch nichts, hallo Ja, wir müssen da unten wahrscheinlich Ich bin lieber zur Ente wieder Die Ente Hm Wie erhöhen wir den Wasserstand? Was mit den Pflanzen da? Können wir die abschneiden? Nöööö Stimmt, wir haben noch ein paar Sachen dabei Zum Beispiel Vogeldreck Und die Stricknadeln Oh 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 Johan Ja Stimmt Hast du doch bestimmt Spaß dran Oh, jetzt wissen wir eher Hm Jetzt wissen wir eher Jetzt müssen wir eher Was geben Oma, das ist so krischee Ach, der ist so krischee Ach Mensch HW Nein Ganz zwar haben wir eine Federbar Oh da, Spinnen, wir spinnen einen Faden Spinnenweben, sind wir vor Spinnenweben? Ja, wir haben die aber abgebrannt, die Spinnenweben Oh, ach so. Sind wir immer so destruktiv. Da sind die beiden Würfel. Kannst du die anklicken? Nein, da müssen wir die Würfel rein, oder? Okay. Ja, die müssen wir da reinsetzen. Okay, okay. Oh, ja. Er setzt die Anlasten rein. Aha, Moment. Er hat die reingetan, natürlich. Oh, stimmt ja. Nein, Maeve, da können wir nichts machen. Stark. Maeve hatte recht. Warte mal, dann haben wir jetzt das Gewitter draußen, oder? Hat das jetzt was gebracht? Wahrscheinlich. Oh, wir werden ihn verschwinden lassen, wenn er gleich ankommt. Das Wasser läuft. Vielleicht. Das ist Licht. Oh, shit. Ich schau mal näher ran. War das die Leiche? Oh. Warte, die... Er ist tot. Äh, Detective ist... Knife's enough. Ja, ja, war das... Detective kam nicht weit. Und Mr. Oll kommt und fuhlt den Detective. Ja, und jetzt regnet das. Wo haben wir diesen Strahl nach oben selbst erzeugt? Wie war das nochmal? In der... Als wir den... Als wir den Detective waren. Ja. Und die zwei Würfel eingesetzt haben. Oh, ja, ja, genau. Ja, ja, siehst du, und erst daran dann jetzt... Und jetzt bewegen sich alle Dinge. Wie heißt das denn jetzt? Mühenblätter, Mühenrotoren, Mühen, Segel. Mühenrad. Folie, ich rieche mich von den Segeln halt. In der Müheblätter. Ja, Blätter. Dann ist ja gut. Na? Kannst du das Tider drehen? Ich war mir halt nicht sicher. Asso. Nee. Okay, das ist soweit richtig. Da kann ich sonst nichts weiter mitmachen. Ähm. Das müssen wir wasserschaufeln. Eigentlich müsste das Wasser ja jetzt irgendwie... Also dadurch, dass es regnet... Ups. Ist es in der Pumpe da gewesen gerade, das Teil? Ja. Aber die hat keinen Druck. Kannst du hier aufmachen? Den Ort habe ich hier gar nicht gesehen. Das muss ich verpasst haben. Hm. Müssen wir warten, dass es hoch war? Die Ente kann man es jetzt fressen. Oh, stimmt. Wie war ich das Geräusch? Oh nein. Jetzt hast du schon gekackt. Nein, nein, nein. Vielleicht, vielleicht hätten wir es stoppen müssen. Das musst du was wieder zumachen? Ja. Und dann können wir das wahrscheinlich rauspumpen. Und das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ja. Werde ich ente. Sei nicht so träge und fett. Du fettes Ding. Let's go. Du fettes Stück. Pack doch noch mal ein E drauf, dann bist du Fade. Dicke Ente. Oh, du fisch kannst auch ein Sommeln bestimmt gleich. Ach, du dicke Ente. Hm. Oh. Diese Ente ist vom Sternzeichen fettes Stück. Sie ist fett und zingelt. Zack, der nächste Pringle. Zack, der nächste Pringle. Haben wir nicht den Ofen? Oh, ja. Oh, oh, Babe. Du weißt Bescheid. Ja, ey, scheiße, das ist nicht da. Wie zu heiß. Also, was soll das denn? Wir haben vorhin flüssiges Gold aus der Kamera getroffen. Ja, aber die Ente ist zu heiß. Vielleicht war das flüssige Gold ja... Vielleicht können wir sie mit Kot abkühlen. Vielleicht war es wie Quecksilber oder so. Wieso hängen da keine Topflappen? Da hängen immer Topflappen. Giftig für die Haut. Die Topflappen muss Oma machen. Oma muss die Topflappen machen, natürlich. Oh, wir haben auch einen Topf, fällt mir gerade auf. Wir müssen das Wasser auslernen. Oh, Mama. Den Topf können wir nehmen oder den Topf... Was mache ich mit dem Wasser am besten? Das sagt doch Thaddeus, wo er da schläft. Ich weiß nicht. Oh, no. Oh, Mama. Haben wir... Nee, haben wir nicht. Nein, ich wollte nicht hier eine Leiche verbrühen, okay? Frag gar nicht erst. Die enttränken die Leiche nur. Da, jetzt. Das muss doch hier irgendwas... Hm, noch nicht. Es steigt. Hm, den Fisch können wir vielleicht kochen. Wir haben jetzt Wasser im Topf. Warte mal. Ja, lass das mal zu. Und dann warten wir, bis das Wasser runtergeht. Und dann können wir vielleicht ein Tropfen ohne Wasser oder was? Ja. Ja. Okay. Das ist gut. Das heißt, ich werde mal schau' ich da vielleicht... äh, die Kuh richtig rein, äh. Boah, Stund, lass ich mich dann. Ja, die Kuh. Komm schon. Yes. Okay. Boah, das wäre so eine, das wäre so eine, ähm... Wasserglas-Situation geworden. Wird noch nicht. Was willst du eigentlich, Kuh? Das reicht noch nicht. Aber wir können die Pflanze gießen. Oh, Wasser. Stimmt. Gib das noch mal her. Das will ich wieder. Vielleicht müssen wir... Und wieder ist das Baumwolle und dann können wir das Oma geben. Oder wir gehen der Kuh was zu fressen, können sie dann melken. Oh. Hm. Ja. Klingt, klingt logisch. Sehe ich beides. Äh, warte. Hier geht sie. Oh, da ist sie. Komm, Schau. Hölle. Was können sie schaffen? Yeah. Die Erde ist nicht voll. Nein. Ich weiß schon, was wir machen. Oh, yeah. Oh, yes. Wir müssen doch mal Wasser holen. Oh, ja. Alles gut. Und jetzt schneiden wir das. Krass. Oh. Das hat schon gereicht. Oh, weil das Wasser voll. Hey, Oma. Ich habe da den richtigen Stoff für dich, um dich etwas bei Laune zu halten. Will ich das wirklich der Oma geben? Nein. Sie hat es probiert. Sie so, hm. Naja. Nenn ich mein Ding. Oh Gott, wie gut. So. So, jetzt erneut. Jetzt hat sie aber die. Okay, okay. Moment. Den richtigen Stoff. Das, dann das zweite. Das ist, was so ein Wiederkäuer begehrt. Warte, da fehlt was. Erste. Nein, nein, das ist gut. Das und das. Ui. Nice. So, das ist ein richtiges Wort. Brabe. Die Gude Milch. Können wir die Milch kochen? Ich gehe von aus, ja. Versuchen wir es. Wie nennen wir die Kuh? Werther. Liese. Topf mit heißer Milch. Willst du die Großmutter haben? Ich glaube nicht, dass sie heiße Milch will. Vielleicht machen wir auch generell gerade was zu essen. Wir machen Pudding aus der Milch. Naja, wir haben schon mal einen Braten. Wir haben heiße Milch. Das ist schon fast ein Abendessen. Kann man den Fisch eigentlich von da unten fangen? Stimmt, der Fisch. Den gibt es auch noch. Wir haben jetzt Abkürzung deinen. Ah, guck mal, vom Fluss, die Erinnerungen werden in den See geleitet. Na, nee, an den kommen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Hm, hm. Was ist hier in der Decke? Nix, nur. Machen wir vielleicht. Wusstet ihr, dass man aus Milch tatsächlich Klamotten machen kann? Nein. Nein. Vielleicht, es wird gemacht im... Was war der Grund dafür? Das war irgendwie, genau, das war irgendwie bei der Milchproduktion irgendwie so Abfallprodukte und daraus kann man Stoff machen. Ja, okay. Stimmt, ich meine... Das ist seltsam. Schwer vorzustellen, aber... Ja, komplett. Okay. Was für das Wasser hier an seinen Max... Okay, es ist an seinen maximalen Pegel. Hm. Ich weiß auch nicht mehr, wofür man das macht, weil ich habe jemand... Ich hatte meine Schwester gefragt, warum gibt es das, wenn der Trendrichtung vegan geht und so. Aber das war halt wirklich eher, um bei der Milchproduktion noch... noch mehr zu verwerten, irgendwie so. Wer ist sie überhaupt da gerade? Für die Erinnerung, wir brauchen ja einen Körper für irgendwas. Ja, das ist... Nein, das ist meine ich... Ich meine, er aus einer Rätsel-Sicht. Also, sie hat aufgeregessen. Ja, sie hat aufgeregessen. Ja, hier in der Decke war auch nichts mehr. Hm, die Kuh ist satt. Oh, vielleicht können wir ihn mit der Milch füttern. Ich will scheiße Milch, nein. Ich denke nicht. Vielleicht... So, mit heißer Milch machen, das ist so spezifisch. Okay, ich habe eine Sache schon mal rausgefunden. Ich weiß nicht, ob das der nächste Schritt ist. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Okay, was ist das? Geht doch mal zur Oma. Wir müssen hier Feuer unterm Arsch machen. Du musst dann was bei der Oma machen. Okay. Dann musst du noch was bei der Oma machen. Jetzt, wo ich es hier so sehe, macht es irgendwie Sinn. Oh nein, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen ihr die Haare abschneiden. Ja, die Haare abschneiden. Die waren auch sehr verfranst, jetzt, wo ich den Buschel so sehe. Ja, genau, das dachte ich auch. Jetzt spinnen wir da rausgefahren. Ja, da wäre ich nicht draufgekommen, glaube ich. Jetzt siehst du schon besser aus, Omi. Irgendwann wären wir draufgekommen, doch. Ja, wir haben... Ja, wir haben zu... Wir waren uns zu sicher, es wird zu der Oma erst später kommen müssen, wenn wir den Stoff haben. Was ironisch ist. Ja. Die Oma hat den Stoff die ganze Zeit. Würden, würde uns ein Pullover aus Augenbrauen machen. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt sagen, sie macht uns jetzt ein Pullover aus ihren Augenbrauen. Wir haben eine Schere und wir haben Haare. Tut mir leid. Heißt du nicht? Das ist eine Stärkung. Oh, jetzt kriege ich die Ente rausholen, danke, Oma. Das ist ein Enteessen. Das geht direkt in die Knochen. Die ist vielleicht ein bisschen trocken inzwischen, aber nur Schlimmeres gegessen. Ach, richtig, das war ja eine Ente. Kann man die aufschneiden? Hier, Omi. Ich mag, dass die noch hier strickzeug in der Hand... Oh. Zurecht. Da kommt noch mehr. Oh, ich glaube, wir den Fisch fangen. Sie so, ich will noch mehr. Ich mag, dass wir einfach nur aus irgendwelchen Gründen für die Oma kochen. Plötzlich sind wir nur noch für Oma hier, ja. Die Oma so, ach, ich mach das, aber hol mir erst mal was zu essen. Was ist eigentlich mit dieser Jungfrau, die da drüben in dem Häcksler hängt? Die ist tot. Das sollte Omi aber nicht wissen. Hm. Ich glaube, Omi weiß mehr, als sie zugeben würde. Ich weiß nicht, vielleicht würde sie eine Menge zugeben, wenn man sie noch fragen würde. Ein starkes Seil. Kein schwaches, ein starkes. Stark? Erinnerungen. Wo hat man noch eine dreistellige Zahl? Die Kraft aus dem Inneren. Hatten wir überhaupt irgendwo eine dreistellige Zahl? Hatten wir nicht eine vierstellige? Doch, die stand einfach nur irgendwo. Aber wo war sie denn? Aber wo? Die stand einfach nur irgendwo so daneben. Im Fernsehen? Wäre eine Uhrzeit. Oder war das das letzte? Vielleicht war das auch das Level davor. Also das Spiel davor. Ja, da hatten wir eine. Vielleicht kannst du was mit den Stapf-Anschuhen noch machen? Ja, ich würde auch noch mal schnell runterschauen. Da vielleicht irgendwo eine Zahl ist. Was war mit dem Bild? War da eine Zahl drauf? Nein. Weißt du nicht, was die Übersicht überhaupt soll? Wie das windet? Ja, Reise halt. Ja, aber... Man ist ohne die Schnellreise so viel schneller unterwegs. Das stimmt. Ah nein, hier war das 6-10. Ja. Ah, das war das, ja. Puh, dreistellige Zahl. Dann versuchen wir es mal. Ängiert das Ganze? Oh, ich kann es anklicken. Ach so. Huch. Gärt das jetzt funktioniert? Ist das Memory? Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch was gemerkt. Wo war ein Kaktus? Ah, und... Richtig. Wo war der Kerze? Der Flext. Ich dachte, es war unten links. Okay, wo war der Schlüppel? Unten links. Richtig. Oh, das wusste ich tatsächlich. Und ich habe bei dem Kaktus und bei der Kerze geraten. Ich bin sehr stolz auf mich. Nice. Stark. Fuck. Woher wusstest du den Code? Ja, das weiß ich auch noch nicht, was da gerade passiert ist. Das war, glaube ich, was anderes. Jetzt haben wir den weißen Würfel. Wo kommt der weiße Würfel rein? Hm, aber hier kommt der rein. Ah, ein Ofen. Rein nochmal. Oder auch nicht. Oh, vielleicht in diesen... Vielleicht in den Grinder. Oh, ja, warte mal. Wir haben doch... Wir haben doch... Im Keller. Na, ich dachte, das andere eigentlich. Oh, das ist... Yes. Ach, stimmt. Wollen wir eine interessante Verwendung für so eine Erinnerungswürfe? Warte. 2,5,7. Doch, klar. Das ist die richtige Verwendung, weil der See braucht auch die Erinnerung. Ja, 2,5,7. Letzten schon mal? Nein. Kommt mir so bekannt vor. Ja, die Zahlen sind alle immer so... Das sind alles solche 1,8,7 Zahlen irgendwie, wo wir so denken. Irgendwie kenne ich's. Okay. Du kannst dir jetzt wirklich aufpassen. Bezeihung. Au. Ah. Ich mein... Das ist viel zu einfach. Hä, es gab ja nur zwei, die nicht nebeneinander waren. Stark. Was haltet ihr davon? Wie ein Profi. Ein Macher. Das ist ja der Black Cube. Au. Haben wir jetzt den Körper verstört? Das hat die Arme nicht verdient. Ich mein, da sind keine Erinnerungen mehr zurück. Also, äh, übrig, was willst du mit dem Körper noch? War sie jemals wirklich tot, ist die Frage? Nee. Das haben wir einfach immer behauptet, aber... Die ist doch noch gekrochen, oder? Es ging nur darum, den Körper nicht kaputt. Na, ich glaube, wir haben sie auch nicht bewegt. Nein, wir haben sie mehr rübergezählt. Sie hat sich so dadurch gekrochen, wenn ich sie angeklickt hab. Wahrscheinlich haben wir sie runtergekickt, so ganz unauffällig. Oh, es wird langsam dunkel draußen. Sodass Oma sich nicht fragt, dass... Langsam ist es gut, es ist stockfinster. Kann ich nicht hören, es ist so dunkel. Nein! Obchen! Oh nein, Oma! Oh nein, ich mag es nicht. Was passiert hier? Aber warum? Coo! 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 Wer hat da? Wo ist... Wo ist Harvey? Harvey? Harvey, du bist doch das Letzte, was wir hatten. Oh Gott. Oh Gott. Sie steht noch. Oh nein! Oh nein! Du Monster! Ich bin bereit, mich zu wehren. Soi, soi. Wer sind wir eigentlich? Wenn wir nicht das Vieh sind. Keine Enten können in den See. Das hören wir auch nicht zum ersten Mal. Das waren also sie und haben die... Harvey! Das ist halt noch wieder ein Satz aus dem ersten Spiel. Na. Ja. Cool. Wir haben es geschafft! Genau die Hälfte. Huh! Ist hier eine Menge Achievements zu holen. Gute Sache, Jungs, gute Sache. Die Special Archive ist aber hier nicht geholt. Naja. Naja. Oh, wir kamen ziemlich gut voran. Oh, beim nächsten Mal ist es Zeit für Cube Escape Birthday. Und das ist der, der ich mich am meisten erinnern kann. Ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch. Das habe ich bei dir geschaut oder selber gespielt. Ich hatte ja auch ein Jahr nach. Das wird also ein Abenteuer. Dann würde ich sagen, für heute sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir mussten leider einmal googeln, aber... So ist manchmal das Leben. Manchmal muss man auch mal nach draußen googeln, weil man so alles sehr an Hinweisen finden kann. Ja. War das irgendwie ein Wortspiel auf nach draußen gucken oder so? Ja. Ja. Sag. Das gäbe bestimmt Leute, die googeln sagen. Schmeiß. The goggles do nothing. Google nicht, Jungs. Okay. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschau. Oh, da sind Würfel auf jedem Kapitel, das wir geschafft haben. Hallo. Willkommen zurück zur Cube Escape Collection. Wir werden vor Würfeln flüchten. Und heute... Wir haben sechs Spiele abgeschlossen. Das ist gut. Das sind zwei Dritte. Ihr könnt das zu Hause nachrechnen. Entspricht der Wahrheit. Und heute ist es Zeit für den Geburtstag. Und das ist, soweit ich mich erinnern kann, mein Lieblingsteil. Und was die anderen beiden betrifft... Der Cave habe ich, glaube ich, gespielt. Auf der Ete habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Bei der Cave bin ich mir aber auch unsicher. Wir werden sehen. Ich habe es nachgerechnet, du hast recht. Mogi mag sein Geburtstag. Außerdem flüchten wir gar nicht von Cubes, oder? Wir sammeln die. Ja. Oh, oh, oh. Dieser Teil der Story. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Das kenne ich. Stell vor dir, wäre es gestern so gegangen, Maeve. Maeve ist da im Schwimmbad gewesen und da ist er auf sein Gesäß gefallen. Er hätte sich gewünscht, dass er seinen Körper nicht mehr spüren kann. Ja, das muss man bei so einer Rutsche auch unter so einer Stange durchspringen. Ach, das ist, ähm... Sehe ich einfach sportlich aus oder so? Also, wenn ich auf den Steiß fall, will ich auf jeden Fall meinen Körper spüren. Sonst wäre das sehr gruselig. Es hat Knack gemacht und ich bin wie eine Leiche die Rutsche runtergerutscht. Jo, gute Neuigkeiten. Wir gehen in eins der besten Jahre der Geschichte. Es ist 1939. Mein Geburtstag. Okay. Ach, richtig. Oh Gott, ich weiß so viel noch hiervon. Rusty Lake Theater. Das ist eine Anspielung auf den nächsten Teil. Ich glaube, wir werden das schnell schaffen. Also, du meinst zwar, wir werden es nicht schnell schaffen, weil es halt lang ist, aber ich glaube, wir wissen alle noch ziemlich viel darüber. Hier kann man Tetris spielen. Und dann spielen wir auch richtig. Oh, und es muss passen. Ist das ein Adidas-Spiel? Glaube ich. Okay, doch, es muss passen. Man muss drei Stapeln davon. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wie die Steuerung funktioniert davon. Muss man klicken in die Spalte, in die es muss? Oh nein, man muss jedes Mal, wenn man in eine Richtung klickt, dann... Oh Gott. Dann wird es ungefähr in die Richtung rübergeleitet. Das ist sehr unintuitiv tatsächlich. Nein, ich bekomme es nicht mehr zurück. Oh nein. Nein, das war... Warte, jetzt bekam ich es wieder zurück. Ja, sei ein Blick. Uiuiui. Ich weiß noch nicht ganz, wie die Steuerung funktioniert, aber wir finden das... Nein, nein. In der Mitte, Mitte, Mitte. Oh. Das ist auf jeden Fall das aufregendste Tetris, was ich bisher gesehen habe. Oh Gott. Es ist ziemlich aufregend. Das läuft nicht so gut. Man muss nicht zu schnell reagieren. Ich finde es aber spaßig, weil es sehen wie Aufräumarbeit ist. Es wäre spaßig, wenn ich müsste wie die Steuerung funktionieren. Gott, nein. Warte, was? War das richtig? Nein, war richtig. War richtig, war richtig. Hast gut gemacht. Nein, das mache ich jetzt. Oh Gott. Nein, nicht da. Den gab es nicht, den gab es nicht. Ja, ich weiß, irgendwo musste ich doch hin. Was habt ihr denn? Es gibt doch überhaupt keinen Druck. Man kann doch einfach drei stapeln. Wer macht jetzt den Druck? Aber es macht Spaß, Mogi-Druck zu machen. Okay. Halt auf, wir brauchen nur noch drei Stück, sehe ich gerade. Ich habe mich nur gefragt, weil zum Beispiel den einen, der Count, der hat nirgendwo hingepasst. Da muss man Mogi doch nicht für anfangen. Wir brauchen schon den Druck manchmal. Mogi und ich hassen uns halt. Ja, stimmt. War das jetzt eigentlich? Ja, das ist eigentlich. Okay. Das wussten wir noch. Man merkt, dass Maeve und Johnny sich wirklich verhalten können. Oh, da ist was hinter. Oh. Lake suit. Schallplatte. Lake sweet. Ist das sweet oder sweet? Sweet. Oh, das ist Kallgummi. Der hat es auf jeden Fall sweet, der Gumm. Keine Nadel, hm. Das habe ich letztens auch gedacht. Meine sweet, wie diese Hotel-Sweet oder so, in suit, wird ja beides gleich geschrieben. Nein, suit ist ohne E am Ende. Ach so, okay. Echt jetzt? Ja, da ist es sweet. Hallo, Großvater. Is this the sweet life? Mögt ihr eigentlich Katzen? We got the sweet life. Kannst du sie streicheln? Ich mag Katzen, aber ich hasse es, dass sie, äh, unsere, äh, dass sie, äh, alle Vögel um sich herum umbringen und eine tatsächlich gewaltige Plage sind für die Natur. Aber sie sind kuschelig und süß. Ja, das ist wahr. Ja, aber nur für Menschen. Ja, Vögel sind nicht kuschelig und, naja, doch süß. Ja doch. Hast du, hast du mal einen Vogel gesehen? Ja, aber dann weiß ich nicht, ob er kuschelig ist. Na schon. Stimmt. Ja, sie sind ein bisschen kuschelig. Wie sieht's aus? Oh, Jin. Das ist dein Geburtstag, Alter. Eis. Oh, die Eis. Eis, Junge. So ein unzufriedener, alter Sack. Stell dir vor, es ist 1939, du feierst dein Geburtstag als alter Mann und dann denkst du dir, wo ist mein Eis? Ich fühle Eis. Existiert der zweite Weltkrieg in dieser Welt? Ja. Nein. Ich glaube nicht. Die hat sie nie erreicht. Die haben eigene Probleme. Lieber Day. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar damit zusammenhängt. Alles gut zu deinem neunten Geburtstag. Dieser Tag wird der schlimmste Tag deines Lebens. Oh nein. Die Vergangenheit ist nicht tot. Betrachte deine Gegenwart. Sie könnte deinen Tag verändern. Mit freundlichen Gruß, Mr. Owl. Oh nein. Verla. Welche Briefe kriege ich auch immer, sie heißen Rechnung. Aber wir wollen auch, dass es ein schöner Tag wird, ist doch der Geburtstag. Immer wenn Folie eine Rechnung bekommt, dies wird der schlimmste Tag deines Lebens. Jedes Mal ist das schlimmer. Gib doch mal deinem Vater ein Stück Torte. Sag mal, warum muss ich eigentlich an meinem Geburtstag alle, ich meine, es ist 39, okay, aber scheinbar muss das Kind an seinem Geburtstag dann seinen Eltern und seinen Großeltern was zum Trinken und zum Essen geben. Das erinnert mich an diese Geburtstagspäckchen oder dass man ein Stück Kuchen in der Schule verteilen musste, weil man Geburtstag hat. Das habe ich nie verstanden, diese Logik. Okay, das ist so ein typisches Neuzugier. Wieso bist du der eine, jeder hat Freude an diesem Brauch und du denkst, das habe ich nie verstanden, ich will den Leuten nichts schenken, ich will keine Süßigkeiten mitbringen, wenn ich Geburtstag habe. Warum hast du das nicht verstanden, warum muss ich mich darum kümmern? Wie, du hast das nicht verstanden? Aber das ist so ein typisches 1939-Geschenk, was ein Kind kriegt. Ich meine, klar, normalerweise kriegst du das Geschenk an deinem Geburtstag. Ja, genau, deswegen. Das ist doch eine schöne Sache. Ich meine, ich habe es ja auch immer gemacht, aber ich dachte mir immer so, sollte ich nicht eigentlich Geschenke bekommen? Einmal habe ich einfach nur Knoppers mitgebracht. Die halt in so zwei von diesen Zehner-Pikes, die waren irgendwie, oder drei. Ich erinnere mich, da ist ja noch relativ viel, was man hier macht. Fällt mir gerade auf. Aber das ging schon mit eigentlich, also ich verstehe schon, wenn das ins Geld geht. Man kann nicht so, man kann nicht so eine ganze Klasse mal eben so versorgen mit Essen. Ich denke, so zwei Packen Knoppers sind da ziemlich angemessen oder so. Eigentlich war es echt okay, ja. Ja, ja, aber ich dachte mir immer so, hey, ist das nicht eigentlich quasi counterintuitiv dafür, dass du Geburtstag hast? Ja, aber wie soll das sonst gehen? Jeder bringt eine Sache für dich mit. Ich weiß nicht. Ja? Die Alternative wäre, dass er einfach nichts macht. Fully will Fully wichern. Das bedeutet nämlich, und das funktioniert so, dass jeder ein Geschenk für Fully hat und dafür bekommt Fully ein Geschenk. Ja, aber ich finde es krass, wie das wirklich überall anscheinend gemacht wurde, weil das war ja keine Kurschrift oder so. Das ist ja einfach nur... Bei mir wurde es nicht so oft gemacht. Das ist ja theoretisch freiwillig. Kannst du die Gelanden da oben ändern? Ja. 24 gleich einmal 3. Oh, ich erinnere mich hieran. Ich erinnere mich daran. Kannst du die bewegen? Ja, ich hab's. 12 ist gleich... Hey, das war ja schwer. 11? Warte, das war nicht richtig. Das ist nur ein Achievement. Oh. Ach so. Hä, aber das ist doch korrekt. Also man könnte auch 3 mal 4 gleich 12 machen, oder... Weinst du, das sieht das Spiel anders? Oh, ich kann das nicht mal weiter umändern. Wir haben es gelöst. Oh, war es richtig. Ja, okay. Ich meine, ich habe jetzt gleich, die Seiten sind da egal. Da kommt der Würfel rein. Das wäre seltsam, wenn es da einen Unterschied gemacht hätte, auf jeden Fall. Es gibt ja... Am lieb, start von links nach rechts. Oh. Ja, aber da gibt es ja Leute, die... Ist das schon Ostern? Ja, es gibt Leute, die denken, das wäre irgendwie falsch rum. Ja, das ist das, was die rein für Grenzwand ist, aber das ist halt nicht so. Ganz oft sind gleich ein Gelöstung wohl auf beiden Seiten noch. Oh, das Eis für den Opa. Was ist das echte Würfel? Yeah, Eis. Ever, Jungs, mein Alter. Ich bin nicht sicher, wie die zu Würfeln wurden, aber... Ich glaube, Opa stirbt jetzt, oder? Ja, Eis. Wenn nur Opa stirbt, wäre das ziemlich gut. Musik! Hört ihr auch gerne Musik? Ja. Hier wieder ein bisschen Nightcore. Ist die Katze dann, kind of. Because every time we touch, I get this feeling. Oh, no. Das ist ein gutes Lied. Is it? So. Das hatten wir doch soweit auch schon mal. Wir können den Teil gar nicht an die Decke gucken, ne? Oh, yeah. Sakrileg. Das ist uncool. Das ist jetzt nicht richtig. Was hast du dir ja gerade erhofft? Aber guck mal, kannst du ganz grün und ganz nach rechts schieben, weil... Nein. Oh. Ach so, du meinst... Ah, du sortierst es auch wieder nach Farben. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, nach Farben war aber eigentlich nicht sinnvoll. Irgendwie so macht man es. Oh, das Rote und das Gelbe muss in Kontakt stehen. Ja. Das Rote muss ganz ans Ende. Oh, ja, stimmt. Oder? Nee. Das Blaue kommt in die Mitte und das Gelbe ganz nach rechts. Warte mal, kannst du das ganz linke Grüne bewegen? Das ganz Grüne? Oh, nein. Tausch mal das Blau-Gelbe rechts aus gegen das Blau-Rote links. Und das ist nach rechts. Ging das nicht? Was macht ihr da? Wo kommt denn das Gelb überhaupt her? Wie noch von der Gelb her? Von der Fahne. Ja. Hä? Von der rot-gelben Fahne links. Ich dachte, es geht nach Zahlen. Also, es fängt mit... Da ist eine 4, 4 Punkte. Oh, stimmt. Du hast absolut recht. Dann drei Streifen. Er hat absolut recht. Eine 6 und so. Wie, haben wir uns von der Farbe verarschen lassen? Die Farbe auch. Okay, der Stern... Die Farbe spielt auch eine Rolle. Der Stern ist ja 1, oder? Ja. Oh. Meint ihr? Moment, wir haben gar keine 5, ne? Ich glaube, das ist die 2, Moggy, was du ganz links hast. Ich glaube, da geht es um die roten Streifen. Das müsste die 2 sein. Ja, das ist 2, 2, äh, rote. Das ist 2. Ganz rechts ist die 3. Genau. Das ist die 3? Ja. Ich glaube schon. 4, 5, 6, 7. Also immer das, was in der Spitze ist, ist nur der Hintergrund. Okay, der Stern ist die 1 und das, ähm, das ist die 5, dann das ganz rechts, genau. Ja. Fertig. Hey. Let's go. Oh, dieses Rätsel, dieses, dieses Rätsel. In, in diesem, in diesem Spiel muss ich, glaube ich, auch gar nicht googeln. Selbst wenn, wenn man es mir vorwirft, ich weiß, dass, ich hab's halt gespielt. Oh man, da braucht man sich, diese kindliche Augen. Ich find's lustig, wie Molle und ich sofort dachten, wir wissen genau, wie das Rätsel funktioniert, weil es nach Farben nicht funktioniert. Ja, das haben wir mit den Büchern im Letzten. Ja, 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 ja. Ich war voll bei euch mit den Farben. Ich, so, ja, so, haben sie, da haben sie uns reingekriegt. Ich dachte, es wäre beides, aber es war nicht so. Also ich dachte, es sind, es ist nach Zahlen und nach Farben. Ist die Landkarte von South Park im Spiel? Vielleicht kommt das noch. Irgendwie kommt mir das mit den Farben bekannt vor. Du kannst das, ja, genau. Ah. Na ja, gut, das ist jetzt, ähm, cool. Ist da eine Hand drauf? Ich weiß nicht. Es fehlt noch was. Das ist eine Blutspur. Oh, da oben. Hast du schon? Da die Fähnchen. Okay. Guck, das ist es. Da müssen wir das Muster. Da ist es. Ich wusste, dass es das auch gibt. Stark. Na ja, es war nicht so schwer. Nö. Ich würde fast sogar sagen, das war vielleicht ein bisschen zu einfach. Jetzt übertreib ich gleich, ja. Okay. Dann übertreibe ich beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal darfst du. Ah, und hier habe ich ja auch die zwei bekommen. Es ist mir nicht auffällig, dass ich die hätte mitnehmen können. Das ist mir auch nicht auffällig. Ich wieder über die Stränge schlage. Aha! Eine Schraube. Eine Schraube. Die ist locker. Wo war die Schraube locker? Das ist ein sehr origineller Job. Auf den kann man mal. Da muss ich noch jemand was bezüglich Schrauben. Hier vielleicht, ja. Hier wahrscheinlich. Ich könnte schwören können, dass die da reinkommen. Oh, da vorne. Oh. Das hat uns jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Oh, die ganzen Dinger da vorne müssen wir ausfüllen. Die vier fehlen noch. Ja, ja. Da brauchen wir wahrscheinlich mehr. Hast du den Kuchen schon mal angeschnitten oder so? Ich habe kein Messer. Oh! Schubladen. Moment. Schubladen existieren in dem Spiel. Schrauben, hier. Messer. Oh nein, das wird die Messer war dumm. Das ist doch alles, was wir brauchen. Ich erinnere mich daran, dass ich hier lange gebraucht habe. Aber das ist so cool. Oh nein. Wie viele Striche hat man? Ich liebe sowas. Das ist Professor Layton, oder? Oh ja, man muss die alle irgendwie. Oh nein. Ja, aber wie viele Striche hat man? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ist unser Ziel? Ich habe mein Mikrofon geahnt. Oh, wollen wir alle trennen? Okay, man hat eine Menge. Wie viele waren es? Sechs oder so? Ich habe nicht gezählt. Okay. Aber warum sind manche Kerzen entfacht und manche nicht? Die, die einzeln stehen. Die, die einzeln stehen. Aber standen nicht andere auch einzeln, oder habe ich mich verguckt? Oh nein, okay. Nein. Doch, also da standen schon auch welche einzeln. Ich glaube, das ist nicht lang genug. Nein. Ah, das war dann wahrscheinlich das Problem. Ja. Nein. Nein. Ich schneide die Torte an. Ich gebe hier den Ton an. Ich bin der Mann im Haus. Oh oh. Oh oh. Wie, was war das? Ach so, okay. Du hast resettet. Nein. Doch, die sind alle wieder weg. Ja, ich weiß, aber das war nicht meine Absicht. Du solltest auf jeden Fall jede Fläche, die entsteht, nutzen. Warum ist die Kerze zum Beispiel jetzt nicht entfacht? Warum machst du das? Wie, warum mache ich das? Na, guck mal, du verschwendest da. Ja, aber du verschwendest doch die ganzen Flächen, die du da teilst. Warum sind die oben nicht entfacht? Na, das verstehe ich auch nicht. Das war ja vorhin, das, sowas meine ich vorhin auch gesehen zu haben. Oh ja. Ja, ihr habt recht, das verstehe ich nicht. Aber guck mal, du hast da in der Mitte doch jetzt eine Fläche, wo eine Kerze rein könnte. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, doch. Ja, ja, ich sehe, was du meinst. Die hätte ich da reinpacken können. Du kannst mit den Strichen immer nur eine begrenzte Zahl an Stücken sozusagen machen. Eigentlich... Ich weiß, dass das jetzt nicht stimmt, übrigens. Ja, das müsste stimmen. Die müssen das Dreiecke sein? Nee, sind's ja. Warum ist die oben rechts nicht an? Vielleicht brauchen die einen bestimmten Winkel. Die anderen haben einen vierspitzeren Winkel. Aber das wäre doch... Das wäre übertrieben, oder? Gibt's irgendwo Regeln dafür, weil beim... Ja, ist die Frage, fehlt uns wieder so ein Hinweis oder so? Bei den Fliegen hatten wir auch Regeln da stehen, weil wir es zuerst falsch dachten. Hier oben bei dem Bild haben wir auf jeden Fall auch Zahlen, ne? Ja, das hängt mit irgendwas anderem zusammen. Oh, apropos. Wenn wir schon mal dabei sind. Oh, das war das. Ich seh's. Oh. Yeah. Ich schätze, das kommt hier. Das find ich immer ganz cool. Ah, die sechste Fall nach oben. Okay. Das ist super. Das ist mit später relevant. Das wär so ein Real-Life... Also so ein Escape-Room-Rätsel, was cool wär. Hast du schon mal eine Glocke geläutet? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Schade. So mit Briefmarken auf so einem Gemälde, den Ort finden, wo sie herkommen, ist cool. Die Vase kaputt machen. Die Vase ist halt die Schraubenzieher. Katze, arbeite hier mal mit mir, okay? Der Joke ist untergegangen, Fully aber war gut. Danke. Die Vase muss platzen. Der Brief bringt uns nichts mehr, ne? Der war schon ausgelesen, ne? Ist sowas wie platzen. Ja, voll. Wenn so Porzellan runterfällt, das als platzen zu beschreiben, ist ziemlich... Das macht das richtige Bild im Kopf. Das ist ein platzendes Geräusch. Was will die Mutter eigentlich von dir? Sie will mir einen frohen Geburtstag wünschen. Sie will, dass du niemals ausziehen kannst. Alles Gute, mein Sohn. Ich möchte ein Stück Tor. Ich glaube, das ist alles, was man an Hinweisen bekommt. Hm. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Der erste Versuch war ja gar nicht mal so schlecht. Warte mal, du bist neun geworden, ne? Und das sind neun Kerzen. Mhm. Haben wir neun Schnitte? Sechs. Glaub ich. Wieso neun Schnitte? Wenn du einen Schnitt machst, hast du schon zwei Stücke. Wieso bräuchtest du für neun Kerzen neun Schnitte? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe den Gedankengang nicht ganz weiter gedacht. Also neun Stücke kann man theoretisch schon mit vier Linien machen. Das ist das, was du meintest, Johnny. Naja, du verschwendest gerade ein Stück da oben. Ich würde da oben, ja, ich hätte auch weiter oben angesetzt. Ich wäre nett. Aber es ist trotzdem... Es sollte halt aber auch so easy machbar sein. Als der, der nicht spielt, hat man halt gereden. Versuch mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, du wirst dafür bestraft, dass du ein Stück gemacht hast und keine Kerzen drauf sind. Ich glaube, du darfst kein Stück machen ohne Kerze. Hm. Mach mal ein Tic-Tac-Toe-Feld. Aber so, dass es halt hinkommt. Yeah. Warum ist das jetzt gescheitert? Scheiße, falsch. Mach's nochmal. Ich habe das Gefühl, du hast einfach nur eins gespendet. Oder muss man jede Runde eine anzünden? Ich glaube, das Tic-Tac-Toe-Feld ist schon die Lösung. Das sah nämlich gerade... Das könnte sein. Das sah gerade sehr vielversprechend aus. Dass du jedes Mal eine Kerze anzünden musst. Ja. Glaube ich halt auch. Ich würde weiter oben, also so ungefähr dort, wo auch die Überkreuzung ist. Da die vier ganz links oben und rechts unten. Genau das. Oh, das war ein mächtiger Spielzug. Ja. Jetzt ist die Frage, wie verfahren wir weiter? Man könnte... Die haben wir noch. Die vier hier unten halt, aber... Bei den Schnitten weiß ich nicht, wovon das abhängt. Ich glaube, irgendwie, wenn man einen Fehler macht, der wird dann zurückgesetzt. Hm. Also, perfekt können wir es jetzt nicht mehr machen. Ja. Oh, ich wollte jetzt nur so einen teilweise Schnitt machen. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Hm. Bleib mal zwischen den dreien da links. Oder so, genau. So, das zählt soweit auf jeden Fall noch. Oh, oh. Nein, das ist falsch eingesetzt. Hä? Was zählt noch? Nein, noch gepasst. Hm. Hm. Und jetzt noch oben der. Wir haben keinen mehr, oder? Doch, einen. Nee. Wie gesagt, ich bleib bei der Theorie, man darf kein Stück machen, wo keine Kerze drauf ist. Und ich glaube, mach so ein Hashtag, das müsste eigentlich klappen. Ups. Okay. Ja, und jetzt von da oben durch die zwei Kerze... Nee. Hm. Jetzt haben wir die rechte gebraucht. Oh nein, wir hätten die dritte noch gebraucht. Die hätten wir gar nicht ausschließen müssen. Okay. Puh, äh. So. Ja, so. Es ist halt immer der... Oh, wir können die drei Teile teilen. Jetzt die untersten drei in ein Feld. Oder wir machen direkt, äh... Wir haben hier einfach so... Trennen die untersten drei vom Rest. Die untersten drei vom Rest trennen. Also hier so eine... Achso, hier seht die raus nicht. Hier quasi. Doch, ich seh die raus tatsächlich diesmal. Ja? Dann die obersten drei vom Rest trennen. Äh... Ja. Ich muss kurz... Und dann die linken drei, äh, die rechten drei vom Rest trennen. Das hab ich jetzt auch gerade gesehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber ich frag mich grad, wie viel ich helfen soll, weil ich... Das ist nur, das ist nur, äh, Kirsche. Ich hab das... Ich hab das... Ich weiß noch, wie viel ich helfen soll. Ein Erd von Eis? Ich mag's, dass man zwischenzeitlich zu einem alten Mann wurde. Ich hab das Gefühl, ich weiß noch zu viel von meinem eigenen Play-Food. Mit der Kerze, Alter, Mann. Sonst bist du nicht cool. Yeah. Ich wollte mal ein Video auf Deckmere-Mir machen über, äh, das Essen von, äh, Wachs. Ich dachte mir, da gibt's irgendeine Community oder so dafür, aber die Antwort ist nein. Und... Ja, super viele Dinge, die man nützt, sind mit Wachs, äh, besprüht und so was. Er hat wirklich mit der Kerze gegessen. Natürlich hat er gegessen. Au. Äh, nein. Bist du wieder in Halloween um die Häuser gezogen, Alter? Oh, die Nadel! Aber ne Nadel in die... Wer steckt eine Nadel in eine Geburtstagstorte? Er freut sich so. Oh, wer macht denn sowas? Oh, ich glaub, Herr Opa, da war eine Nadel in meiner Torte. Die Kerze hab ich verdaut, aber diese Nadel hat mir den Gaumen aufgepiekst. Wer macht denn sowas? Das waren die 30er. Damals war alles noch anders. Ich blute überall. Wer tut das denn? Nee. Ja, was? Yeah. Wer schnipst hier? Aber wenn der Opa jetzt, das war sehr schlecht. Ich würde gerade sagen, es war sehr schlecht und sehr schwitzig, deswegen weiß ich. Oh. Aber er mag schneller. Schneller. Yes. Oh, das sollst du auf einer Briefwark, Europa. Der Älteste hier weiß wenigstens, wie man eine Party feiert. Natürlich braucht man kaltes Getränk und Musik, das ist das Mindeste. Da sitzt er wieder. Ja, bei diesen Kurbel- Grammophonen war das immer noch ein bisschen. Glaubt ihr, glaubt ihr, er hat sich ein bisschen jünger gefühlt. Er hat alles gegeben, auf jeden Fall. Das ist Fully, er schnipst. Ja, so stell ich mir Fully auch auf der Party vor. Der Vater. Wer steckt denn eine Nadel in den Kuchen? Wer tut denn sowas? Wieso denn, Blues? Wir müssen noch herausfinden, was wir mit dem Schraubenzieher machen können. Und mit dem Kaugummi. Benutzt das Messer auf die Kiste. Auf die Mutter. Sag ich doch. Nein, da müssen wir irgendeine Münze oder so oben reinsetzen. Ja, deswegen gibt es Sinn. Ich meine es nicht, dass wir erstmal, dass wir diese Münze irgendwo sehen. Oder diese Tapete. Ich müsste mir den Kaugummi der Mutter geben oder dem Vater. Oder diesen Raum. Ah, ja, stimmt. Oh. Will jemand... Oh. Willst du ein Kaugubi? Da ist auch keine Kakerlake mit einem Schnappmechanismus drin. Lass sie platzen. Mit der Nadel. Mit dem Schraubenzieher. Mit dem Schraubenzieher. Oh, jetzt bist du ein frecher Herpest. Aber die sind so zufrieden mit dir. Ist das dieser Hase? Es ist niemand an der Leitung, oder? Hallo. Hier bei Mögerichs. Fully. Schon wieder? Die Zinnova-Rotinseln. Ich habe den Brief gelesen. Ich glaube, Fully weiß bis heute nicht, Mogi, dass wir beide das gemacht haben. Nein, ich habe ihm gesagt, dass er mein Video anschauen soll, deswegen. Ja, aber meins nicht. Ich hoffe, es ist jemand, der weiß, wie man richtig Party macht. Ach, das ist die Klingel. Das ist Mr. Owl, oder? Ja. Schau mal durch den Spion. Es ist der Hase, der draußen stand. Scheiße. It's a bunny. Hey, der sieht nett aus. Das ist doch bestimmt... Oh, ja, der ist super nett, auf jeden Fall. Das ist der Clown. Das ist der Magier. Mit einer Rifle. Das ist der Tommy Gun. Ah, stimmt. Wieso sage ich Rifle? Ich meine, äh, Barrel. So. Was ist passiert? Oh, nein. Das ist wirklich ein schlechter Geburtstag. Oh, Mutter. Ich mag's ja sehr trotzdem. Bis zum Ende war ich noch so froh über die Torte. Da wurde ich zufrieden. Ich sterbe jetzt zwar sehr früh und sehe mein Sohn nicht aufwachsen, aber Mann, diese Torte. Da war zwar eine Nadel drin, aber Gott, war das die gute Torte. Wenigstens war da sogar noch eine Überraschungsnadel drin. Wie geht es, Opa? Das war wirklich super. Lieber Dale, alles Gute zum 9. Geburtstag. Dein Freund Harvey. Ich hasse Harvey. Harvey. Harvey ist der Papagei. Wieso hast du Harvey? Harvey ist der Papagei. Was hat er vor? Fully, wieso hast du Harvey? Ja, aber der Papagei ist wahrscheinlich sehr viel... Achso, weil ich das erste Aetna-Spiel gespielt habe. Achso. Harvey ist ein hoffen Scheiße. Äh, Maeve. Ja? Harvey ist wahrscheinlich sehr viel später geboren. Vielleicht haben wir den Vogel nach unserem Freund benannt. Oh. Stimmt. Das würde auch viel mehr Sinn machen, ne? Stimmt das? Ich glaube, es ist das Ding da oben rechts. Ich glaube, es ist rechts. Um rechts. Nee, Moment, da war ja schon. Ganz rechts. Da ist ja schon eins. Ja, genau. Aha. Also, das stimmt da zwar, aber... Da scheint das zu stimmen. Aber die sechs hat dann ja zwei Symbole. Die Postkarte hatte doch die vier Symbole grau. Das ist richtig. Es könnte doch die zwei mal die selbe Zahl geben, oder? Es könnte aber woanders sein, aber es sieht genauso aus. Ja, es gibt zwei mal die selbe Zahl bestimmt. Ja. Naja. Wir behalten das mal im Auge. Oh, Papa! Oh, oh! Das ist ja gut. Oh, Mama! Wenn ihr das bei eurem Gasherd vor euch seht, macht nicht das, was ich mache. Und ich glaube, das passiert mehr als da. Komedisches Timing, mein Freund. Das war doch ein Platzen, oder? Das war ein Platzen, ja. Warum platzt es aber? Nichts im Kühlschrank, das ist okay. Wie geht's der Katze? Wie geht's dem Hasen, ist die bessere Frage. Verschlossen. Na, der ist weg. Wenn wir doch nur raus könnten. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Ich komme nicht raus. Oh Gott! Oh nein! Oh nein, Opa! Das nehme ich dann mal an. Ich nehme das mal an mich. Jetzt habe ich das Rezept. Ein Gin Tonic. Zweimal Gin, zweimal Tonic. Ein Gin Tonic. Ich will doppelt einen Gin Tonic. Als Missverhältnis. Was ist kaputt. Jo, die Katze lebt. Und die Was ist kaputt da oben. Und das ist ein Tampon. Das ist ein Batterienblumentopf. Wisst ihr, was das für ein schlechter ökologischer... ökologischer Fußabdruck ist, den ihr mit Batterien im Blumentöpfe hinterlasst? Vor allem 1939. Ja. Das müssen ziemlich schlechte Batterien gewesen sein. Dieser Carbon Footprint. Wann wurde... Wann wurde diese Art von Batterie erfunden? Oh! Nee. Ich dachte auch, die könnte vielleicht... Nee, in die Pfanne. Geht? Nö, schade. Ich meine, die Batterie an sich ist wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte. Aber wir können das aufschließen mit einem Schlüssel. Bist vertraut mit der Bagdad-Batterie? Mhm. Äh, ja. Wir können drüber den Schlüssel aufsperren. Da ist es super cool. Es gibt etliche antike Arten, Batterien zu bauen. Das ist voll cool. Aber dieses kleine Gerät, da können wir wahrscheinlich die Batterie reinhauen, oder? Naa, nichts Geräusch! Oh, an die Decke. Tja. Wirklich war das Geräusch so unangenehm. Die sehen wir bestimmt wieder. Oder ist sie wieder. Oh, schlappt sie dir. Mogi kann das Geräusch nicht haben. Es ist zu mir sein, dass es nicht unangenehm ist. Für mich... Man hört es halt. Ich habe bei mir jetzt eine Stereo-Wirkung. Ich weiß nicht, ob euch das eine Stereo-Wirkung wird. Ja, ich finde das auch unangenehm, aber... Die Fliege von links nach rechts. Ich finde eine Mücke einfach viel schlimmer als eine Fliege, deswegen. Fliegen ist okay, aber dadurch, dass sie von links nach rechts setzt, so hören, ist es ein bisschen unangenehm. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich erlaube es dir. Oh, die Sotone ist offen! Dann lagen wir wohl falsch. Wurde ihr aufgeschossen, oder wie? Ich hatte keine andere Wahl. Diese Substanz aus meinem früheren Leben ist meine einzige Möglichkeit, diesen Zustand zu verlassen. Vergib mir. Mr. Rabbit. Mr. Rabbit? Das ist langsam der Punkt, an dem die ganze Story-End-Gritic wirklich verwirrt wird. Er wollte also was aus der Kiste. Er wollte... Die Kiste haben wir doch in einem anderen Teil auch gehabt, oder? In welchem Teil haben wir die Kiste mal aufgemacht? Ich weiß, dass wir da mal eine Münze draufgesteckt haben. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben die Münze auf jeden Fall schon mal irgendwo draufgesteckt, falls ihr noch wisst, wie die oben aussah. Nein, ich meine auch, dass ich diese Münze schon mal gesehen habe. Kannst du bei dem Gerät den Schlauch, ja, den Schlauch und die Batterie reinpacken? Ist okay, Froli, die deutsche Sprache macht sowieso bezüglich Artikel nicht wirklich Sinn. Es ist, äh, manchmal, manchmal, äh... Oh, du kannst den Teakessel mit Wasser füllen, dann... Sagte Johnny... Oh, nee, der Ofen ist auf dem Herzen. Er rede den ganzen Tag. Sagte Johnny, wenn er macht Sinn, sagt. Finde das ganz schön barbarisch von dir, Joni. Ich will einen Pfeifen hören. Ich finde, das ist eher anarchistisch. Rebellisch. Oh. Oh. Warte, machst du das, oder... Ah, okay. Ich bin vom... Shit, wie hieß Naruto's Dorf? Äh, Konoha Gakure? Genau das bin ich. Konoha. Ja. Der T ist fertig. Seid ihr bereit für ein Experiment? Das Experiment lautet, wie lange wird der Kühlschrank überstehen? Warte, ihr habt 39, den Kühlschrank? Das ist ziemlich okay. Okay, doch, das Grosch ist unangenehm. Ich glaube, bei mir wurde es noch nicht richtig übertragen. Hm, davon würde ich ausgehen. Können wir da Wasser einfüllen? Nein. Aber. Können wir nicht irgendwie die Leichen waschen? Pass auf, wir mussten hier irgendwo... Da ist auch das schwarze Haus, ne? Ich glaube, ich muss hier den Baum nachmalen. Oh, das könnte sein, ja. Oh, das könnte sein. Leichen waschen. Aber wo ist jetzt? Ich mache hier den Baum. Ja, das ist ein Beruf. Leichen waschen, herrichten und servieren. Wenn du in der Pflege arbeitest, dann machst du das Gleiche, nur sind sie zur Hälfte noch keine Leichen, aber sind auf dem Weg dahin. Oh Gott, oh mein Gott. Der war auch noch am Leben. Okay. Aber nur halb. Verdammt, ich komme mal kurz zurück für den Jumpscare, dachte ich... Ja. Bist du da noch drin, kleiner Mann? Wie ich sehe, bist du gerade sehr vertieft und verwirrt, ob das mit dem Baum malen wirklich stimmt. Ich dachte mir, ich tauche mal kurz auf und leuchte mit meinen Augen. Und wehe, du kommst auf die Idee, durch das Loch in der Tür zu entkommen. Aha! Ich habe das vielleicht falsch dran getan an der Wand, bei dem Bild von Van Gogh. Weil auf der Postkarte sind ja auch die gleichen Symbole drauf. Das war das Kreis, das Kreuz, das S und dann das Dreieck. Fully, notier mal. Kreis, eine Eins. Eins plus. Los, Fully. Achso, 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 achso. Die Zahl, Eins plus. Oh, das ist Rassi Lake Hotel, ne? Eins plus zwölf. Ich denke, die Zahlenkombination ist 1, 9, 9, 6, 6, 6. 1, 9, 6, 6. 19, 66! Endfischung. Ah. 1966 waren wir auch schon. Oder da hat doch der erste Teil stattgefunden. Bei der Uhr war auch immer eine Zeitreise. Vielleicht kann man hier auch was mit der Uhr machen, zum Zeitreisen. Ja, aber wir haben... Oder war das in den 70? Nein, ich kenne nur den Würfel einfügen. Ja, wir haben nicht den Würfel. Ne, ne, alles gut. Wir haben bloß über das Jahr 66 geredet, dass wir da auch schon waren im Spiel. Oh, Woodstock, das waren Zeiten. Yeah. Man, Joe, part two, oder was? Das war, glaube ich, 69. An diesem Tag endeten die 60er Jahre. Am 31. Dezember 1969. Ja, Homer ist ein toller Hippie. Dort haben wir erfahren, dass sein zweiter Name J-Lo... Uptown, girl! Sie lebt nur in ihrer Weißbrotwelt! Den unteren Schein konnten wir noch nicht... Nein, der ist verschlossen. Hoge mit mir für die Maschine vielleicht? Kochen das Wasser. Wir will schon mal... Oh! Ah! Ich finde es irgendwie so seltsam, dass... Welcome! Du Eile... Oh! Nach der Batterie. Let's go! Man braucht immer zwei, damit Dinge funktionieren. Das weiß jeder. Oh, und ich muss kurz die Tür. Funktioniert das eigentlich eine normale Batterie? Die einfach mit den zwei... Aber nicht, dass Mr. Rabbit kommt bei dir. Wenn man eine Batterie mit irgendeinem Metall quer connectet zu den zwei Kontaktpunkten, dann müsste das doch auch funktionieren, oder? Wenn man nur eine hat. Okay! Also, ihr habt eine Menge über Batterien gelernt, habe ich herausgefunden. Wir haben uns einfach unterhalten. Dazu muss ich eine Frage stellen. Kommen Batterien aus Deutschland? Also so in der Form, wie wir sie inzwischen kennen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke nämlich ja. Lass mich mal nachschauen. Boah. Du meinst so wie Fernsehradio und so, wie man bei dem... So wie alles. Wir haben es erfunden und alle anderen werden verdient dann heutzutage Geld damit. All diese Sachen, wo man der Meinung ist, das kommt aus Deutschland. Kannst du den Tür... Das stimmt nicht immer, Mann. Es hat sehr oft auch... Kannst du die Klingel abschrauben? Oh! Ist nicht direkt eine Klingel, aber ich weiß, was du meinst. Das ist überhaupt... Aber das können wir... Dann können wir das als Schalter benutzen wahrscheinlich. Nein, wir haben Kabel. Was ist das überhaupt? Das ist ein Lichtschalter. Oh, zum Drehen? Drehmaschine. Ja, sowas existiert. Ich meine, ich bin mit Toiletten mit Strippe vertraut, aber... Ja, die kenne ich auch, aber es gibt so ganz komische Dreh-Lichtschalter. Die sind aber auch mega alt. Die brauchen noch ein bisschen Energie. Wirklich Toiletten mit, äh... Mit der Strippe zum Ziehen. Das war einfach super cool. Das hat der Hygienstern, oder? Du ziehst an der Strippe und dann passt er auch voll. Falls ihr damit nicht vertraut seid, Kids zu Hause. Man hat die Übersicherheit seinen Spülkasten, wo das Wasser drin ist. Der ist halt relativ weit oben und der wird halt mit Wasser vollgelaufen, wie es auch heutzutage läuft. Und dann ziehst du an der Strippe und ich vermute, dann wird dann der Boden unter dem Wasser weggezogen. Und dann... Schießt das Wasser runter und nimmt die Fäkalien mit sich in den Abgrund. Oh, yeah. Das ist ziemlich cool. So, äh, was können wir sonst noch machen? Das Wasser wird immer noch so gemacht. Ja, deswegen meinte ich auch, so wie es heutzutage auch noch gemacht wird. Oh, ich hab nebenbei versucht rauszufinden, die Batterien, die wir heute nutzen, Bleisäure-Akkumulatoren und Lithium-Ionen-Akkumulatoren sind die. Und die kommen... Aus... Äh... Jetzt wird's spannend. Können wir den Schmuck machen? Nein. Die sind von einem deutschen Mediziner und Physiker. Ja. Aber auf Grundlage von, äh, zum Beispiel einem britischen... Und die Bagdad-Batterie spielt auch eine Rolle, also... Ich weißt du, inwiefern spielt die eine Rolle? Ist die nicht eher so eine Sache, so im Nachhinein, wo man sich dachte, oh, das hat existiert? Ja. Und das war ja ziemlich ähnlich wie das, was wir jetzt inzwischen haben. Aber Luigi Galvani hat irgendwie die erste Batterie... ...entdeckt und, und, und dann... Gott, das ist so verwirrend hier. Ich mein, ja, es ist Technik. Ja. Äh, ich muss aber sagen, ein Typ namens Luigi Galvani, äh, gönne ich das. Das ist ein cooler Name. Also Alessandro Volta ist ein Italiener zum Beispiel gewesen und der hat die erste wirkliche Batterie vorgestellt. So, äh, jemand eine Idee, was wir machen können? Ähm... Wir waren da unten auf jeden Fall noch nicht drin. Nee. Die Fliege! Oh, stimmt, fang die Fliege. Können wir die Fliege mit der, mit der Kaugummi fangen oder so? Wir gehen Fliegen fischen. Äh... Schnapp sie dir, Flieger. Irgendwann wird der Kaugummi richtig sein. Ja, ja, eines Tages müsste es drin sein. Den hat meine, äh, Frau Mutter damals noch gekaut. Oh, ich hab sie gehört. Yes. Na, die Fliege stört mich, die kommt mir nicht bekannt vor. Und sie ist auch, sie haben, sie haben sich nicht die Mühe gemacht, Details auszuarbeiten. Sie haben einfach nur dieses, das ist gerade ausgewählt Modell. Verfüttern wir sie. Verfüttern wir sie. Oh ja, die Katze. Katzenfressen überrascht oft Insekten. Das ist das, wovon ich rede. Warum will sie das einfach alles? Warum will sie die nicht essen? Das spricht wiederum für Wohnungskatzen, obwohl das ein ziemlich schreckliches, ein schrecklicher Irrtum ist, dass das für manche Tiere ausreichen würde. Hm, keine Ahnung. Das ist ein Verkaufsargument. Es ist nur, dass da draußen weniger Katzen unterwegs sein sollten. Ah ja, das ist eine Wohnungskatze. Die ist damit zufrieden, auf 40 Quadratmetern zu sein. Ich hätte es mal die Maus aufgenommen. Oh, pass mal auf. Das ist, das ist, das ist das. Als ob das geht. Oh nein, Katze, no. Oh nein, oh nein. Wohnungskatzen mit. Oh. Die, die sogar alleine sind. Das ist. Durchdauert zum Beispiel. Ich meine, ich mag Katzen, aber das ist schon echt unangenehm fürs Tier. Ja. Hä? Guck mal da hin. Was? Hä? Wieso? Was? Ah, super. Was ist passiert? Wir haben den Fisch gefangen. Wir haben den Fisch gefangen. Wir haben wirklich Fliegenfischen beschrieben. Ja. Genau. What the fuck? Au. Das war einfach nur ein extra Schritt. Wo kommt der überhaupt her? Ja, pass mal auf. Ich weiß, wo das herkommt. Mogi, du hast recht. Katzen essen einfach alles. Mogi, wasch dir bitte die Finger danach. Ne. Man kann daraus bestimmt Kaffee machen. Aber ja, Katzen sind eine gewaltige Last für das Ökosystem. Ja. Genauso wie Nandus. Aber sie immer üblicher werden. In Norddeutschland sind irgendwann mal Nandus ausgebrochen. 1966. Das sind so Straußenvögel und die trampeln durch die Felder und über Deiche und so. Die werden langsam auch zu viele. Das sind einfach, du bist in Norddeutschland unterwegs und es könnte dir passieren, dass du Strauße in freier Wildbahn siehst. Also, die heißen Nandus, aber ich sage Strauß, damit ihr wisst, wie es aussieht. Oh, das Geräusch. Jetzt wird geschüttelt. Die heißen Nandus. Nandus sind auch so Straußenvögel. Laufvögelgroße. Rusty Lake, 1966. Ich erinnere mich daran. Wieso Emus? Mr. Owl. Oh, den kenne ich noch. Moin, moin, meine Jungs. Ich habe schon auf dich gewartet, Dale. So, warte, der Brief war auch von Dale, oder? Oder war er an Dale? An Dale. Dale ist ja neunjähriger. Wir sind Dale. Okay. Wir sind aber nur neun. Und dann, kannst du wirklich sein, wer du sein sollst? Ich bin ein Kind. Nein, ich denke, wir haben einen Mord verübt. Wir sind neun. Ich glaube, dass es 1939 ist, weiß ich nicht, ob es wirklich... Ich meine, ja, es war... Nein, ich meine, das war unser Geburtstag. Das ist unser Psychiater, denke ich jetzt, der mit uns zurück in die Vergangenheit geht, damit wir damit aufrollen. Oh. Und an unserem neunten Geburtstag wurde unsere Familie dahin gerafft. Und dadurch hatten wir diesen Knacks und kamen damit nicht um. Nee, das glaube ich nicht, dass wir das waren. Ich glaube, das ist eher der Grund, warum wir auch zu einem Mörder wurden. Ich denke auch auf keinen Fall, dass wir das getan haben. Ich glaube, das war... Von Mord möchte ich mich ganz klar distanzieren. Allerdings, im ersten Spiel war es ja so, dass es irgendwie auch ein Suizid sein könnte. Ja, ja. Deswegen, wer weiß. Ja, aber in dem Fall, wir sind ein Neunjähriger und das... Also mir kommt es vor, als wäre zum Beispiel der Mörder, der Hase hier... Wir wissen halt nicht, wer das ist, deswegen haben wir da den Hasen drauf projiziert und unser Psychiater könnte die Eule sein. Weil der immer Briefe schreibt und uns fragt, wer wir sind. Und geh in dich, geh in deine Kindheit. Heute ist dein schrecklichster Tag, hat er uns auch einen Brief geschrieben. Ja, ja, stimmt. Dann nimm das Messer und stech mal ein bisschen rum. Aber warte mal, warte. Nein, wir spielen ja keinen Deutschen. Ich meine, erfunden... Ich würde eher sagen, Rekord... Kannst du mal aus dem Fenster gucken, gibst du mal was Neues. Hm, nein. Nee. Aber ja, ich denke, das hat mit dem Krieg zu tun, dass seine Eltern umgebracht wurden, will ich damit sagen. Ja. Könnte sein. Ja. Kann man... Ich hab ne vage Endung. Ich mein... Also es klingt so nach Cube Escape. Als irgendeiner Schusswunde von irgendwen, der da liegt, da hat man doch sicher irgendwas rausgezogen, oder? Was der... Ja, irgendwie so. Und? Es klingt so nach Cube Escape. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich seh's vor mir, wie's aussieht. Und klicke vor allen Dingen auch die Ohren an. Gott, ich find vor allem, Mutter sieht so dahingerafft aus. Die wurde einfach übern Haufen gemäht. Ich bin nicht begeistert davon, dass ich jetzt einfach ihre Leiche so anklicke. Ist dein Item. Ich will das wirklich nicht essen. Du hast schon viel Schlimmeres getan. Ja, vielleicht nicht. Naja, aber das war unsere eigene Mutter. Ja, wo ist der Unterschied? Uns fehlt auf jeden Fall noch dieses Etwas, was hier reingehört. Ah ja, richtig. Ja. Okay. Oh! Oh, was? Als ob. Okay. Ich glaub, ich hab's gerade gefunden. Stark. Ich glaub, mir gerade ist vielleicht in der Box noch irgendwas drin. Oder ne Bombe. Uiuiuiui. Wo ist der Würfel? Aber wir kriegen jetzt den Würfel. Da ist der Würfel. Danke, mein Guter. Blauer. Ist das wirklich aus einer anderen Zeit? Der Blaue ist neu. Und Blau hatten wir schon mal. Die hatten schon mal einen Blauen. Die hatten, glaub ich, schon mal einen Blauen, ja. Wo wir in der Zeit gereist sind, hatten wir einen Blauen. Genau, deswegen sag ich ja. Ja, ja, das war die Zeitmaschine. Vielleicht haben wir uns den gegeben. Oh shit. Oh nein. Vielleicht war das unsere Hand. Oh, das ist so cool. Oh nein. Oh nein. Kannst alles verhindern. Ich weiß ja nicht. Ich weiß, was ich erstmal machen werde. Yeah, die Lebensfreude. In diesem Haus wird Lebensfreude groß geschrieben. Ich möchte übrigens auch mal kurz hervorheben, dass die Katze, sie hat mitbekommen, dass alle um sie herum erschossen wurden und alle tot sind. Und sie hat keine Reaktion gezeigt, außer mich so anzustarren, ihre Brote zu putzen und einen Fisch zu fressen und auf den Teppich zu kacken. Das Ding ist, so eine Reaktion können sie haben, aber sie können tatsächlich auch sehr, sehr davon betroffen sein. Also sie können auch darauf tatsächlich reagieren. Und ich meine nicht einfach mit Schock und Dachs, dass sie wegrennen, sondern tatsächlich so eine Form von Trauer empfinden. Ja. Und dann kannst du die Kiste aufnehmen. Mit Sicherheit. Ich will aber nur sagen, dass die Katze es nicht getan hat. Ja, die Katze hier nicht. Oh. Was wollte er haben? Aber sie guckt ja auch sehr verstören. Aha. Ach so. Oh, ich wollte diese Substanz. Damit müssen wir Opa erschießen. Nein, wir erschießen Mr. Rabbit. Ich denke, wir erschießen Mr. Rabbit. Ihr wisst ja, wie es in den 30ern war. Opium bringt Opium. Oh. 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 Guck mal her, das Schuss Eisen. Ich weiß noch, damit umzugehen. Oh, da sitzt der wie der Don. Ich bin bereit. Wie der Don, der ist. Oh nein. Oh nein. Komm nur her, Vater. Vater. Wie heißt... Wie nennt man nochmal... Oh, jetzt kommt er. Papa Bär. Wie nennt man nochmal Hasen. Oh oh. Der Rambler. Keine Sorge. Der Opa hat die Knie. Neckel. Nee, Vater Lampe oder so. Heißen doch. Hasen. Ich weiß. Wo ist da jemand? Ich weiß genau, dass du da bist. Komm nur rein. Wie haupt der das so auf? Opa ist bereit. Ganz easy auf jeden Fall. Opa. 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 Nice shot. Großvater. Warum ist er jetzt sauer? Oh nein. Oh nein. Warum ist das das, was unser Vater dazu sagt? Wie wär's mit einem Danke oder so? Woher wusstest du das? Nein, ich kann nicht mehr zu. Ich möchte noch zu Opa schauen. Oh nein. Wir haben Opa... Wir haben Opa nicht mehr... Ich mag's, dass er da sitzt wie ein Geschäftsmann. Wir haben nicht mehr zurückgeblickt. Ich glaube... Oh, warte. Ist das eine Masse, die sie tragen? Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass das deine Art von... Ähm... Interpretation. Coping ist. Also, dass du nicht mehr weißt, wie er aussieht. Ja. Und diese Tiere haben immer mit dem... Rusty Lake... Hospital... Äh, Hospital? Mit dem Hotel, glaub ich. Ja. Im Hotel wurden die Leute zu Tieren gemacht. Ja. Irgendwie so. Oh. Ich glaube, eine wurde zum Schwein gemacht oder so. Ich meine, vielleicht ist das Spiel auch viel wortwörtlicher, als ich immer denke. Ich kenne die Bedeutung mehr da nicht. Ich stelle mir, es ist gerne so vage, dass man ihn damit interpretieren kann. Ende. Das ist meine Interpretation. Und wir werden nie erfahren, wie's Opa geht. Der Fahrstuhl. Der kommt noch öfter. Aber es geht ihm vermutlich gut. Opie war bestimmt im Ersten Weltkrieg. Der konnte das. Ja, ja, der war bereit. Hm. Ich würde sagen... Der hatte noch ein Lied auf den Lippen dabei. Das ist... Ich denke, äh... Der gute Cupiscape-Geburtstag ist immer noch mein Lieblingsteil. Ich denke, die Rätsel sind wirklich spaßig und gelogen. Und nicht so weit hergeholt. Auch wenn wir ein bisschen gebraucht haben. Aber ich meine, wir wussten auch noch viel aus Erinnerung. Aber ich hab das Gefühl, sie hatten die richtige Mischung zwischen weit hergeholt. Aber gleichzeitig auch machbar. Birthday war gut. Auf jeden Fall fand ich, war auch einer der besten Teile. Aber ich glaube, mein Favorit bisher ist Case 23. Hm. Da fand ich die Rätsel auch ganz cool eigentlich. Und den ganzen Aufbau. Ich glaube, ich hab auch Birthday als erstes gespielt. Das war mein erster Teil. Ja, auf jeden Fall ein guter Teil. Und es gibt jetzt schon so viel von Charakteren und sowas im Hinterkopf zu behalten. Hm. Ich weiß nicht. Ich meine, ich hab jetzt schon den Überblick verloren. Wie hat sich der Hintergrund da angepasst, je mehr wir gespielt haben eigentlich? Oh yeah, jetzt wo du's sagst. Oh stimmt. Ich glaub, Mr. Rabbit ist neu. Ja, ich weiß nicht. Oh yeah, da ist auch der Fisch. Der Fisch ist, glaub ich, auch neu. Harvey ist da. Na. Harvey war recht früh da, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Vermutlich seit dem vierten Teil. Okay, schauen wir, was nach dem Theater noch dazukommt. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Cheers. Tschüss. Cheers. Yeah. Cheers und, ist das, gibt's da einen Zusammenhang? Inwiefern. Cheers und Tschüss, hat sich das mal bedingt gegenseitig? Oh mein Gott. Könnte auch was mit Cheer, also Two Cheer zu tun haben. Als Toast Ding. Yeah, oder Chio Chips. Hallo und willkommen zur Cube Escape Collection. Johnny ist gerade noch sein Geburtstagskuchen. Beim letzten Mal haben wir den Geburtstag gefeiert und heute gehen wir ins Theater. Fuli hat die Frage aufgeworfen, in den Raum geworfen. Ob es sich da um ein Kino handelt oder um ein Theater. Ich kann nicht sprechen gerade. Und ich dachte, ein Kino wäre dermaßen langweilig. Theater ist so cool, da kannst du in den Kostümraum gehen und keine Ahnung. Es gibt immer so viele kleine Dinge zu entdecken. Die Argumente haben ich... Nach dem Geburtstag geht man auch nicht in ein normales Theater, sondern geht man ins Kino beim Geburtstag. Ins Lichtspielhausen. In der Zeit war ein Kino, aber auch was sehr Neues. Ich glaube, das war auch sehr schick, immer ins Kino zu gehen, oder nicht? Aber ich denke, man wäre wirklich sehr langweilig. Sehr neu war es nicht, aber... Es war auf jeden Fall eine sehr abendfüllende Sache, so ein Kinobesuch. Das kann es auch heute noch sein. Ja. Aber auch ohne Essen und so. Die Würfe sind die Methode der Behandlung. Wir spielen jetzt Dale, richtig? Ja. Ich denke. Ja. Okay. Und wir sind... Also es kommt immer darauf an, welchen Teil man spielt. Und wir sind in Behandlung bei Mr. Ohl. Ja. Wer war dann Van der Boom? Wer war was? Wer war dann Van der Boom? Ja, so heißen wir doch. Dale Van der Boom, oder? Oh, ist das unser Nachname? Nee, wir heißen Van der Meer. Oh mein Gott. War der Kommissar? Ja, der Kommissar ist der andere jetzt gewesen, oder? Oh, das Rezept an der Wand. Ja, ja. Der ist das Rezept von Opa. Nee. Screwdriver Cocktail. Es ist nicht Gin. Es war aber quasi das Rezept von andere Zutaten. Hm. Und der Barkeeper sieht ein bisschen aus wie Opa. Das gleiche Rezept, andere Zutaten. Geben Sie dem Mann eine Drink. Es ist halt beides mal zweimal gewesen. Oh, ich weiß, wer das ist. Leave me alone. Uh. I just wanna drink. Ich glaube, meine... Ich glaube, den kennen wir aus einer gewissen Polizeistation. Ich wollte gerade sagen, es ist Fully. I just wanna drink. Oh. Lieber Bob, du weißt, mir geht es schon seit einiger Zeit nicht gut. Ich bleibe für eine Weile an diesem See, von dem ich dir erzählt hatte. Es tut mir leid, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht treffen wir uns in einem anderen Leben wieder. X. Oh nein. Oh nein. Man könnte aber auch sagen, dass an diesem See zu sein, ähm, das hat auch nicht gut für sie geklappt. Mhm. Das ist so. Eins. Zwei. Eins. Dann Orange Shoes. Danach mach ich Opa's, äh, Opa's Drink. Oh ja. Also, 50-50, 50-50-Wodka-O klingt jetzt nicht super lecker. Das ist wachbar eigentlich nicht. Fully, der Mann will, äh, der Mann will keinen Cocktail, der Mann will, der will harten Stoff. So in einem Zug war der weg. Damn. Oh nein. Oh, der Screwdriver-Cocktail. Ah. Der namensgebende Effekt. Okay, zweimal Gin. Oh, was, ich glaube, du hattest ja zweimal Wodka, oder? Und dann zweimal Gin. Ah, das kann sein. Ich glaube, wir haben auch kein Glas mehr. Aber ich glaube, es war zweimal Gin, zweimal Tonic. Ja, schön, zweimal Gin, zweimal Tonic, der Gin Tonic. Es war auf jeden Fall Tonic, ja. Oh ja, okay, jetzt will ich es sagen, ja. Irgendwie lame, dass wir immer noch kein, äh... Nimm mir das Glas weg. Her damit. Ich muss Cocktails machen. Ich will noch mehr. Hm. Doch, du musst mich noch mal ein bisschen jetzt. Mach ich noch mal. Oh. Moment. Was? Gin. Einfach an die Tapisierin gespritzt. Ja, ich muss, ich muss das resetten und deswegen muss alles weg. Gin Gin Tonic Tonic. Warum ist da eigentlich Tabasco? Alles muss raus. Und, gab es ein Schiffmünz? Ja, da ist ein Stern. Sehr gut. Nimm mal einen Zug davon, der ist von meinem Opa. Und Opa hat Mr. Rabbit umgebracht. Opa weiß, was stark ist. Opa ist stark. What do you want, Detective? Oh, wir sind der Detective. Wir sind doch der Detective. Oh. Warte, also, ah, okay. Okay, also Dale ist der Detective. Ja. Und in den ersten Spielen waren wir die Frau. Mhm. Okay, um genau zu sein. Der Vogel war wahrscheinlich dann auch von ihr, weil sie ist dann auch umgezogen in das Rusty Lake Hotel und hat den Vogel mitgenommen. Aber wir hatten als Kindheitsfreunden in Harvey. Hat sie den Vogel vielleicht benannt nach jemandem? Ja, stimmt. Das war die andere Sache, die wir vermutet haben. Aber dennoch, der Vogel war von ihr. Das ist eigentlich, worauf ich hinaus wollte. Ja, wenn man sie gespielt hat. Vielleicht war man auch ihr Mörder. Aber gleichzeitig war es auch ein Suizid. Nein, sie war ihr eigener Mörder. Wahrscheinlich. Bad Face. Ich war mir darüber nicht ganz einig. So. Oh, das ist so eine Art Spiel. Oh, damit haben wir schlechte Erfahrungen. Die haben so einen specialen Namen, ne? Ah, jetzt. Ja, ja. Okay, wir haben es schon. Ja, ja. Nein, wir haben es noch nicht ganz. Jetzt haben wir es. Oh, nein. Nein, das ist super cool. Ja, aber... Ja, die Riempfe finde ich auch nicht so schlimm. Also, die finde ich eigentlich auch nicht so schlimm. Ja, aber ich dachte, wir haben es und dann kommt so das Gleiche nochmal. Warum kann man sie immer nur in die Richtung bewegen, in die sie hält? Der Lümmel unten muss weg. Ja, man muss da so rangehen, dass man immer den nächsten frei macht. Shit. Der da oben ist mir jetzt ein bisschen... Oh, ja. Ja, genau. Perfekt. Und dann kannst du den hochschieben und dann durch. Es gibt sehr viele. Was hast du denn da? Was? Zieh einfach durch. Achso. Was war das denn? Ich dachte, du verarschst uns gerade. Ja, ich dachte auch, du machst das absichtlich. Ich war ein bisschen dem Schiebefluss gefangen. Wir haben Fluss. Ja. Komm da raus. Das ist kein Bach, das ist ein richtiger Fluss. Wenn der erstmal fließt. Also ich schätze, hier muss ich erstmal weiter nach Lins. Nein, nicht genau. Doch, damit man... Genau, nein, nicht genau. Aber der muss ganz nach oben, dann glaube ich der... Der kleine. Der kleine Mann. Das, was wir schieben müssen, auch ein bisschen nach rechts. Genau, das kannst du nach oben schieben und das kannst du durch. Yeah. Die sind halt wirklich ein Rätsel. Oh. Das war ganz gut, ne? Ein Pimpli und ein Stecker. Die hatten zum Glück viele Lösungen. So, mal sehe ich hier den westdeutschen Stecker. Wir sind einfach nur noch... Aber wo sind wir denn hier? Oh, schaut euch die Steckdose an. Da fühlt man sich direkt wie zu Hause. Ist Rusty direkt etwas zu Hause? Ah. Du machst den Schrauben, ja. Mach mal fest mit der Schraube. Wir haben einen Pömpel. Hey, du hast einen Schraubenzieher. Du hast einen Schraubenzieher. Oh, ich habe einen Schraubenzieher. Dafür will ich einen Screwdriver-Cocktail gemacht. Ich habe einen Pömpel. Oh, die Show beginnt, wenn das Licht an ist. Ach, das ist gut. Bloody Mary, einmal Wodka, einmal Tabasco, zweimal Blut. Oh, den kenne ich. Den habe ich auch schon mal getrunken. Blut haben wir jetzt nicht so am Start, ne? Noch nicht. Das können wir ändern. Es ist... Es ist ein Theater. Oh, was ist das jetzt? Ist das eine Faro-Divor? Was? Das ist Mr. Owen Cosplay. Und das ist Harvey. Ja. Ah, siehst du, das haben wir uns erdacht. Das sehe ich. So viele. Das ist so Alfred Hitchcock, das sehe ich doch. Showtime. Showtime. Großes Kino. Gibt mir leid, Tiny Tim. Ich muss weiterarbeiten. Ich habe einen Klatsch, aber das wurde ich übertragen. Oh. Hulli, bitte nachmachen. Sie bewegt ihren Mund wie ein Muppet. Morgi, was hat ich über alles kaputt? Mr. Crow. Oh, da ist es. Ein Hut? Das Kreh. Gib mir den Hut. Oh, okay. Oh, das war das Ding, was Mr. Rabbit haben wollte, oder nicht? Diese Substanz. Ja, aber es war eine Knarre. Ja. Nee, nicht unbedingt. Wir wissen nicht, ob er, ob er wirklich das da in der Truhe gefunden hat. Vielleicht muss der auch, obwohl, äh, keine Ahnung. Wir können noch kein Bloody Mary machen. Hm. Ja, gutes Spiel. Wir haben das C gesehen. Also wir kennen eine weitere Note. Ach, das Cattle war nur das Bild, ne? Das war nur das Bild, da war keine Information drauf, ne? Ah. Oh, ich weiß, wir hatten unverdientes Klavier mit Buchstaben drauf. Ja, habe ich auch gesehen. Und wir müssen Dead Phase nachspielen einfach. Yeah. Okay. Ich meine, das können wir auch. Deswegen hat das D geleuchtet. Das ergibt Sinn. Ich mach da mal eben einen Screenshot. Wer hat das schon mal? Nee, ich kann das. Da zweifle ich, Ding. Ich zweifle nur daran, dass ich das kann. Also den da. Dann den da. Dann. Oh, Johnny ist so gut, ne? Das A ist recht. Ich kenn mich aus. Geht ja gut. Uli, er macht das schon. C, E. Und noch das E. Du hast einen Fehler gemacht. Hab ich? Du hast einen Fehler gemacht. Aber guck mal, wenn du das C spielst, dann leuchtet das C auch, oder? Drück mal C. Ja. Das D leuchtet auch. A. Nein, das ist nicht A. Was? Begreif ich nicht. Moment. Nochmal. D, E. Ich dachte, das A wäre dann links aus dem Milchgründen. F, G, A. Dann kommt das D. D. Was ist ein Leerzeichen? Das gibt's im Krimier nicht. Nee. Okay. A. C. Und E. Entschuldigung. Schnell gib mir deinen Vertrag, damit es ihm was für die Toilette hat. Oh, du musst nachspielen. Ja, stimmt. Du könntest es nachspielen. Ja, aber... Nein. Die macht nichts mehr vor. Hallo? Oh. Hallo, hat jemand etwas Klopapier? Ah. Wunderschön. Hey, das war ein bisschen dahin gerotzt, Lady. Yeah! Rinn. Man sagt nicht umsonst, dass ich Klavierspieler-Hände hab. Was lacht ihr? Oh, wow. Ja, ich kenn deine Hände. Die sehen so aus. Ich hab so komische Oger-Dinger, die den Gameboy zerquetschen würden. Du hast einen Schlüssel. Oh, das ist ein Fragezeichen auf dem linken Bild. Fürs Klo. WC. Ja. Yes. Gehen erst mal in Abseilen. Da ist noch ein Glas. Oh, das passiert öfter mal. Okay. Ich hab noch nie ein Herz in Bad gefunden. Ja, wir sind jetzt weg. Jetzt bin ich mir sicher. Konzentrier dich. Das ist sehr kompliziert. Oh, mir ist so schwummerig. Das scheint doch nicht richtig zu sein. Das juckt die Brause nicht. Oh, shit. Was geschieht mit mir? Ja. Du hast den falschen Stoff zu dir genommen, mein Freund. Okay. Quadrat, Schmetterling, Nippel, Fadenkreuz. Ich mag, dass du das Wort gefunden hast. Ich hab auch überlegt, was ich dazu sagen würde. Ich sag immer Auge dazu. Aber ich bin auch langweilig. Das stimmt. Schmetterling. Auge. Nippel. Was? Fadenkreuz. Aber nicht das, sondern das. Was ist das geschlossene? Ne, das offene. Ah, ne, das schreckenhaus. Das schreckenhaus mal wieder. Hm. Boah, dieses menschliche Herz. Das sieht so seltsam da aus. Uch. Ja, können wir da Blut rausziehen irgendwie? Ach ja. Das können wir in den Mix-Becher träufeln. Ah, oder hier. Ja, weiß ich nicht. Doch. Äh, wo war Bloody Mary Rezept? Einmal Wodka, einmal Tabasco, zweimal Blut. Hattet ihr schon mal Bloody Mary? Nein. Ich schon. Ich hab da zu viel Angst davor. Fand's nicht so gut. Okay, das geht nicht. Aber vielleicht, 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 vielleicht. Hey, Barkeeper, ich hätt gern Bloody Mary. So sind sie wahnsinnig. Das wurde halt schon zweimal vor diesem Spiegel gesagt. Was glaubst du, warum der Spiegelpart kaputt ist? So sind sie froh, dass wir nicht dreimal bestellt haben. Du, du kannst ihn wahrscheinlich als Gewichte verwenden. Oh, seht ihr, was ich seh? Ja. Es ist gerade halb drei? Halb vier. Halb vier. Sag ich doch. Drei? Das ist eine Crow hat mit seinem Finger so rum. Wir haben aber keine Uhr. Ne. Noch nicht, zumindest. Kann ja nicht mal in der Ruhe geben. Oh doch, das ist so eine Art Uhr. Aber was bringt uns das jetzt? Das ist etwas. That's a fast stretch. Da fehlt uns doch was, würde ich sagen. Das ist keine Uhr, oder? Ne. 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 Das Bild ist, äh, kommt mir sehr bekannt vor. Oh ja, das haben wir gesehen, als wir die Pilze angeklickt haben. Ja. Wir sind auf jeden Fall im Theater von unserem Mind. Oh, warte, ich habe einen Pömpel. Im Theater unserer. Ach ja, für die Toilette. Oh mein Gott. Oder die Raben aus der Schüssel. Flunk, flunk. Das kriegen wir. Ui. Ach, dein Vater. Glückwunsch. Jetzt mache ich eine Bloody Mary. Jungs, ich lade euch ein. Oh nee. Fully, willst du auch, suchst du auch gerade nach diesem Spiel? Von, äh. Ne, ich glaube, es war nur ich. Wie heißt das Spiel von, was als Teaser für Silent Hill irgendwie gedacht war? P.T.? P.T.? Yeah. Daran hat es mich erinnert. Und hier gibt es noch eine andere Kombination. Das Baby im Waschbecken. Das ist ein Zeichen. Ja, stimmt. Da oben links ein Spiegelbild. Wir sind, ja, wir brauchen, wir müssen eingezeichnet werden, wo das Fragezeichen auf diesem Kuchendingen ist. Eventuell. Ah. Ah. Oh ja. Ich dachte, ich muss oben links die Ecke klicken, aber dein Spiel plausibler. Ich meine, könnte auch falsch sein. Aber wir haben ja jetzt die Gewichte. Leg mal Sachen auf die Gewichte. Das soll ich nicht alle sein. Aha. Oh, schön. Den Hut. Ja, ein bisschen zu schwer. Das war fast ein First Try. Oh, doch nicht. Was ist das schwerer? Herz oder Pfötz? Hast du? Ja. Ich packe das Herz auf das Weiße. Ich würde sagen Herz. Ja. Dann rieche ich das Herz, ich hatte eben auf dem Weißen. Ach ja. Ja, mach das auf dem Runden. Nee, nee. Das Herz ist schwerer. Ich weiß nicht. Was ist unsere Aufgabe? Das muss alles ins Gleichgewicht gebracht werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, das passt. Nein, das hat sie gesagt. Das muss eigentlich die Aufgabe ist. Oh. Hey. Du hast zweimal das Gleiche gemacht. Du hast zweimal das Gleiche gemacht. Oh, Mogi hat sie nicht getauscht. Ja. Oh, ich nicht. Entscheiden. Blume. Und das war Nummer 1. Oh, das wird ein langes Abenteuer. Schöne Vorstellung. Oh. Oh, da ist ein Würfel. Ah, das ist einfach. Der Gamecube. Die Gamecube, wenn ich bitten darf. Ach ja. Ich sag auch immer die. Okay. Die Konsole. Ich sag halt wirklich zu allen Konsolen die. Aber das heißt nicht, dass es das einzig Richtige ist. Ja, also zu allen Heimkonsolen sag ich die. Ich sag auch die NES, die SNES oder die SNES. Ja, das hört sich alles richtig an, ja. Naja, bei NES und SNES kannst du auch das NES, der NES sagen. Da ist es echt egal. Falls ihr mehr dazu hören wollt, schaut auf mein... Ah, die Klappe. Ich höre auf Johnnys Kanal vorbei, er hat ein Video gemacht. Etwa genau zu diesem Thema. Manchmal macht er Videos, ja. Hin und wieder. Unverhofft kommt oft. Kommt selten. Fadenkreuz, Fadenkreuz, Würfel, Papier, Flieger. Hatten wir schon mal, oder? Für irgendwas. Fadenkreuz, Faden, ohne Kreuz. Aber das kommt mir so bekannt vor, als ob wir das schon mal hatten. Du meinst in einem anderen Spiel? Genau, genau. Na, vorbeigewürfelt. Vorbeigewürfelt. Oh, Harvey, Harvey. Oh, der knallt richtig rein. Was ist das in der Mitte? Wodka. Galia. Galia? Keine Ahnung, Galia? Galua. Galua. Zweimal Juice, zweimal das Dünne und einmal Vodka. Einmal das Dünne. Hab ich zweimal gesagt? Ja. Ich meinte einmal. Okay. Ist es der gelbe Flüssigkeit? Galua? Galua? Galiano. 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 Das ist kein Wunder, das stand da ja, das passt da gar nicht, deswegen, dass das Etikett passt nicht ganz klar. Ah, ein Glas. Oh ja. Galiano habe ich noch nie probiert. Oh, Galiano sieht genauso aus. Gelb? Das wird immer, das wird immer in dieser Flasche serviert. Oh. Hier, mein Freund. Ich finde kein Bild, wo das nicht diese Flasche ist. Und das wieder... So, mir gefällt es nicht, dass es Harvey's Wallbanger war. Das heißt, ähm... Von Galiano. Ja. Oh nein. Oh. Verdammt, was hab ich getan? Nein, das ist das Blut. Halt den Glas runter. Halt den Glas runter. Yeah. Wir brauchen aber zweimal Blut. Na, dann musst du wohl noch einen trinken. Dann musst du wohl noch einen Wallbanger trinken. Ich meine, vielleicht... Geben wir ihm einfach... Ich meine, noch einer kann nicht schaden, oder? Aber er war auch nicht gut, auf uns zu sprechen. Er kann das ab. Ich meine, vielleicht wirklich. Ups. Hey. Nicht so früh wegziehen. Jetzt ist der ganze Tresen nass. Och, komm schon. Ne, ähm... Ich hab diesen Cocktail schon getrunken. Gleich kann man das Blut mehrfach eingibben. Oh, guck mal, das wird. Oha. Eine Kindheitsfreundin von mir hat mal Apfelsaft eingeschenkt bekommen von meiner Schwester. Und meine Schwester so, sag stopp. Und sie zieht einfach weg, als sie nicht mehr wollte. Und von der Schwester an musste sie die Flasche so schnell so hochziehen und so, hallo? Was soll das? Oh. Sie wusste selber nicht, warum sie so... Oh Gott, es tut mir leid. Oh, hier ist das Programm. Anmoderation von Mr. Owl. Lady of the Lake. Besides. Siehst du, es kommt der Fische... Oh! Yes! Ich freu mich auf den Fisch und den Papagei. Oh, oh. Du musst stoppen. Dann ein Intermezzo von Mr. Crow. Mir gefällt... Intermezzo ist so ein gutes Wort. Ich weiß nicht wirklich, was es bedeutet. Ist was wie Zwischenspiel. Ja, ich meine, ja, das weiß ich, aber irgendwie... ...noch nicht so direkt. Ich weiß auch nicht, was wordig heißt, aber halt sinnvoll. Kannst du mir vorn aufziehen? Hatten wir die Lady of the Lake... Hatten wir schon? Ja, da mussten wir die Gerüchte sortieren. Äh, und was kann ich meine? Kannst du mir vorn aufziehen schon wieder? Oder ist noch nicht so weit? Sie hat uns nicht die Zepha-Blade gegeben. Das finde ich... Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist Bioshock. Oh nein, oh Gott. Was wird am Ende passieren? Harwell. Der Fisch. Oh Gott, der Fisch. Unk, unk, unk. Ja, der Fisch? Hm. Oh. Der Fisch wurde abgefüllt. Jetzt die Pfanne? Oh Gott, nein. Sieht so... Wir füttern wahrscheinlich am Ende Harwell mit dem Fisch oder sowas, oder? Hm, nee, Harwell wird mit der Sache gefüttert, die in den Trichter kommt, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht können wir Blut in den Trichter füllen. Äh. Vielleicht können wir... Ah, nein, warte mal, du kannst in der Mitte das eine Ding umdrehen. Aber wir sollten es zuerst irgendwo anders reinfließen lassen, oder? Ja, genau, in die Pfanne oder so. Oder was das ist, genau. Und dann rechts, genau das. Hm. Hm. Hm, nee. Kriegt er die Blumen anpflanzen? Yeah. Oh, und jetzt nochmal gießen. Jetzt. Das sieht doch sinnvoll aus. Botanik ist meine Leidenschaft. Vogelfutter. Ja, das du kriegen soll. Dann kriegst Siets und es ist direkt Vogelfutter. Das geben wir HW. Schaffst das, Moggi? Schaffst du nicht da? Äh, warte. Du meinst, da war seins. Okay. Das machen wir so. Und das leiten wir so um. Okay. Hui. Hui. Und ob du wirklich richtig drehst, siehst du, wenn der Vogel ein Ei legt. Oh nein, das schwarze Ei. Ich weiß schon, wer das bekommen wird. Die Pfanne. Stimmt. Ich mag, wie stumpf das jetzt klang. Die Pfanne. Oh nein. Ich glaub, du musstest durch den Trichter schießen. Es ist die Pfanne, oder? Das riecht. Oh. Das war schön. Oh, das hat Johnny glücklich gemacht. Das ist sehr umständlich. Du kannst es einfach... Na, egal. Warte, es ist natürlich in den Fisch gegangen, das Ei. Du hast es ihm wirklich... Okay. Ich glaub, es war falsch, okay. Aber der Fisch hat sich bedankt. Nee, du kannst einfach... In die Pfanne rennen. Den linken Trichter dafür nehmen. Ja. Nein, über die Trichter. Ja, aber dem Fisch das zu geben, stimmt doch gar nicht. Wie sollst du auch die Pfanne? Du sollst es auch die Pfanne geben. Du sollst es der Pfanne über den Trichter geben. Aber der Fisch will es doch gar nicht haben. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Habe ich links gesagt? Ich meine rechts. Oh, das ist ein leckeres Ei. Ja, das ist es für den Fisch. Wummi, der Wurm. Hm. Ich hatte gerade irgendein Denkfehler. Das ist ziemlich kompliziert. Ja. Äh, warte. Was muss ich umhören, damit es beim Fisch landet? Das hattest du eben schon. Ja, ich weiß. Ich habe es wieder vergessen. Ja, ist in Ordnung. Das ist linke, glaube ich, war es, oder? Also dadurch, dass das gerade... Mogi? Wenn du vom Fisch aus anfängst, durch das gerade geht es ja nicht. Ist das nicht möglich? Also musst du das drehen? Genau. Hm. Und das, äh... Nee. Dann warte, wir müssen schon durch das. Ja. Genau. Hey, das war es. Ah. Sorry. Alter, ich bin gerade voll schlecht. Hey, das kann ein bisschen verwirrend sein. Ich bin schlecht darin. Oh Gott, der Fisch sieht nicht glücklich aus. Er fliegt... Fisch! Der Planet braucht dich! Schon wieder fliegen, Fisch? Ich wollte natürlich Fische fliegen. Wuhu! Warum ist der Fisch geflogen und nicht der Vogel? Ich habe Fragen. Du magst, dass ich am Ende versehen nicht noch ein bisschen Wasser rausgelassen habe. Tolle Vorstellung. Ein Intermezzo mit Mr. Crow. Ah, er auf dem Bild hat nach unten gezeigt. Zwei. Drei. Drei. Eins. 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 Zwei. Drei. Wah. Wah. Ich glaube, du brauchst, äh, einen Hinweis. Gehen wir zu deinem Foto. Hm. Ich glaube, du brauchst ein Himbeereis. Hm. 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 Das, glaube ich, hilft uns nicht, oder? Äh, seht ihr, wie er nach unten zeigt? Das kam mir vorhin schon so komisch vor, aber es spielt wahrscheinlich keine Rolle. Ich weiß nicht. Gleichspielzeile? Hm. Hast du jetzt immer die Lampen angeklickt, die die Zahl er gezeigt hat? Also jetzt die erste Lampe. Ach so. Machen wir die links, genau. Jetzt machen wir die zweite Lampe. Nein. Ja, das war falsch. Jetzt die links. Eins. Nein. Links. Nein. Nein. Ganz links. Jetzt hier oben. Jetzt hier ganz rechts. Äh. Jetzt hier links. Jetzt hier oben. Jetzt hier links. Ich dachte, die Reihenfolge wäre irgendwie anders aus irgendwelchen Gründen. Aber so ist die Reihenfolge ziemlich ja selbst erklärend. Das sieht richtig aus. Oh, da hat er sich gefühlt. Er ist ein Showman. Äh. Er hat ja erstmal die Kosaken gezielt. Zwei. Ah. Ich bin die zwei. Drei. Eins. Drei. Tut mir leid, dass wir nicht viel sagen können. Das ist ja, das ist ein akustisches Minispiel. Drei. Zwei. Eins. Ja. Wie geht's jetzt? Wir haben sich freut und aber nicht eine Mine verzieht. Oh, okay. Oh, okay, okay. Er ist geradezu entzückt. Hm? Er erinnert mich an irgendjemanden. Das ist das intuitivste. Das hätten sie als erstes machen müssen. Ja. Dann hätte man es gleich verstanden. Uiuiui. Okay. Er kann die Füße einfach nicht stillhalten. Das war eine Show. Remember. Ja. Sie war mit. Oh. Ja, ich erinnere mich daran. Warum? Ach ja, Erinnerung an Seasons. Ist ja die vorste Folge da, oder? Hm. Hm. Remember the Seasons, glaube ich. Damit hat alles angefangen. Was ist eure Lieblingsseason? Frühling und Herbst. Frühling. Und Herbst, ja. Ich mag die zweite von Spawnshop ganz gern. Haha. Äh. Äh. Was will jetzt genau von mir? Vielleicht können wir ja jetzt den Bloody Mary machen. Ich brauche ja zweimal Blut. Ja, vielleicht kannst du zweimal das Blut eingießen und nicht nur einmal. Kannst du den Rahmen runterziehen oder so? Ich meine, du kannst es probieren. Du wirst dich da nicht softplatten. Ja, das war es nicht. Bleib dir meine weiche Ome. Danke, Fuli. Du wirst dich da nicht softlocken. Ach stimmt, vielleicht kann man ja zweimal Blut reingießen. Ohne Probleme. Was, wenn, was, wenn man sich einfach softlocken könnte in Frosty Lake? Das wäre so nervig. Ja, voll dumm. No. Es geht zweimal. Ha. Ja. Jetzt gibt es eine blutige Maria. Oi, oi, oi. Das ist ein scharfer Drink. Das ist wirklich. Ja, ja. Deswegen habe ich es auch probiert, denke ich. Ich würde es gerne mal probieren, glaube ich. Ich wüsste nicht, warum am Ausgleich. Oh nein. Oh, tu es nicht. Halt ihn auch, bitte, Mogi. Du hast so viel zu. Ich mag es, dass du trotzdem da sitzt. Nächster Drink. Oh Gott. Du hast recht. Es ist schon wieder so eine Reise. Ist das wieder Van Gogh? Ah. Er sieht ein bisschen so aus. Oh. Oh, hi. Wir gehen dann mal weiter, ne? Später dann. Iiii. Was ist... Iiii. Hast du diese... Gut gesehen, Mogi. Du hast das Laub. Das Laub und Gras und was auch immer. Gut gesehen, Mogi. Ist das da oben rechts was? Nein. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite draußen. Oh, es läuft immer noch. Okay, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Oh, ich finde das tatsächlich ziemlich unangenehm irgendwie. Ich denke nicht, dass es aufhören wird, äh zu laufen. Sehr gut. Oder müssen wir die... Oh, warte. Oh. Hm. Das haben wir noch nicht. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Und hier sind wir wieder raus. Okay. Willst du das Blut vielleicht einsammeln? Woher kommt das denn plötzlich her? Oh, guck dir mal das Bild an. Ich denke, es ist das gleiche, was auch an der Wand hängt. Nein, es ist das gleiche, was wir jetzt auf dem... Auf der Stage haben. Genau, das ist das, was wir... Genau, das ist das, was wir herstellen müssen auf der Stage. Das ist seine Freundin. Moment. Oh. Oh. Es muss ein bisschen was von dem Mond zu sehen sein und... Moment. Oh, ich kann den... Oh. Ah. 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 Das meinst du. Jetzt. Der war links, der Baum. Jetzt nähern wir uns. Wortwörtlich. Weiter links. Ganz links. Ganz links. Oh. Das hier ist das sogenannte Täter... Nee, ganz links. War nur ganz ein bisschen zu sehen vom Baum. Genau. Oh, so meinst du. Ja, genau. Guck einfach nochmal nach. Ja. Meint ihr, das ist das sogenannte Täter-Motiv? Ja. Ach so. Ich hab gerade an ein anderer... Ich hab an das griechische Täter gedacht. Und da hast du mir... Wofür geht das? Okay, man sieht die... Man sieht ihre Hände auch. Das griechische Täter. Über ihre Hände... Ja, ihre Hände sieht man nicht. Und die Hände sieht man nicht. Ja, ein bisschen höher den ganzen Rahmen. Ja. Und dadurch auf den Mond nochmal. Ja. Yeah. Oh. Hi-Fall. Hi. Ja, gib mir fünf. Oh, die wird... Siehst du? Wir haben aber keine fünf. Stimmt. Aber wir haben vier schon mal. Fünf. Mich zwergelt mein Alter, aber ich muss da nochmal rein. Lass mich da mal durch. Ich schaue mich da nochmal ein bisschen um. Ich muss nochmal in deinen Kopf gehen. Hm. Auf den anderen wahrscheinlich dann... Geh dir nochmal durch den Kopf, ob du es nicht wirklich... Ich wollte sagen, die Rede... Äh, Rede, wenn du ihn durch den Kopf gehen lassen, ist jetzt ganz anders zu verstehen. Das... Das ist, glaube ich, öfter so ein Joke. Über Suizid. Oder wir kriegen... Oder wir kriegen da den letzten im... Im... Im Schrank. Aber wie kommen wir auf die Lösung? War das nicht mit alten Revolvern tatsächlich damals so, dass wenn du es dir damit durch den Kopf geschossen hast, dass du erstmal ein paar Stunden verendet bist? Und dass das wirklich nicht schnell ging? Ich denke, es kommt darauf an, wie Vitale die Teile vom Gehirn sind, die du getroffen hast. Oder Terrier oder was auch immer. Ich habe auch nicht so viele Folgen über den Detectives gesehen. Es geht nicht ums Verbluten im Kopf, Mogi. Da geht es um die Hirn. Teil generell. Ich denke, es kommt halt darauf an, was für vitale Organe du getroffen hast. Ja. Ich rede ja von einem Kopfschuss. Es geht ums Gehirn. Teil. Hast du gerade nicht gesagt, dass es nicht darum geht? Doch. Johnny, Johnny meint, es war früher viel leichter, einen Kopfschuss zu überleben und ich würde überhaupt... Nein. Nicht überleben. Ich habe gesagt, dass man ein paar Stunden lang... Äh... Es ist überhaupt nicht schnell geht. Nee, ich meine... Das ist ein Irrtum. Ich meine, die sind sehr, sehr lange... ...daran verendet. Aber natürlich kommt es darauf an, wenn du Glück hast, dann triffst du irgendwie einen Stammhirn und bist halt weg. Naja, keine Ahnung. So, der Mond. In Anführungszeichen Glück. Wollen wir mich übertreiben. Oh, so ein Glück, was ich heute auch habe. Okay, der letzte Würfel fehlt uns noch. Ihr Gesicht. Ich bin nicht überzeugt, wenn das das richtig ist. Naja, wo stimmt das Gesicht? Da ist ja ein rot... Da kommt ja so ein weißer Rahmen, wenn es richtig ist. Ich war gar nicht gesehen bisher. Vielleicht gibt es auch nur vier Würfel und wir müssen das letzte Motiv selbst finden. Vielleicht. Ja, das ist ein angewesster Spruch. Er hat eine Menge gesehen in seiner Bar. Ist das Opa bevor... Nee, warte mal. Opa ist hier schon tot. Ja, ein bisschen. Der sieht ein bisschen so aus. Oh, der Typ, der eben die Krähe war. Der sah auch aus wie der Barkeeper. Daran hat er mich erinnert. Oh, stimmt. Ich wusste doch, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich kenne ihn doch. So, was hätten wir da für Symbole? Da hätte ich mich gerne mal umgedreht, ob der Barkeeper dann immer noch da gestanden hätte. Ja, nee, die Symbole haben wir nicht irgendwo gesehen. Aber da ist vermutlich der Cube drin, oder? Ja, ich denke auch. Das waren alle hier. Oh, warte. Oh, was? Vier. Vier. Oh! Kannst du das gerade ziehen? Das sieht aus wie eine Tapete, oder so. Nein. Okay. Ah, das ist ja der Rahmen. Stimmt. Die Hand. Fünf. Zwei. Zwei. Ich kenne mal, was das für eine Zahl sein soll. Oh. Hm, was hat der Mond für uns auf Lager? Plus. Plus acht. Oh, das Plus ist die acht. Okay, das müssen wir notieren. Das ist das Symbol. Hm. Okay. Schreib das auf, Fully. Plus acht. Ich denke, dass erst irgendwann, ich weiß nicht, was das ist, aber da ist es eine Vier. Blume ist vier, oder so. Oh, war da eine Blume auch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, machen wir einfach mal. Das dritte war eine Zwei. Hand zwei. Äh. Da würde ich einfach durchwechseln, weil ich, es gibt so viele Möglichkeiten, was das sein könnte. Ist schwierig. Wir schauen uns jetzt einfach mit dem neu, äh, gewonnenen Müssen nochmal an. Da waren, da waren Würfel auf dem Kleid, vielleicht ein Würfel oder so, falls du was hast. Na, ist das Tapetenmuster? Hm. Falls du das meinst, was ich, äh, denke, was du meinst. Das Tapetenmuster wäre wahrscheinlich auch. Also, ja, plus ist acht. Na, acht. Ja, die anderen Sachen haben wir nicht, oder? Hm. Wir hatten die Blume. Und eine Hand. Äh. Hm. Hm. Das Zweite könnte vielleicht eine Blume sein im Fernsehen-Sinne, ne? Ja, daran habe ich auch gedacht. Hm. Dann ist das die Hand. Dann ist das vielleicht die Hand. Und eine Zwei und dann scrollen wir alle Herzen durch. Ich denke nicht, dass das war. Ne, irgendwas. Also, das Plus, dass das die Acht ist, das haut ja irgendwie hin. Also, ich mache mal eben ein Screenshot von, äh, den Symbolen. Warte mal, die Tapete, vielleicht ist das, dass das Tapetenmustern. Wir brauchen erst mal die Symbole und dann behalten wir die im Hinterkopf und schauen uns das Ganze noch mal an. Hm. Das halte ich für sinnvoll. Kannst du, kannst du hier vielleicht noch, kannst du hier auch rubbeln? Hm, nein. Hm. Was ist denn, was hier passiert? Aber bei dem, äh, bei dem Baum habe ich nichts, äh, da passiert nichts, egal, was hier angeht. Oh. Oh, doch. Oh, doch. Das Herz ist ne Fünf. Herz ist ne Fünf. Oh, ihr habt uns eiskalt drangekriegt. Warte, wie ging's jetzt? Ich musste das unten freirubbeln. Kannst du das doch am Bildrahmen umfasst, auch freirubbeln? Ja, wahrscheinlich. Irgendwo. Hm. Aber das ist so irgendein Zeug. Ja, 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 ja. Okay. Aber beim, beim Mond sieht man das. Aber da ist kein Ding. Ja, mach mehr. Rubbel mehr da. Rubbel das Zeug aus dir raus. Bei neben oder so. Wow. Sieben. Alter, sieben. Aber das, beim Mond hat man ja einen Unterschied gesehen, bei denen hier nicht. Ja, ja. Okay. Und was? Hand. Dann auf die Hand. Oh. Ach, das ging doch. Ja. Okay, da haben wir alle. Okay, das war, haben wir? Ja, haben wir. Oh ja, du hast weiter oben über dem Bild wahrscheinlich noch was notiert. Ja. Du bist gerade nicht sehen kann in meinem Discord-Ausschnitt. Ich hab's alles, keine Sorge. Fuli hat alles im Griff. Okay, Fall nach unten ist die sieben. Genau. Dann Tattoo ist die zwei. Dann haben wir die acht. Erz ist fünf. Und dann sagen wir die acht. Oh yes, das haben wir sauber gelöst. Gute Arbeit, Jungs. Ich merk's, dass sich die Zahl noch ungeändert hat und es trotzdem sich öffnet. Die grauen Zellen. Der schwarze Laufen. Da sind die grauen Zellen. Das ist das letzte Bild. Wann merken, Bruder? Thanks, Bro. So, da wird gewirkt. Es ist schrecklich ihr Gesicht. Ah, sag ja, nah. Alles andere hatten wir ja schon noch viele. Und auch Moggi. Oh Gott. Das war ich nicht. Das war herzzerreißend. Oh. Sag mal, wie oft kann sie eigentlich noch sterben? Jetzt zieh sie bitte nicht schon wieder aus. Sie war in der Mühle. Uh, was war die Show? Das war so realistisch. Ich hab wirklich geglaubt, die Person ist tot. Nächstes Mal gehen wir doch lieber ins Kino. Oh, das sind wir. Ist das ja... Oh. In der Maske. Oh, ja. Ich dachte auch gerade irgendwie, das stimmt doch was nicht. Was ist Hitchcock? Erzählt mir nichts. Jetzt kommt die Mühle. Aha, aha. Das Rad. Jetzt drehen wir das Rad. Das Mühlrad. Ah, jetzt wissen wir, wie wir das... Ja, genau. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, ich drehe am Rad. Vielleicht werde ich hiervon auch mal eben einen Screenshot anfertigen. Gute Idee. Also das Fragezeichen weiß. Sie wollen es beschreiben, wird nämlich auch schwierig sein. Ja. Also der Dude. Rot. Ja, Rot. Unten rechts. Rot unten rechts. Gelb neben ihm unten. Oh. Hier ist die Reihenfolge. Nein, doch nicht. Die Krähe ist falsch. Okay, wir machen mal Rot-Gelb-Blau. Rot-Gelb-Blau untenrum, ja. Echt das Gelb? Nein, das ist ein bisschen seltsam. Oh, ich vermute, das ist Gelb? Ah, das war richtig. Die anderen waren automatisch... Das spart Zeit. Gute Arbeit. Das ist ein einfaches Rätsel für unseren Mogibären. Das war ja voll einfach. Ich mag es, dass sie immer zwischendrin ein klicks. Nein. Okay. Es klingt immer so, dass du bei einer Kakao austrinkt oder so über einen Strohhalm. Oh, fangen wir jetzt mit ihm auf zu? Ich weiß, was du meinst. Boah, jetzt ein bisschen Kakao. Mit ein bisschen mehr Bass. Boah, ich könnte jetzt gehen für ein bisschen... Wir gehen dann mal. Tschüss. Für ein bisschen Plantagentrunk. Wie gut, dass wir den Aufzug genommen haben. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Ich muss sagen, storytechnisch hat das jetzt... Es hat absolut gänzlich keine Klarheit eingebracht für mich. Das war eher so eine Art Zusammenfassung. Ja. Das war wie die eine Folge am Ende von Avatar, die auch im Theater war. Das war auch ein Theater. Das war die Theaterfolge. Das war eine fantastische Recap-Folge. Das war ein Fillerspiel gerade. Ich glaube auch irgendwie. Aber es war ganz cool. Aber die Theaterfolge ist keine Filler... Also es ist zwar eine Fillerfolge, aber irgendwie ist es keine Fillerfolge. Sie ist super. Achso, ich dachte, wir reden von dem Spiel. Ich keine Ahnung. Ich auch. Habe ich auch. Aber dann wollte ich nur das Missverständnis vermeiden, dass man denkt, ich würde die Theaterfolge aus Avatar-Filler nennen. Hat Avatar-Filler-Folgen... Nee, also... Es gibt auch keiner. An sich schon. Hat Avatar-Filler-Folgen wenig Folgen irgendwie? Nur 20 Stück oder so? Ich keine Ahnung. Nein. Aber da... Ja, in 60. Also nicht wirklich Platz für Filler. Irgendwann muss ich mal gucken. Ja, also es gibt natürlich Folgen, die nicht hätten passieren müssen, weil es vor allem in der ersten Staffel noch so episodisch geregelt war, dass man erstmal die Welt kennenlernt und verschiedene Abenteuer lebt und so. Was cool ist, was viele unterschätzen, viele kritisieren das. Ich finde das viel besser, als wenn man direkt irgendeine Art von linearer Story... Ja, aber du musst ja die Charaktere und sowas erst kennenlernen. Durchgepeichert. Außerdem hat doch alle schon einen gewissen roten Farb. Ja, vor allem kamen die ja immer zurück. Wenn man ein bisschen dann schon die Feuernationen und ihre Taten so ein bisschen immer sieht. Ja, und Suki und die Kiyoshi-Kriegerin und so ist ja eigentlich eine One-Off-Folge, aber hat dann später total viele Auswirkungen. Ja! Und Jet auch und so. Auf jeden Fall, ja. Kann man nicht wirklich Filler nennen. Außer vielleicht das mit Tante Wu. Das war wirklich irre. Du hast aber in so einer Produktion immer Filler-Folgen und immer Filler-Szenen, weil du musst irgendwie eine Runtime vollkriegen, du musst eine Folgenzahl vollkriegen. Aber bei Avatar ist es wirklich gelungen. Es ist die Kunst, diese Szenen so relevant oder unterhaltsam wie möglich zu machen. Also lasst sie sich nicht unnötig anführen. Genau, deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal mit der Cave wieder. Ich weiß übrigens nicht, wie ich Jeter jemals gespielt habe. Das kann man stellen, weil sie super bekannt vor, zum Beispiel das mit dem, ähm, oh Gott, mit den Röhren und sowas. Aber irgendwie, das meiste ja auch nicht. Das mit den Röhren, haben wir das nicht auch schon mal gemacht? Ja, doch, ich glaube schon, da habe ich nämlich davon gesprochen, dass es bei Patterson und Findus auch sowas gab. Ja, keine Ahnung, ob ich den Teil kannte oder nicht. Okay, beim nächsten Mal The Cave. Und da, ich glaube, ich kenne ihn, aber ich bin mir auch nicht sicher. Halt! Äh, hä? Was? Was ist dazugekommen? Au, äh, im Hintergrund, ich glaube nichts. Das war wirklich eine Filler-Folge. Ich wüsste auch nicht, was dazu hätte kommen sollen. Das war einfach nur ein Rückblick. Immer diese Recaps. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Ja. Cheers. Hallo und willkommen zum letzten Teil von der Cube Escape Collection. Wie es aussieht, wir kamen, ich hatte das Gefühl, wir kamen so schnell da durch. Let's go! Vor allem, wenn ich drüber nachdenke, dass ich die Spiele damals gespielt habe. Ich habe die über Jahre hinweg gespielt und jetzt sind wir irgendwie nachher, heute ist die, was weiß ich jetzt, heute ist die zweite Session davon. Zweite? Ja. Wir kamen ja auch immer raus, erst mal in der zweiten. Wir mussten ja sozusagen auf die Releases warten. Ja, das ja, aber dennoch. Und die Cube Escape Collection sind natürlich auch vom Aufwand her ein bisschen kleiner als die Rusty Lake. Du würdest dich wundern, wie schnell es geht, eine Serie zu bingen, die du jahrelang verfolgt hast. Ja, das stimmt. Das ist ein ähnliches Gefühl. Cube Escape the Cave. Ich weiß nicht, ob ich den Teil jemals gespielt habe. Oh, Rusty Lake. Oh, den habe ich gespielt. Klicken. Ich wusste irgendeinen anderen. Oh nein, das war das habe ich gespielt, glaube ich. Aber das hat natürlich ein Fernrohr geschaut. Oder ist das, der Mann? War das das mit dem U-Boot? War das mit dem U-Boot war sehr schwer und ich habe es gespielt. Nein, ich glaube, das war das mit der Höhle. Ja, aber... Ja, ich glaube, das war es mit dem U-Boot. Wo es dann quasi eine zweite Hälfte gibt vor dem Spiel oder so. Ja, irgendwie. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Da haben wir sogar drüber geschrieben, da war Maeve auch so frustriert und so. Das war kein Rusty Lake Teil? Oder ich habe es irgendwie mit Maeve zusammengespielt? Rusty Lake und Cube Escape. Maeve. Ich weiß, dass es dasselbe ist. Aber es sind das sehr verschieden und nicht direkt. Ist das der Winner? Rusty Lake ist ein Teil der Cube Escape. oder die man kaufen muss auf Steam. Ja. Ach so. Okay, sorry, da habe ich... Das sind die Gratisteile. Ich war gemein zu dir. Okay, inzwischen nicht mehr, ne? Inzwischen kann man die alle noch kaufen. Oh ja, stimmt. Flash ist tot. Yes. Was ist das? Das ist ein Kessel. Okay. Ja, jetzt bekomme ich hin. Oh, das ist ein Kessel. Ich bin der Rätsel bei... Oh. Ewa stimmt da nicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich dachte, wo du das zuschaffst. Ah. Das wird was zu wollen. Steck mal deinen Finger rein. Okay? Okay, und jetzt? Oh, Autsch. Ja, natürlich. Jetzt sind wir aber Opa. Warum sind wir jetzt der Opa? Ich mag es aber, dass er in der Story... Weil die Zeit weitergegangen ist. Hatten wir eine Jahreszeit? Winter 72 ist es. War das derselbe Opa wie in der Mühle? Nee, ne? Ich bin mir unsicher. Der Mann von der Omi. Auf dem Bild. Oh. Das ist halt schon gewissen. Ich habe Angst um den Hund. Ja, der Hund hat Angst um dich. Das kommt mir bekannt vor, muss ich sagen. Ja. So, fast als hätten wir das letztes Mal gesehen. Also sowas sind A. Uh. Oh nein. Uiuiui. Das ist ein Feuerzeugen. Der Klassiker. Und eine Petrischale. Oha. Kipp mal rein, Alter. Ey, was machst du denn? Ich muss nicht mehr so was zu essen geben. Nichts. Blätter mal um. Du kannst das Pult umblättern. Die Fische bewegen sich. Da sind Würfel und... Also auf jeden Fall eine Menge. Ich habe die ganze Zeit nervös wegen einem Termin morgen. Deswegen musste ich gucken, dass das vor 16 Uhr passiert. Und es ist gleich 16 Uhr. Ich habe die ganze Zeit auf eine E-Mail gewartet. Sie ist in meinem Spam-Ordner. Wow. Das ist so ungenehm. Das ist auf jeden Fall schon mal falsch. Deswegen, ich lasse das mal eben ganz voll werden. Und ich kann es ansonsten nicht resetten, wie es aussieht. Das ist also ziemlich cool. Kleine Spitzhacke. Ich habe ein Messer. Ist das gleiche. Ist der ganz links nicht resetten? Oder ganz rechts der? Nein. Nein. Ah, der fließt ziemlich langsam. Und der ganz rechts? Und der ganz rechts? Hast du die Spitzhacke klicken? Oh. Ich dachte, da wären zwei verschiedene Rottöne. Ah Gott. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Das war mein Fehler. Ich bin bereit, das einzusehen. Ich habe dem Spiel nicht die Schuld dafür. Niemand gibt dir die Schuld. Ich hätte den Spiel ein bisschen die Schuld dafür. Wenn es besser programmiert wäre, dann wäre das nicht passiert. Man hätte aber wirklich einfach nur einen Simplen Reset-Button haben können. Ich denke, das ist okay. Ich hätte mir gewünscht, dass man es vielleicht deutlicher erkennen kann. Ich bin wieder anwesend. Sieht irgendwie lecker aus. Ja, das ist so ein Schichtkuchen. Ja. Eine gute Prinzregententorte. Jetzt erst mal ein Kuchen, ne? Prinzregenten. Das da oben sind Stalaktiten und das da unten sind Stalagmiten. Oder was andersrum? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus, als hätte... Oh, Mr. Crow! Eigentlich ist es ein Totem. Naja, jetzt. Kannst du es mitnehmen? Nein. Nein. Ich glaube, ich habe es mir tatsächlich so gemerkt, dass Stalaktiten hängen. Wir können die Fassel anschauen. Ah, ja, stimmt. Stalaktiten, die hängen. Der ist erstickt. Oh, Junge. Den kannst du nicht mehr helfen. Kann ich den nicht befreien. Sehe das nur ich oder sieht das irgendwie aus wie ein Vogel? Ja, ich sehe es so. Ja, doch. Der schaut halt direkt in die Kamera. Ja. Ha, was? Er bräuchte noch so einen Strich für den Schnabel. Oh, hey. Warum hast du Augen? Nimm das Messer. Wieso fragst du sie, ob sie Augen hat? Keine Ahnung, wenn ich eine Antwort stelle, ob die Frage. Jeder Maus ist ja nicht wie zuwärt. Ich wollte gerade sagen, denkst du, dass Fledermäuse keine Augen haben? Sind die nicht blind? Haben Fledermäuse Augen? Manche, 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 also manche haben Augen, ja klar, und manche sind, glaube ich, auch blind, aber andere, glaube ich, können ja auch gut sehen. Also, es ist je nach hart unterschiedlich. Diese Pokenerds, die können sehen, aber doch nachts halt. Die Mauswürfe haben tatsächlich, einige hatten gar keine Augen. Fledermäuse können, äh, manche, also so wie Fully sagt, aber die haben halt diese Ultraschallorientierung, weil's... Oh, die peter Schall auf den... ...auf das Mikroskop. Weil's nachts ist. Und in Höhlen und so. Ist das ein Schachtel noch gewesen? Ich dachte, sie hat generell keine, weil, wofür brauchen sie welche? Zum Gucken. Ich muss noch irgendwas reinlegen. Wir müssen noch eine Verwendung für das Messer finden. Futter oder sich gegenseitig angucken. Nicht den Hohen. Solche Sachen. Oh. Ist das Layton? Ja. Ja. Ist das Ice Edge 1? Ja. Ne, hast du den nicht gesehen, Johnny? Der eine sah doch ganz nachts wirklich aus wie Layton. Ja, ich weiß, ich meinte nur wegen den Höhlenmalereien. Oh, ich sehe den Hirschmann. Aber ich hab ihn nicht gesehen, tatsächlich. Ich hab das einen Hinweis gesehen. Oh, das ist die Katedrale? Und deswegen... Ein Hinbeer-Eis? Hm. Ich weiß noch, ich weiß noch am wenigsten, was das Totem uns bringt. Irgendwas wird es nicht. Das haben wir aber gesehen. Irgendwo an der Wand haben wir das Totem mal gesehen. Echt? Ja. In diesem Teil? Ja. Nee. Ja, ja, doch. Vorhin an einer Wand, da war so ein göttlicher Mr. Crow. Das ist dieses Totem. Das war ein Handy. Oh! Hä? Hast du jetzt ausgestillt? Was? Hast du vorhin den Pfeil ganz oben nur nicht ganz nach rechts geschoben gehabt? Ich hatte das nämlich auch gesehen. Aber mir ist es dabei gedacht. Oh, du musst verschwinden von der Spinner. Oh, das ist dieses... Du entfernst wahrscheinlich immer den Faden, wo die Spinner am Kürzesten zu laufen. Genau, genau, genau. Das ist ja einfach. Warte mal, jetzt haben wir keinen Faden mehr. Ah. Wir können fliegen. Okay. Das war nicht mal schwer. Ah, danke. Ich dachte schon, das war... Ein bisschen zu. Und Game Over. Ja, das war schlecht. In Schach würde man so etwas eine Gabel nennen. Eine Fork? Ja. Moggi. Oh, sorry. Sorry, sorry. Ah, nee, das war falsch. Das war falsch. Der Quer-Dings. Ja. Ja, der Quer muss weg als erstes, oder? Mhm. Genau. Oh, okay. Verstehe. Oh, ja. Er gibt Sinn. Yeah. Yeah. Rätsel. Ich meine, ganz offensichtlich. Mhm. Jetzt musst du aufpassen. Ich muss mir kurz nachdenken. Stark. Ja. Ja. Ja, dass der Quer in die Mitte geht, dann hättest du auch wieder auf beiden Seiten. Sehr gut. Wundervoll. Hm. Die sind irgendwie intuitiv. Hey! Sehr gut. Das war nicht mal knapp an der Stelle. Nee. Das zweite war ein bisschen tricky, aber sonst. Okay. Jetzt haben wir drei. Jetzt sind's drei. Oh, das war clever. Ich würde den rechten Weg abschneiden, oder? Nee. Nee, der kann nach oben gehen. Das funktioniert alles. Genau. Oh, okay. Okay. Das ist das schönste ab. Jetzt kannst du einfach weg drin, oder? Der kommt da eh nicht mehr weg. Mach doch das... Ja, die spende doch da ein. Mach das davor, ihr weg. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab's zu kompliziert gedacht. Das kenn ich. Das ist dein Cube. Das mach ich regelmäßig. Wie heißt das denn? Cubix? Nee. Rubix Cube. Rubix, ja. Und jetzt rein mit dem Würfel. Das ist aber Rubix Revenge. Das ist gar nicht dein Rubix Cube. Das ist dein Rubix Revenge. Ida und Rose und sowas. Die waren alle aus Rusty Lake und Albert. Oh, Albert. Ich erinnere mich an dich. Oh, Albert. Aber sollte man das in dieser Reihenfolge spielen? Also hier nacherst die Kaufbaren, oder sind die Kaufbaren oder zwischen? Oh, ich denke, die spielen alle so parallel zueinander. So ein bisschen. Ja, natürlich. Ja, stimmt. Also ich würde immer erst die Cube Escape Collection spielen, dann die Rusty Lake spielen. Ich würde einfach behaupten. Ah ja, Layton. Die sind halt Puzzle... Ja, okay. Das war wirklich Layton. Das sind halt alles Puzzle Pieces, die du selbst... Also du musst im Endeffekt sowieso alle Spiele spielen, damit du alles verstehst. Hast du nicht die Bilder einfach? Also die Silhouetten? Die Van der Booms. William Van der Booms. Der Hersteller des Sears des Lebens. Warte, seht ihr den... Da ist doch volle Petri. Erzählt mir doch nichts. Da oben links zwischen Frank und James. Achso, ja, stimmt. Man sieht sogar den Heberfleck von Albert. Morgi, ich meine nur das im Hintergrund, diese Schatten. Kannst du die Bilder verschieben? Ich wollte schauen, ob William irgendwo da ist. Ah. William? Ne. Ja, weil mir die mal jetzt angefangen hat. Aber kannst du die verschieben, die Bilder? Sieht so aus. Klar kann ich die verschieben, aber... Dann schieb doch mal Frank auf volle Petri und dann gucken wir mal, was passiert. Ach, was? Oben links, volle Petri. Oh, okay. Ja, eigentlich müssen wir die doch kurz geordnen. Oh, wirklich, man sieht... Oh, die sehen ja so aus... Oh, das... Ah, guck mal, das ist der... Oh, die sehen ja so aus wie die... Was, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Darüber haben wir doch gerade geredet, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, worüber ihr geredet. Habt ihr dir irgendwas von volle Petri erzählt? Sag mir, wir sind in der Mitte bei Ida. Wir haben doch gesagt, man sieht die Silane. Ich bin lustig. In der Mitte? Da. Das war ein sehr unterhaltsames Commentary von mir. Leonard auch in der Mitte. Alles gut. Er macht das richtig, alles gut. James, dann sind wir da unten, aber dann... Und Laura ist ganz oben. Ja, Laura ist ganz oben, ja. Oh, okay, sie kennen wir schon. Hm. Oh. Ist das der KFC-Typ? Das war doch der, der... Wer heißt denn? Der Colonel. Oh, Colonel... Wie heißt er denn? Sanders? Ich glaub schon. Der hat mal den Typen erschossen. Oh Gott. Nein, hat der wirklich. Ja. Ja, kann sein. Ich mein, das ist Amerika. Oh, das ist der... Das musst du merken für den... Ähm... Schalter da. Ah, yeah, okay. Ich mein, wenn man... Wenn man Colonel ist, dann... Kann das so gut sein, dass man Leute erschossen hat, oder? Nein, das war irgendwie so ein Nachbarschaftsstreit. Ah, okay. Der Titel ist nämlich, glaub ich, fake oder so. Ich weiß noch nicht, ob der wirklich Colonel war. So für die Döner-Männer von WOLO. Ja. Ja, einfach nur so genannt. Ja, kauft die nicht wirklich Döner. Dann lass die oben links die beiden weg und die rechts oben links die beiden. Genau. Ja. Yes. Ja. Ja, ja. Ja, lecker, ne? Ich weiß nicht, wo das war, aber es ist mal toll. Oh, eine von vier Lampen. Ja. Wir brauchen mehrere. So gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar mehr. Jetzt müssen wir nur noch weiterspielen. Okay, Farben. Arben. 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 Ja. Ja, da ist Leighton. Und da sind meine Autoschlüssel. Okay, unten rechts. Und meine Hausaufgaben. Und meine Hausaufgaben. Die Kugel. Und eine Wassermüllung. Ja, die Kugel vervollständigen. Oh. Oh, ich dachte, das muss ich mal merken für irgendwas. Ja, das ist ein Zylinder. Das ist eine Hose. Das ist eine Hose. Du musst ein bisschen experimentierfreudiger werden. Na, ich weiß ja nicht. Das ist ein Kegel. Du denkst immer, du musst die Informationen alle abspeichern im Kopf. Das mal Büro. Es ist simpeler, als wir denken. Und jetzt? Ja, die Hose, Alter. Oh, das Elixier des Lebens und des Todes. Oh, nein. Die nehmen wir mal so. Deswegen ist es immer schlecht, wenn der Elixier findet, dass das Elixier des Lebens und des Todes ist. Nein, das nehmen wir raus. Während du trinkst, ist es noch Leben. Aber wenn du es verdaust, ist es der Tod. Okay. Das ist ein Valora. Ja, wer war er eigentlich? Hätte man zuordnen können wahrscheinlich. Nein, nicht. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, kannst du ihn jetzt den Drink auch geben, den anderen Typen? Ja, gib bei Layton den Drink. Oh, Layton ist Mr. Crow. Ah, Motte. Natürlich kriegen wir dann für eine Motte. Was sonst? Hey, mein Bruder. Hey, kleiner Boxer, willst du eine Motte? Ich will keine Motte. Welche Hunderasse ist das? Ein Mops. Hund. Das ist ein französischer Bulldogger. Das könnte sein. Das ist doch etwas, was wir zeichnen können, oder? Das war doch der Weg. Einfach nur ein Viehäck. Mit dem Motte können wir vielleicht der Fledermaus geben. Ja, ich glaube, Maeve hat einen Punkt. Oh, fliegt die das Ding ab, was du machen musst? Das war ja nicht doch gerade, ja. Ach so. Dann ignoriert Fully doch nicht, Eva. Ich habe ihn doch nicht ignoriert, deswegen habe ich es mir doch angeschaut, weil es gesagt hat. Ja. Mit dem ich es nochmal sehen kann. Ich habe ihn ignoriert. Ja, Maeve. Nicht dich. Aber ich wollte mir gerade sagen, ich bin immer relativ sicher, das haben wir schon versucht, weil das ist das Erste, was man versucht zu machen. Einmal umwandeln. Denken deswegen die Leute, ich habe was gegen Fully, weil ich ja noch auf ihn eingehe. Oh, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, er hat Snacki weg. Wie Yoshi. Wir haben ein Viehäck, wir haben einen Kreis. Wir haben verschiedene Farben. Oh. Käfer Quadrat, rotes Kreis. Genau. Ja. Ja. Oh, Moment, da war noch einer. Huch. Oh. Das ist ein Dreieck, oder? Das erkenne ich doch. Das ist auch ein Gleichschenklickers. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gleich... Oh. Das andere hat auch irgendwie nicht stimmt. Hey, das ist ein Windsacke. Oh, die brauchen wir. Ich bin nicht gleichschenklich. Das sind die wenigsten Leute. Ich brauche Einlagen dafür. Okay, so ist er dann doch nicht. Doch, doch, meine Einlage hat irgendwie einen halben Zentimeter ausbrechen. Ne, das ist eine Flasche mit Wasser. Aber... Hä, das stimmt doch aber, ja. Tatsächlich ist Wasser das Gleichschenkel des Lebens. Eben, absolut. Also halt, es gibt nichts, was so sehr für Leben spricht als Wasser. Ja. So weit, so gut. Hast du gut abgestellt. Dabei ist es eigentlich echt nur unser Schmiermittel. Wir brauchen Wasser nicht, um irgendwie Energie oder so draus zu ziehen. Klar, ein paar Nährstoffe, ein paar Mineralien sind drin. Kannst umblättern. Kannst umblättern, genau. An sich ist es echt nur, damit wir, damit unser Blut besser fließt und wir halt, damit wir saftig sind. Dale Wondermare. Oh, das ist Blatt. Das kann ich mir merken. Also ich fühle mich heute ziemlich saftig, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Und das verdankst du unsere besten Freunde im Wasser. Im Wasser. Deswegen schwitzen wir auch. Weil wir Wasser trinken. Eiskaltem Wasser. Stellst. Hm. Da ist Mr. Rabbit. Ich brauch das nicht. Ich glaube, er trinkt. Und Mr. Hirsch. Also Mr. Deer. Ich brauch das. Ja, was müssen wir machen, dass die verschwinden. Wie er wegwobbelt. Hm. Kannst du einen wummeln? Oh, okay. Ich wend ihn. Nee. Nee. Das ist ja falsch. Ich hab den anderen. Siehst du? Ja, du siehst den Weg, oder? Ja, genau. Ah. Das könnte jetzt klappen. Ja. Okay. Ja, okay. Mr. Gaia. Den haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Ich mach das irgendwie, wie wir einfach losmarschieren. Der schwingt so mit den Armen. Das ist eine ziemlich coole Animation. Davon würde ich gerne einen Loop sehen. Ein sogenannter Walk Cycle. Ja. Glaubt ihr, darüber sollte es den Last Episode geben? Davon sollte es einen neuen animierten Emot geben. Oh, yeah. Ich meinst, das wäre die Last Episode von Spongebob. Das meinst. Oh, Spitzhacke. Na, mit der haben wir schon, äh, Start oder? Aber das ist doch ein Riss in der Wand. Ja, vielleicht. Oh, clever. Du, 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 du. Haus und Kaum. Oh, das ist haarig. Oh, das ist so männlich. Ist das, ähm, das ist doch... Ach, komm schon. Mach es doch ein Fond. Ich sag's euch, um das durchzuziehen, ihn mit dem gleichen Arm, den Arm abzusteigen, dafür brauchst du Muskelkraft. Das zwiebelt. Dafür brauchst du Muskelkraft und, äh, Perpetuum Mobili-Arme. Vielleicht kannst du ja jetzt den Schlauch zuhalten. Mit deinem Arsch. Oder ich geb ihm den Hund zum Fressen. Oh, das klappt wahrscheinlich auch noch. Also, wenn ihr euch mal in der Gletscherspalte oder so, wenn ihr mal einen Arm einklemmt, ihr wisst, was zu tun ist. Oder könntest du ihn wirklich schreddern in der Mischung? Auch wenn das Tattoo teuer war. Oh, yeah. Oh, ja. Mä, steck mal deinen Finger rein. Mmh. Reingelegt. Oh, oh. Hundefutter. Och, nee. Das kriegst, das kriegst, das kriegst, das kriegst, Scott Tennerman zu essen. Scott Tennerman hat es verdient. Wer hast du nicht zustande gebracht, das ist schwach. Das gleiche haben wir auch von der Scott Tennerman gesagt. Mmh. Ich glaub, das können wir unter Mikro's Probe achten. Wer hat jetzt seine Eltern gegessen? Was ist das? Oh, nein. Der Hund ist dran. Oh, wir müssen Würfel machen. Nee, ich glaub, du musst die nur so machen. Ich denke, der Würfel ist schon richtig. Die Linien dürfen sich nicht berühren, glaub ich, einfach nur. Ja, so. Das geht auch. Oh. Ja, wenn es mehrere Stufen gibt, dann ist es so. So ein Ritz, die gab es mal in Vertovorgrift. Achso. Und in diversen anderen Spielen auch, natürlich. Nice, Leute. Ah, ich... Doch, das schaffst du. Du musst einfach immer nur gucken, dass du keine Linie überschreitest, die von den anderen ist, sozusagen. Also... Ich kann es nicht erklären, aber du warst gerade schon sehr laut. Äh, Mogi, was machst du da? Ich versuche einen Rand zu machen oder so, aber es hat nicht viel gebracht. Also den ganz links kannst du mal kurz in die Mitte ziehen. Oder den. Ja. Aber jetzt... Du musst sozusagen alle Linien, die sie haben... Also der mit den meisten roten Linien, so kann man es gut beschreiben. Der ist als nächstes dran. Oh, das... Das ist einfach. Nein, sonst kompliziert wäre, aber... Das ist... Das ist extrem einfach. Du musst... Ja. Ich dachte, da kommt noch mehr. Oh. Oh, da ist der Würfel. Da ist Würfel. Da ist Würfel. Da ist Würfel. Fehl den Würfel raus. Oh, das wirkt unmöglich. Warte voll. Ja, da ist auch unsicher. Oh, doch. Doch, ich glaube, ich habe einen Weg. Ist schwer, wenn man selber nicht spielt. Ja. Ja, ist schwer zu beschreiben. Es ist auch schwer, sich vorzustellen, ob es wirklich stimmt. Oder ob man was übersieht. Zieh den unten rechts noch nach oben. Ja, würde ich auch sagen. In die Mitte. In die Mitte vielleicht. Man muss die Sachen sozusagen umstöhnen. Ja, unten rechts noch reinziehen und dann hast du es. Ach so, doch. Ja, doch. Der Map hat den Überblä... Hm. Hm. Oh. Da sind die alle rot. Wahrscheinlich hätte man da einfach nur alle auf die andere Seite ziehen müssen. Ja, genau. Oh, ja. Einfach umstülpen sozusagen. Ja, ja. Das Umstülpen funktioniert viel besser als ich dachte. Einfach roten durch. Oh, ja. 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 Einfach auf links drehen. Ja, das ist wie Socken nach links. Von innen raus. Oh, das Elixir ist aus... Das Elixir des Lebens und des Todes. Wer will einen Schluck? Ich will einen Drink. Yes. Oh, du hast einen Schluck. Das war gar nicht mein Drink. Was hast du getan? Oh, er wird jetzt Mr. Crow, oder? Das ist Pantau? Der Opa ist Mr. Crow? Nein. Geht. Vielleicht ist das gar nicht unser Opa. Wie? Das ist nicht unser Opa. Das ist auf jeden Fall nicht mein Opa. Das war unser Opa, oder? Ich bin so verwirrt. Ja. Ich hab schon wieder vergessen, wie der aussah. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Ding, dass die Leute tatsächlich wiedergeboren werden und eigentlich immer wieder das Elixir des Lebens oder so holen. Ja, ich glaube, das war ein Aspekt, der in den Rusty Lake-Teilen behandelt wird. Und deswegen braucht der See die Erinnerung und deswegen brauchen wir eine neue Wessel und so weiter. Ich hab das Gefühl. Ja, das ist gut. Und ich glaube, dass wir gerade, der alte Mann, das war auch Dale, aber in Alt, kann das sein? Kann sein. Hm. Hm. Ja, die Äh, die Erinnerungen sind nicht nur Schlitz der Vergangenheit, sondern auch zur Zukunft. Ja, und wir können ja eh, ja, wir können auch Zeit reisen. The past is never dead, it's not even past, stand da gerade. Hm. Hast du dir das Zeichen gemerkt? Oh. Oh, oh, oh. So ein Schatten möchte man nicht. Oh, da war ein Zeichen, dass ich an der Wand sehen. Sag das jetzt laut, Mövli. Ich hab gerade, ich hab gerade an meine Wand geschaut. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, das ist also eine Schnecke. Ja, oder Schnecke. Schnecke. Das ist also eine Schnecke. Nein, so nicht, oder? Nein. Nein. So nicht. Oh, oh, what? Scheinbar geht das. Wusstest du? Wusstest du, dass das wirklich ist? Oh nein. Wollte ich ein bisschen größer nicht sehen? Äh, der Anfangspunkt war, glaube ich, auch anders. Ich schau nochmal nach. Ich glaube, da war links unten der Anfang, oder? Nee, rechts oben. Oh, ja, war links unten. Links unten. Und kehrt dann zwei runter, zwei links, eins hoch. Aber warum ist der Punkt da so groß? Okay. Ja, ne, da ist so eine Markierung. Zwei runter, zwei links, eins hoch und eins rechts. Ah. Stark. Hm. Nur noch eins. Ah, das Fische-Rätsel. Ist das das super Ding, was ihr vorhin meintet? Was frustrierend war? Nee, das... Nee. Ich glaube, das kommt tatsächlich. Ich glaube, die Zweite-Helft ist, dass die ein bisschen schwierig ist. Ist auch nicht vorbei. Ah, okay. Ah, er kann die einsammeln. Aber nach welchem Konzept? Das werden wir rausfinden. Okay, so schon mal nicht. Ich denke, in der Reihenfolge die, äh... Schwarz, blau... Im Buch... Moment. Schwarz... Ah, ja, richtig. Weiß, schwarz, blau, gelb. Weiß, schwarz, blau, gelb. Nein. Aber mit weiß anzuschauen wir noch gar nicht. Das spielt immer noch gar nicht klappt. Zuerst ist, äh... Oh, nein. Das sind... Das klappt schon mal gar nicht. Und gelb gibt's auch nicht. Oh, die Fische sterben. Warte, die gucken da hin. Die gucken da hin. Die gucken da hin. Nehmen den Oktopus mit. Yeah. Ah, ja. Drei. Ah, ja. Eine Insel. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ah, jetzt, ja. Okay. Und dann kommt, äh... Der Pauli, was raus? Uh, Erz. Erz. Hier, Lummerland Hauptbahnhof. Ja, das kannst du schmelzen und dann... Dann können wir einen Schlüssel daraus machen. Ja. Stimmt. Dann steh ich mal in die Hosentasche. Oh, nice. Ah, nicht doch so anfassen. Hast du Oma-Hände oder was? Schon immer mal einen Schlüssel. Äh, das war beim... Ja, genau da. Ich möchte sagen, ich hab Opa-Hände. Okay, da war's. Ja, ich weiß. Wir haben das selbe schon mal mit Spiegel in Gold gemacht. Alles gut. Ich wollte nochmal beweisen, dass ich ein Opa bin. Ja. Was für ein Zufall, dass wir das gerade haben, wo Pauli anfängt, frech zu werden. Endlich. So, pumpt seinen Kopf auf. Das gefällt mir. Kommt er schon tot. Hitchcock. Oh Gott, es ist Darth Vader. Er ist Anakin Skywalker. Fast, Dales Reise beginnt gleich. Wenn wir einer von denen... Oh. Wow. Das ist alles so anders, als ich dachte. Wir sind Aldos. Die Zusammenhänge sind so viel klarer irgendwie. Also auch trotzdem noch sehr schwer, aber... Also sind wir tatsächlich der aus dem Buch jetzt? Ja, scheinbar. Mir kam die Geschichte hinter diesen Spielen immer so anders vor. Aber die ist anscheinend doch... Viel mit so... Ich glaube, du musst auf die letzte Seite des Buchs. Ist tatsächlich der mit auf sich. Ja, irgendwie schon so reinkarnierten Nationen oder Planungen hinter den Kulissen oder weiß ich nicht. Das ist so ein Secret Achievement oder so. Höresbewusstsein. Reborn mind. Der wiedergeborene Geist. Ja. Ach, sie heißt Thunderboom. Sie ist... Ja, ja. Sie war ja um den Stammbaum. Sie ist also wiedergeboren. Rusty Lake. Therapie und Angeln. Hm. Lass dich von den Würfeln führen. Balanciere die Substanzen deiner Vorleben aus. Stell das Existier des Lebens und des Todes her. Finde Erleuchtung. Hm. Zubiniere es aus dem Meer. Und mehr. Sie machen auf jeden Fall mal ein cooles S. Und wie geht's dir, Alter? Mal bin ich ne Eule, mal nicht. Seh ich in dem Fummel dick aus? Klassischer Fully. Oh, da... Jetzt beginnt der Teil. Seht ihr? Ich wusste es. Das kam mir so bekannt vor. Hm. Das ist ein Gesicht. Hm. Hatten wir die Regler irgendwo mal gesehen? Das ist getraut. Ist das nicht Mayo und Ketchup-Tube, die einfach da drunter stecken? Das ist doch der Heller-Gewürz-Ketchup, der da als Scheiter... Darum geht's ja, es geht um die... Oh. Es geht um die richtige Balance. Näher an der Wand war ja was am Leuchten. Oh. Oh. Ach, das waren die Spiele, fällt mir gerade auf. Maeve, hier ist der Toten. Ja. Mr. Crow in seiner vollen Pracht. Hm. Einstein vielleicht? Mr. Crow. Hm. Irgendwas... Ich verstehe nicht ganz, was mir das sagt. Das sind alle die... Das sind doch die Sachen, die wir gemacht haben, oder? Ich denke. Ja. Jetzt mit den Fischen... Jetzt fehlt das Falsches. Unten rechts mit den marschierenden Typen. Und die Bäume haben wir nicht gemacht, oder? Ja, irgendwie nicht. Die Bäume. Weiß ich auch gerade nicht. Das sind aber auch die gleichen Ereignisse... Na dann wiederum... Doch, das sind die gleichen Ereignisse wie auf den Bildern bei Fiatra. Irgendwie schon. Naja, genau. Fiatra? Kannst du einen Diamanten unterm Teleskop angucken? Äh, unterm Mikroskop? Der Mann unterm Teleskop. Da ist nichts mehr. Das Ding hat ausgeblieben. Das ist wieder ein Romantitel, würde ich sagen. Ah, warte mal. Das waren die Zeiger, ja. Genau. Ach so, vielleicht... Oder andersrum. Andersrum. Okay, ich muss... Warte mal. Genau. Nee. Nicht so. Nein, nein, nein. Genau das. Und dann was... Nein. So. Das leuchtet. Okay. Oh nein, der Ubo-Teil. Nein. Wir schaffen es. Ich weiß nicht mehr, warum, aber der weckt schlimme Erinnerungen. Anzünden. Da sind sie aus Schnebel. Jagen. Gott, ich habe meinen, äh... Ich stütze meinen, äh... Fuß auf meinem PC immer gerne ab, weil, äh, ich habe ein relativ niedriges Gehäuse und ich muss sagen, jetzt gerade ist es so scheiß warm. Du bist mein Fuß weg, nehmen, der entwickelt den gewissen Hitze. Oh, oh. Das tut dem PC auch nicht gut, dass du so heiß bist. Ja. Aber was soll ich machen? Ich kann mir da einfach nicht helfen. Sei einfach mal cool. Na. Das sagst du vielleicht. Für jemand wie dich ist das einfach, aber... Ich bin jetzt mal ein bisschen cooler. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Ich bin ziemlich hot gerade. Ja, das dachte ich mir. Oh, pass mal auf. Getting cooler bei 20%. Hey, was? Ich war mir so sicher, dass... Oh, okay. Oh, da oben. Eins. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich nur so... Jetzt brauchen wir wahrscheinlich da noch drei Sachen, damit die Energie richtig übertragen werden kann. Glaubst du? Ich meine... Wie kommst du da rauf? Weiß ich nicht, Intuition. Ah, da ist ein Schiff in der Klasche. Oh Gott, das wäre echt zu viele Erinnerungen, die alle nicht gut sind. Ach ja, die Tiefe und so. Ja, ja. Die Koordinaten. Tiefe 40. Zwei nach links, zwei nach unten. Ja. Ach, drei nach links, genau. Tiefe 40, drei nach links, zwei nach unten. Volli, schreib dir das auf. Okay. Ich glaube, ein Screenshot davon machen. Hast du einen? Ich kann einen machen. Ja, ey, ich frage einfach nur, soll ich einen machen oder hast du einen gemacht, weil ich habe das nicht richtig verstanden? Der hat ja jetzt so fünf Screenshots machen können. Das stimmt. Vor allem poste ich dir mal auf Discord. So, ähm, äh, die kannst du wahrscheinlich umstellen, ne? Ja, aber wo ist überhaupt die 40? Nee, hier musst du nichts machen, erst mal, glaube ich. Das Team muss nur so Hilfe. Eins, zwei, drei. Und zwei nach unten. Eins, zwei. Ist aber nicht im Wald. Na, 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 na. Ah, kannst du das einstellen. Ah, ist die Tiefe. In der Mitte. Oh, Moment. Da, rechts Tiefe. Ah, da, genau. Ja. Tötzig. Und jetzt müssen wir rausfinden, wo das... So, X war drei? Nee, wir müssen erst mal auf der Koordinate rausfinden, wo das... Oder wo das Lake ist oder wo das Ziel ist. Eins von beiden. Genau. Die Tiefe haben wir aber, wir wissen... Das Hotel meine ich. Geh nochmal gucken. Ja. Geh nochmal, geh nochmal. Wir wissen nur die Tiefe. Der Rest sind ja die genau Koordinaten. Genau. Also drei haben wir... Ach so. Oh, drei, äh... X3 und Y5. Okay. X3, Y5. Wieso X3? War schon richtig. War schon richtig? Oh, okay. Weil man ja noch drei Felder nach links gehen musste und zwei nach unten. Genau. Ach so. Ah, ja, okay. Und jetzt? Können wir jetzt noch ein? Jetzt steigen wir aus. In einem anderen Steuernsmoor? Jetzt sind wir da und gucken... Ah! Äh, Krattspielchen. Ich glaube, hier ist nichts. Was ist die Anleitung da links? Die ist zum Glück noch zu Deko. Das ist in Moskot. Echt? Oh, okay. Die ist... Ich glaube, die ist nicht nur zu Deko. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber du siehst sie ja so. In Moskot, ja. Da sind sogar Schalter dafür. Kannst du oben die Tasten... Oh, ja. Wir müssen da irgendwann ein Wort eingeben, denke ich. Ah, was sagst du denn? Da hast du sogar einen Knopf oder so was. Warte mal nach rechts. Guck mal da raus. Au. Was ist das? Nee. Sind das so Augen... Bullaugen-Wisch-Magneten? Ja, das sind Augen. Das sind... Das sind Nucke. Das sind tausendjährige Eier. Aufgeschlagen. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, du musst das U-Boot drehen. Meine Augen sind hier unten. Das ist das, was wir hier gemacht haben. Oh. Worsten? Dreh mal. Am Rad. Ich glaube, ich drehe am Rad. Ja, es geht wirklich. Das ist so ein bisschen seltsam. Ah, wir können uns umgucken. Mhm. Hm. Hm. Das ist schon mal nicht richtig. Das hat schon mal absolut nichts geändert. Das hat gar nichts geändert. What the fuck? Jetzt gehen wir weiter. What the fuck? Dann gehen wir in den Süden. Was zum Teufel? Apel in den Süden. Ach so, das ist... Das Rohr gehört zu uns. Hm. Okay, jetzt habe ich... Aber wir wissen halt auch nicht, was wir damit machen sollen. Ja, ich erinnere mich, dass der U-Boot-Teil echt hart war. Ja, irgendwas... Irgendwas war komisch. Nein, irgendwas daran ist komisch. Hm. Wir spielen es. Der Westen bringt uns auch nicht viel. Wir müssen hier erst mal runter, oder was? Guck mal, jetzt kommen wir der Sache näher. Okay, bis auf 40 runter? Aber das ist richtig cool, finde ich. Und ich sage, dass 20 also sehen wir es nicht, wie es aussieht. Und wir sind bei 40. Sehr gut. Wollten wir da hin? Warum sind Bäume unterbrochen? Das ist gruselig. Ich glaube, wir wollten hier nicht hin. Ja, wir müssen uns doch ausrichten. Ja, aber nicht mehr so sicher. Was ist unser Ziel? Aber ohne... Geh doch mal auf die Karte, bitte. Da musst du doch irgendwo stehen, in welche Richtung wir uns ausrichten müssen. Genau, wir müssen doch noch die Tiefe rausfinden, oder so. Ja, nicht die Karte, die andere Karte. Guck mal, aber da ist doch Depth... Kannst du daran was verstellen? Ja. Da, Depth 40. Ja, du hast recht. Also 3... Kann man... Kannst du das kleine Fläschchen dorthin stellen, wo das... Nein, da hab ich's her. Oh, okay. Dann trete ich mal wieder im Kreis. Wofür ist die Meldung überhaupt gut? Das Schneckenhaus. Warte, was steht auf dem Depth 40 Ding nochmal drauf? Oh. Okay, erstmal das. Hm. Ja. Warte, da steht ja... Hotel... Das haben wir ja schon. Das ist ja, wo wir sind. Dort haben wir jetzt neigetragen. Ja, aber ich hab das Gefühl... Aber das war auch richtig, auf jeden Fall. Vom Hotel... Vom Hotel... Ja, dort... Das wohl besteht... Wir wissen jetzt nur nicht, in welche Richtung wir gucken müssen. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach in alle Richtungen. Dann filmen wir schon. Wo wir hin müssen. Ja, okay. Einfach mal ne Runde umschauen. Nach Norden. Schaut ihr euch manchmal einfach ne Runde um? Ja, das kenn ich. Einfach schauen, wo die Augen einen hintragen. Hey, meine Augen sind hier unten. Ne, das sag ich immer. Ich glaub, hier... Passiert sonst nicht wirklich was. Wir müssen doch richtig sein. Wir kriegen das raus. Wir kriegen das raus, ohne nachzuschauen. Komm schon. Was mich ja meist stört, ist, dass hier so viele Dinge sind, mit denen man interagieren kann. Ja, man kann interagieren, aber das ist alles nur zum Steuern des U-Boot. Wir haben hier nicht irgendwie fünf verschiedene Rätsel, sondern... Also, wir sind tiefe 40. Es ist eigentlich ein großes... Wokomm mal. Rechts, da sehen wir doch, wo wir hingucken müssen, oder? Oder nicht? Ach so, da, der Radar. Genau, in die andere Richtung müssen wir gucken. Ah, ja. Kannst du auch. Oder? Ja. Jetzt gucken wir in die richtige Richtung. Ja, das Ding ist jetzt auf jeden Fall... Hier dreht sich. Nein, nein. Das ist nicht unser Sichtfeld, aber wir haben es jetzt so von da unten... Ja, wir müssen jetzt nach links schauen. Ja. Wir müssen nach links gucken. Und wie gucken wir nach links? Ich weiß halt nicht, wo vorne ist. Vielleicht kannst du das nach links steuern. Wisst ihr... Also, ich weiß nicht, was... Naja... Was... Welcher... Welche Blickrichtung aus dem U-Boot... Kannst du da durch das... Kannst du durch das Auge gucken? Oh, guter Punkt. Wir haben immer zwei Blickrichtungen. Jetzt kannst du... Jetzt kannst du dich umschauen, oder? Kannst du dich umschauen damit? Also... Guck mal da rein, dann rechts und links. Nein. Ach, da gehst du nur weg. Geht man wieder raus? Okay. Wir haben doch zwei Fenster. Das heißt, eins wird wahrscheinlich gerade nach Norden gucken... Und das andere halt irgendwo anders hin. Ja, das weiß ich halt nicht, wo vorne ist. Von denen, die wir haben. Wahrscheinlich ist vorne das, wo hier die Maschine steht. Meinst du? Oder sind wir doch falsch? Ja, wir haben ja schon uns die ganze Zeit gedreht mit dem Teil... Wir haben uns ja schon einmal rumgedreht. ...360 Grad und wir haben nichts gesehen. Geh nochmal bitte zu den anderen Dingen. Zum anderen Dingen? Ja, zu dem Radar-Ding. Das andere Ding. Sind wir der Pfeil unten rechts? Dann müssen wir vielleicht da hinfahren? Nein, ich kann hier aber auch nichts mehr oben ändern. Nein, nein, hier kann man... Das heißt, das ist richtig. Hier konnte man eh nichts ändern, außer die Koordinaten. Aber wir müssen doch nach vorne und nach links ein bisschen. Wie schaffen wir das? Hat das was verändert? Nee. Ja, die Tiefen ist jetzt... Falsch. Genau, guck mal. Ach, guck mal, rechts. Das Ding zeigt überhaupt nicht, wo wir sind. Geh mal rechts bei Deep. Äh, Deaths, meine ich. Nein, nein, am Radar wieder, am Radar wieder. Unten rechts. Da sehen wir ja unser Pfeil. Wir sind zu tief. Ja. Das heißt, das müssen wir ja wieder korrigieren. Und da müssen wir... Oben links sehen wir, dass wir ein paar nach vorne müssen und ein paar nach links müssen. Ja, genau. Wir sind am ganz falschen Ort. Jetzt verstehe ich das erst. Aber wie machen wir das jetzt? Wie fahren wir noch ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach links? Ja. Ähm. Guck dich nochmal um. Wir haben doch gerade auch diese andere Maschine. Geh mal zurück. Zur Seite. Das Ding. Was kann das? Oh, warte. Ja, jetzt machen wir zwei Felder vorne, oder? Ja. Yeah. Und das Ding zeigt immer nur, wo wir sind. Nicht wo... Also, ja. Eins, zwei, drei. Vier weiter. Wie viel noch? Ich glaube, vier. Wir machen mal drei. Ist ja auch egal. Wir kommen da schon noch hin. Alter, jetzt. Jetzt sind wir unterwegs. Oh ja, hier ist auch das Symbol. Das macht voll viel Sinn. Das ist keine Tortur. Das macht voll viel Sinn, dass der Radar eigentlich nur eine Karte... Ja, schon, aber jetzt wissen wir, wie man damit umgeht. Jetzt müssen wir nach dem Westen. Das heißt, wir drehen uns. Ja. Jetzt müssen wir nach dem Westen. Okay. Und dann sind es hier. Dann haben wir einfach... Ne, wir haben das dann noch alles vor uns direkt, oder? Und dann müssen wir nach vorne fahren, wieder. Vier Stück, meinst du? Mhm. Oh, yes. Jetzt sind wir unterwegs. Moment, wenn man es versteht. Jetzt schau aus dem Fenster. Oh, yes. Der Fisch ist nur ein Fisch. Wir können den Fisch fangen, bestimmt, oder? Oh, ja, es war das, okay. Da war was. Aber lustig, dass das das einzige Spiel ist, was uns so richtig krass noch im Kopf geblieben ist. Nein, mir sind einige noch stärker im Kopf geblieben. Das sind die einzigen Beine, die ich gespielt habe, soviel ich weiß. Dieses und Geburtstag. Oh, und den hängen wir auf und räuchern jetzt im Räucherofen. Hm. Warum sollten wir im U-Boot räuchern? Weil wir... Essen. Was ist der Herr von Fishing? Es ist Cubist-Kill. Darum. Oh. Oh. Nein! Es gab dir noch den einen Ausweg, Fisch. Und du hast dich gefunden. Aber hey, wenigstens lassen wir dem Fisch noch eine Chance. Habe ich recht, Fully? Das war eine Joke. Oh, das ist Fred Flunder. Fred hat keinen Bock. Fred die Flunder? Ja. Dich werde ich auch noch verprügeln. Er hängt ja am Haken. Ich glaube, du musst ihn ein bisschen höher machen. Einfach nur. Ein bisschen höher. Genau. Oh. Oh, so funktioniert das. Warte, was dachtest du? Ich dachte, dass der vorgegeben ist, welcher von beiden ihn nach rechts und welcher ihn nach links schwimmen lässt. Nö, nö. Nö, nö. Es ist mehr so wie so Pinball-Bumper. Oh Gott. Tja, da wurde der Angler für Fischmüll geangelt. Leute, die Tiefseeangst. Guten Morgen. Das nenne ich Ironie. Die freuen sich nicht. Jetzt wird gespeist. Aber erst mal wird das Gewicht angeglichen. Ja. Ich meine, jeder Mensch sollte in gewisser Weise Tiefseeangst haben. Ja, aber nicht so. Wenn man wortwörtlich Videoaufnahmen davon sieht, wie ein riesiges Wesen durchs Wasser gleitet, dann sollte man es. Ich gebe dir immer riesen Respekt vor. Man müsste, ja, man sollte auf jeden Fall einen gewissen Respekt haben, oder? Genauso wie es irrationale Höhenangst und halt rationale Höhenangst gibt. Jeder sollte ein bisschen Höhenangst haben, weil es sich wortwörtlich umbringen kann. Warum geht das nicht hin? Weiß nicht ganz, worauf das hinauslaufen soll. Die beiden Links nochmal vertauschen? Der ist halt immer niedriger als die anderen. Irgendwie schon, ne? Vielleicht brauchen wir andere Fische. Oh, nein, das ist der Knopf. Oh, stimmt, der Knopf. Oh, vielleicht können wir den drücken. Ja, ja. Nee. Das ist, ja, okay. Oh, und damit öffnet sich dann. Ja, der kann bleiben. Schiebt er rechts nach unten. Ja, und dann, genau, genau, genau. Ne, noch nicht ganz. So, so reicht. Ja. Komm, wir noch mal. Und der Kugel, Fisch ist giftig. Meint ihr, das ist in irgendeiner echten Technologie begründet, dass es so komisch, dass man Fische mit Licht irgendwie umleitet? Meint ihr, es gibt sowas? Oh, kannst du oben ein Anhängen noch an den oberen Haken? Ah. Gemeinsames Gewicht. Wir brauchen noch mehr Fische. Jetzt bekommt der Hecht langsam Schuppen. Okay, Klappe auf. Ah, shit. Mit den unteren die Klappe auf und mit den oberen in den links rein. Bereit sie sich einfach vor, irgendwann hast du dann... Okay. Naja, oder so. Ich werde das eine mal ganz großzügig aus dem Weg schaffen. Oh, das schafft er noch. Oh, das ist die sind dann, die haben so einen kurzen Cooldown. Ah, okay, okay, okay. Du kannst immer nur eins verwenden. Danke. Was denn? Nein, nein, ich musste lachen, weil Fuli es gesagt hat, nachdem du das... Hey! Hä? Warum ist er jetzt abgehauen? Das ist zu weit. Du hast ihn zu lange sorglos schwimmen lassen. Das ist... Du musst es... Okay. Nicht getroffen. Was? Aber jetzt... Ach, komm schon. Du hast ihn nach oben bewegt. Ich habe das Gehirn in den Roboter gepflanzt. Okay. Warum ist er voll nach oben geschwommen? Hä? Okay. Denn bei dem einen hast du den Knopf nicht gedrückt, deswegen war das die Klappe nicht offen. Oh, wirklich? Ich habe jetzt auch nichts gesehen, was unlogisch war. Okay. Warum haben wir damit in letzter Zeit so ein Glück? Aua. 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 Hey, Eule, hast du uns einen Fisch gefressen? Die waren nicht nur unsere Fische. O-W-L. Aua. Aua. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ob da eine M.O.G. reingepasst? Ja. Nee. Oh, da ist es. Moment. Aua. Aua. Das ist eine Krabbe. Aua. Aua. Du wirst zu werden so, Alter. Yeah. Danke, meine Perle. Hamburg, meine Perle. Haben wir uns eine Klappe geholt? Haben wir uns eine Klappe geholt? Haben wir uns eine Klappe geholt? Aber dass er sich die ganze Zeit rumläuft und dann rumklappert so. Oh, vielleicht ein Diskreteller. Oder da in die Schatulle? Ja. Aua. Ein Geodreieck. Aua. Was haben wir gebraucht? 30 jetzt. Tiefe 30 und da ist das Ziel, wo wir hin müssen. Okay. Zwischen dem Hotel und der Kirche. Also gehen wir auf die Karte und legen ein Dreieck an. Okay, aber wo legen wir jetzt? Hotel und Kirche. Äh, Kapelle. Hotel und Kapelle. Ach, du kannst das drehen. Ah, okay. Moment. Lass mich das nochmal anschauen. Hm. Nächste. Okay. Hotel und Kapelle. Jetzt weiß ich, was Maeve meinte. Nein, nicht drehen. Du sollst dich generell bewegen. So. Stimmt das? So. Auch ein bisschen mehr drücken. Guck nochmal, welcher Schenkel... Ich glaub die Hypotenuse muss... Ja, es ist... So ist richtig. Ah ja, stimmt. Das ergibt sehr viel mehr Sinn. Ja. Zeigt das auf... Ja. Das zeigt auf einen eindeutigen Spot. Nein, ich wollte die... Ich weiß nicht, ich will die mal schnell zur Seite noch bewegen. Weiß wir die noch brauchen. Ich glaub sie brauchst du zur Maximum. So. X2, Y2. X2... Okay. X2, Y2. Also 2, 2. Und Tiefe war 50, ne? 30. 30. Äh. Wir fahren einfach hin. Die Tiefe... Ja, genau. Können wir den nicht an... Was? Okay. Haben wir keinen Antrieb? Guck doch mal aus dem Fenster mit der Kralle. Oh yeah. Ja. Oh. Den müssen wir ja auch noch mitnehmen. Hallo? Wir sind ja hier, um den Würfel zu bergen. Wir waren nur angeln. Die ganze Zeit habe ich noch gar nicht geschaut, ob wir überhaupt schon beim Schatz sind. Zieh den guten rüber. Rein da. Runter. Rein. Sehr gut. Und jetzt, jetzt hieß es... Ja. Wie Benjamin Blümchen, wenn er ein Zuckerstückchen hat. Oh, das ist jetzt recht streng. Nein. Leg den Hebel. So eine wundervolle Analogie. Und ein Zuckerstückchen. Das ist die primitivste Süßigkeit, die sie hätten wählen können. Gib dem Elefanten Zucker, aber erzähl den Kindern nichts von der Peitsche. Wir gehen dreimal nach Süden erstmal. Nein, nein, nein. Geh mal zurück. Geh mal zurück. Geh mal zurück. Wir müssen doch... Nein. Dann sind wir bei... Dann sind wir bei... Dann sind wir bei Y2. Der Würfelmoggi, bitte. Der Würfelmoggi. Weiß mal hier Würfel. Der dich ganz hektisch anklingt. Der Würfel ist links. Der Würfel ist links. Geh mal zurück. Und jetzt guck mal nach... Da. Yeah. Wow. Das ist kein guter Empfang hier unten. Oh. Laura und Harvin. Ich würde sagen, der Empfang funktioniert. Kannst du die Dinger verschieben? Hm. Oh ja. Ich muss nur rausfinden, welche sich nicht verschieben kann. Die Ränder. Hm. Ja, dann passt du die Höhe an die Ränder. Ey, das ist ja voll schade dann. Da ist ja voll viel Gezeichnetes, was gar nicht zu sehen ist. Na ja, sie wird vielleicht noch umkippen oder so. Mhm. Vielleicht scrollt es jetzt. Das Bild haben wir doch schon gesehen, ganz am Anfang. Ja, ja, aber... Und da ist unser Zuckerstück hier. Schon. Jetzt haben wir ihn. So, wofür brauchen wir den jetzt? Oh, jetzt bin ich's auch. Ah, jetzt können wir die Koordinaten wieder anpassen. 2-2 war's. Und 30. Okay. Das bedeutet 1, äh, geradeaus gleich. Mhm. Mhm. Das geht immer noch nicht. Das Rad, oder nicht? Na, das Rad macht höher. Das geht auch nicht. Vielleicht brauchen wir wieder... Ein Strom? Vielleicht brauchen wir wieder Energie. Ah, da unten die Würfel. Ah, da setzt du den ein. Jaja, genau. Und dann haben wir Treibstoff. Das heißt, wir müssen das noch zwei mal machen. Naja, das ist ja eigentlich... Das ist ja eigentlich ganz cool. Ja, ich auch. Aber wir haben es ja zustande, aber das ist halt echt lang. Darum geht es. Einmal nach Norden gucken, und dann drei nach vorne. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt drei oder vier. Guck mal nach Norden. Da, wo die Sonne nie zu sehen ist. Kling nach Norden. Kann ich bestätigen. Ist gerade bewölkt hier. Oh, wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Aber die letzten zwei Tage waren extrem sonnig und warm. Ja. Ich warte seit drei Tagen auf das Gebitter und es hat nur geregnet. Ja. Bei mir hat es gestern für zehn Minuten kurz... Es hat so stark angefangen zu regnen. Es sind Bäche von den Dächern runtergeschwommen. Dann hat es auch kurz angefangen zu hageln. Wolkenbruch. Oh, scheiße. Und dann war es halt auch wirklich... Wir kosten hier aus Eimern. Dann war es halt auch wirklich nach kurzer Zeit vorbei. Was auch seltsam war, draußen habe ich eine gesehen. Ich glaube, ich will niemanden verurteilen oder so. Ich will niemanden verurteilen, aber ich glaube, die war so dermaßen high. Als es wirklich so stark ein Sturzregen war, war eine draußen auf der Straße und die hat dann diesen, keine Ahnung, diesen Hippie-Tanzer mit seinem Blumenkleid da steht quasi gemacht. Und auch als es angefangen hat, ein bisschen zu hageln. Aber dann ist sie dann doch schnell ins Haus gerannt. Die Entwickler müssen noch Drogen genommen haben. Ja, darüber haben wir geredet, ey. Ich meine, es hat wirklich stark geregnet und sie hat sehr dubios in dem Regen herumgetanzt. Vor allem hat es gehagelt. Es hat gehagelt, Fully. Und sie ist erst nach 10 Sekunden Hage reingegangen. Ja, aber Sommerregen... Man muss sich nicht immer verstecken. Im Sommerregen kann wunderschön sein. Ja. Es war beängstigend starker Regen. I'm singing in the rain. Nein, 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 nein. Morgi der Würfel wieder. Achso. Ich wollte den Fisch gucken. Er mag das nicht mit den Würfel, Maeve. Nee. 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 Ich meine, es sah auch aus, als wär... There will be blood. Oh, das ist ein guter Film. Das ist ein Spruch, den wir die ganze Zeit hier hören. Ja, aber es ist ein guter Film. Okay. Wer hat das X obenhin gemalt? Ich. Das war Fully. Toll gemacht. Oh nein, bist du zufrieden, Fully? Ähm. Das wollte ich nicht. Das war ein Unfall. I drink your milkshake. Das ging jetzt wesentlich schneller, auch wenn Fully gesagt hat, dass er das Spiel hasst. Das hab ich überhaupt gemacht. Immer hasst Fully alles. Ich meine, wir müssen das so ein paar Mal machen, weil das alles so lange gedauert hat. Fully hat echt eine Abmöglichkeit. Das ist eigentlich mit dem kleinen Gefäß. Hm. Da ist ein Schiffchen drin. Ist hier was, das wir reinleiten können? Das sieht ja echt so aus. Haben wir neue Koordinaten? Auch nicht, ne? Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Was ist mit dir, Alter? Das geht. Er hält so die eine Klaue vor dem Mund so pssch. Pssch. Ich verrate nichts. Kannst du durch das Ding gucken? Durch das Kokloch? Also Kokloch? Nee. Ich weiß nicht, wie man die Teile nennt. Ja. Äh. Schiffsauge? Nee. Schiffsauge ist was anderes. Bullenhauge oder sowas? Ich weiß es nicht. Bullseye? Das ist das gleiche. Vielleicht kannst du das Steichholz in das Schiff reinpacken und dann das Schiff abbrennen und dann ist da irgendwie, die Asche bildet neue Koordinaten. Hm. Nein. Ich hätte es mir auch gut vorstellen können, ehrlich gesagt. Oh, das ist ein kleiner. Oh. Oh, wir können mit dem kommunizieren. Aber wie? Wie was soll mir Fisch sagen? Was tust du da? Kannst du ihn anklicken, Fisch? Ah. Okay, einmal. Das ist ein E und E ist ein Punkt. Um links das einmal. Aber das doch. Oder nicht? Ah. Also schon. Ich mach E und dann macht er. U, I, U, A, A. Kommuniziert der wirklich mit uns? Ding, Teng. Na, irgendwas wird es sein. Den Kleinen kannst du nicht anklicken, ne? Nein. Eee. Hm. Hm. Äh. Ich mein, wir können ja Wörter machen, so ist es nicht. Ja, eben. Versuchen wir AOL. Das ist... Einmal lang. Soll ich denn, wie, wie macht das? Einfach weitermachen jetzt? Ja, ja. Hier oben rechts ist, äh, oben rechts ist. Da musst du immer den Buchstaben reingeben. Ah, okay, ja. Okay. Dann, äh, einmal kurz, zweimal lang. Dann runter und dann kurz, lang, kurz, kurz. Ja. Kurz, lang, kurz, kurz. Jetzt haben wir im AOL buchstabiert, ist die Frage, ob es was gemacht hat? Nein. Nein. Okay, aber... Was will der Fisch von uns hören? Gibt's ein anderes Wort. Da stand was mit... Ne, down. Was soll dieses Kreuz da drauf? Down, down, down. Und warum kann man den überhaupt anklicken, den Fisch? Down, down, down. Down? Vielleicht... Ah, vielleicht gehen wir ihm Richtungsanweisungen. Where SpongeBob lives. Also, ab. Mach mal ab. Also, äh, kurz, kurz, lang. Aber, da steht doch down. Ja, versuch wir ab, sehr schnell ab. Ja, kurz, lang, lang, kurz. Kurz, lang, lang, kurz. Na. Ja. Ah. Ach so. Oh! Oh! Und dann nach links, okay. E. Oh, es ist clever. Left. Also, E ist... Das E haben wir oft versucht. Mhm. Das weiß ich. Dann kurz, kurz, lang, kurz. Und dann lang. Einfach nur lang. Das war eine linke Nummer. Yum, yum, yum. Geschafft. Oh. Oh. Oh, er gibt unser nächstes Wort. I. Er sagt... Äh. I. I. N. Ink. 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 Ah. Wir brauchen die Tinte. Danke, mein Guter. Nicht zu verwechseln mit WarioWare Ink. Mega Party Games. Dein Lieblingsteil. Ja. Oh, ja. Das läuft mit der Game Boy Type. Ah, okay. Das ist so'n Ding. Ah, eins von Morgis Lieblingsspielen. Yep. Ja, sowas ist immer gut. Ach, das sieht irgendwie... Das ist unbehaglich. Ich weiß nicht. Ich mag das Geräusch daran. Es ist... Es hat was von, äh... Okay. Von Bubble Rap. Wie heißt es so falsch? Links hast du es fast richtig? Luftpolsterfolie. Luftpolster. Danke. Ausgerechnet ich hab das Wort Luftpolster vergessen. Und es kommt... Ach, wenn man zweimal das Gleiche drückt... Pass... Passiert nicht immer das Gleiche. Aber eigentlich kann ich's mir merken. Alle... Alle Andingenden... Bewegen sich dabei. Das, was man eigentlich bewegt, sich um zwei und die nebenan dann um... Eins. Ja, so. Ähm... Ja, und dann ist es zurückgesetzt. Hm. Ach so, man geht drüber hinaus. Jetzt hab ich das verstanden. Ja, ja. Man füllt es von unten nach oben... Okay. Ich glaub, ich hab, äh... Links falsch gemacht. Naja, vielleicht klappt's aber noch. Ja, doch. Ja. Nein. Leider, das klappt nicht. Nein, 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 doch, klick das an. Doch, und dann den... Und dann den... Nein. Ja, das klappt halt nicht. Ja. Aber dann kannst du ganz links jetzt nur noch machen. Stimmt, okay. Äh... Bis es irgendwann passt, oder was? Das kann... Das wird nicht passieren. Was ist das irgendwann? Doch, das könnte direkt jetzt passieren, ja. Oh ja. 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 Klar. Außer eins drüber... Oh nein. Okay, jetzt reicht. Oh, Glück gehabt. Oh. Oh, du brauchst ein Flas... Ein Fläschen. Scheibenkleister. Tinte. Ja. Ja. Ich finde das richtig super. Okay, wir müssen nach... Das ist halt auch recht. Süden. Schau mal aus dem Fenster. Bevor du das machst. Hö? Achso. Wir sind noch nicht ins. Ja, dann nehme ich es zurück. Nein, wir sind noch nicht losgefahren. Wir haben nur die Kandidaten eingestellt. Was kann ja los? Fahren wir jetzt los? Wir sind noch gar nicht aufgetaucht, oder? Okay, das kann sein. Wir haben uns ja nur gedreht. Doch, sind wir eigentlich, oder? Wir müssen aufgetaucht sein. Eigentlich... Gut, 0-0 ist vielleicht nicht oben an der Oberfläche. Ja. Ich bin jetzt nicht vertraubt mit dem U-Boot 1x1. Was passiert jetzt? Ah, ich weiß noch in der U-Boot-Schule das 1x1. So, und dann noch zwei nach Osten. Genau. Ne, Westen. Das ist das falsch, ja? Oder nicht? Ich dachte, das heißt du vorst. Achso, wir waren... Wir haben im Sieben... Okay. Ist das das zweite Mal, dass du Osten gesagt hast? Unab... Was? Ich glaube, es ist das zweite Mal, dass du dein Osten-Job gebracht hast. Ja, habe ich aber in dem Fall... Hm, aber in dem Fall war es... Nein, das ist unverzeihlich. Weil du Osten sagtest und fully Westen. Sonst hätte ich es nicht nochmal gesagt. Ich dachte, wir waren nach Norden ausgerichtet und nicht nach Süden ausgerichtet. Das denken Leute immer. Ja, ja, Fully, aber egal wo denn du ausgerichtet bist, der Nordenkompass zeigt mir mal nach Norden. Ja. Wenn es nach mir geht, dann bin ich ja immer nach Süden ausgerichtet. Das ist klar. Ab in den Süden. Ab in den Lieden. Ja, da war eine Ange-Route. Das existiert wirklich. Ja. Wow. Wir haben eine Ange. Wow. Die gute Uhr. Sie dreht sich mit, wenn du dich drehst. Yes. Schön. Ach, das ist eine Uhrzeit. Ja. Verstehe. Nein, noch nicht ganz. Wo ist es? Sie kann ja nur einen orangenen Ranz haben. Warum finde ich das nicht? Da ist es. Da, 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 da. Ja. Oh. Und dann war es auch schon fertig. Schön. Wie ist das passiert? Hat jemand auf die Uhrzeit gehaftet? Und jetzt haben wir die volle Power. Hat jemand geschaut, wie spät es war? Nein, nein. 16 Uhr 18. Nein. Und da war eine Ange. Aber was bringt die? Ah, Fische kommen wieder. Ha! Gut so. Boah, weil wir auf Höhe Null sind. Boah, weil wir auf Höhe Null sind. War das unser ganzes Ziel? Wir haben das nur dafür gemacht, damit... Oben ist ein Angler, weil wir auf Höhe Null sind. Mhm. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, oder? Wir helfen jemanden zum Angeln. Hey! Weiß es irgendwie nicht. Als ob es gülden würde. Güldet nicht. Wie habt ihr das genannt, wo man... Wenn... Oh Gott! Wenn es einen Ort gab, wo man sozusagen kurz das Spiel pausiert hat, wie habt ihr es genannt? Spielstopp. Hab ich auch gerade genannt. Spielstopp! Achso! Mi! Kennt ihr Mi? Nee. Klippo! Klippo kenn ich. Klippo war aber irgendwie, wenn man die Finger überkreuzen soll. Ich kenn aber auch... Ich kenn aber auch Break, oder so. Break! Nee, das hatte ich nie. Ich bin aber auch alt. Das klingt nach... Wieso ist ein englisches Wort auch so automatisch alt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die 90er. Ich hab's auch schon lange nicht mehr gehört. Die coolen... Die coolen 90er. Ganz schön wack. Ich hab's ewig nicht mehr gehört. Heutzutage werden keine Breaks mehr gemacht. Yeah. Außer bei KitKat. Deswegen heißt es auch... Wow. Ihr beide einfach. Ihr beide einfach. Ihr zwei. Kannst du jetzt rausgucken? Jetzt sind wir ja ganz oben. Deswegen heißen Breakdances auch Breakdances. Weil man sie wegen den Breaks gedanst hat. Oh wirklich? Ja. Oh! Hat die drei Füße gefallen. Oh! So ne Heimer da unten! Hilfe! Warte! Das ist... K? I... K? So ein großes Teil. Kid. Das kommt ebenfalls. Nein, das ist shit. Das ist jetzt wirklich der Scheibenkleister. Nein, was war die eine Serie von David Hasselhoff? Knight Rider, das ist nicht aus der 90er. Das war 80er, oder? Oder? Ich fand nur lustig, weil du... Knight Rider war, glaube ich, 90er. Ich fand lustig, weil du hast bei der Tintige, glaube ich, Scheibenkleister gesagt. Und jetzt ist es Kid. Verstehe. Bei Kid ein Wort für Kleister ist. Oh. Jetzt geht's los. Okay, die für 50. Und dann die Kirche aus 3 hoch, 1 nach rechts. 6 und 7. Oh, wir sind fast da. Das ist nicht die Kirche. War es die Kirche da drauf? Unten links, die Kapelle. 3 nach oben, 1 nach rechts. Ja. Also 3, 4. 3, 4 und 50 tief. 3, 4, 50. 3, 4, 50. 3, 4, 50. Fast wir zielen. Wir müssen noch gar nicht so weit fahren. Nur nochmal komplett abtauchen. Ich hoffe, ihr habt die frische Luft genossen. Ich glaube, hier kommt ein bisschen Wasser rein. Wir waren... Lang so. Nein, das war ich. Das ist das Geheimnis der Nürburot. Es gibt nicht... Es gibt keinen. Hier kommt ein bisschen Wasser rein. 2 Nord, 1 West. Wenn es hier einmal reinregnet, dann ist aber Ende Gelände. Ja, wir können vielleicht versuchen aufzutauchen. Ich meine, die Luft muss irgendwo hin abhauen. Also gibt's das doch. Wenn ein U-Boot unten ein Lag hat, passiert nicht viel. Hm, das stimmt. Also ich wette, irgendwas passiert. Vielleicht dreht es sich sogar um oder so. Aber an sich wüsste ich gerade nicht. Oh, oh. Da ist die kaputte Papiertextur. Aber wir sind im Wald. Jetzt wird's kritisch. Ich glaube, ich stehe im Wald. Oh, nehm ich mit. Sag mal, ich glaube, es hagelt. Das dachte sich schon. Das dachte sich die Frau auch. Oh, ach du Scheiße. Schnell die Würfel mitnehmen. Bruder, nimm den Würfel. Nein, lass mich jetzt nicht hängen. Das kannst du noch nicht machen. Scheiße, Mann, ich brauch dich jetzt. Oh, hallo. Oh, wirklich. Oh nein. Nein, das Wasser. Nicht die Scheibe. Johnny, was hast du jetzt sozusagen, wenn die Scheibe unter Wasser einbricht? Das ist was anderes. Da kann die Luft in Wind. Oh, wir sind draußen. Da kann die Luft ganz eindeutig in Blasen abhauen. Hey, Jungs. Werden wir jetzt eigentlich gehen. Das sind die Jungs, an denen wir vorbeigelaufen sind am Anfang in der Höhle. Der Geier ist mir neu. Die haben wir noch nie getroffen, ne? Der Typ von gerade eben das hüsige Meerschweinchen war auch neu. Ist das einfach Mr. Crow? Mr. Rabbit. Das ist die weiße Tür. Ich glaub, bei Dors bist du auch die Frau, glaub ich. Ich bin sicher. Dors hab ich ja auch nicht gespielt. Ist der hier oder sind wir, der Rabbit? Oh, wir sind hier in diesem Würfel. Oh, das ist unbehaglich. Ah, der... Ah, okay. Sind die draußen und die gucken rein? Ich glaub ja. Oder sind die Schatten? Nein, da unten. Da unten die Würfel. Ah. Ja. Irgendwas an der Musik hat mich an Rayman 3 erinnert. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Musik. Ich mag diese Apparatur übrigens. Ja, der Sound gerade. Wo hat er nämlich dich da? Ja, du... Mich ein bisschen an South Park. Das ist grünes Licht. Oh, das ist ein 3D-Drucker. Ah. Der goldene Würfel. Nein, der ist. Der letzte Würfel. Und den haben wir doch die gesamte Videoreihe über gesucht. Habe ich recht? Yeah, denke ich. Ja. Das war unser Zielzuschauer. Oh, hallo. Ja. Der Schatten ist in ihm. Wer ist der Inspektor? Jetzt würde er losgeschalten. War das Dale? Ja. Tschüss, Dale. Aber jetzt wissen wir, wie der Körper von der Frau zu ihm rübergegangen ist. Und deswegen er seine Erinnerung abgeben musste. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, kann sein. Weil, weißt du nochmal. Also, die Frau hatte diesen Schatten in sich. So. Und der Schatten ist von ihr zu Dale gewechselt. Und er musste seine Erinnerung loswerden, weil er musste eine leere Hülle oder sowas werden. Deswegen sind es in den Cubes die Erinnerung. Der Taucher ist jetzt neu. Er ist der Schatten jetzt. Der Taucher im Hintergrund. Ja, da ist er. Der Hintergrund ist auch ein bisschen rot geworden. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und das hier ist wahrscheinlich alles unter Wasser. Ja, ich weiß nicht. Ja, doch stimmt. Das ist ja auch für Grund des Zähes. Aber die Cubes sind die ganze Zeit schon hochgeschwommen. Das heißt, es war schon ein ganzes Zelt unter Wasser, oder? Ja. Ich weiß, dass auch in irgendeinem Rusty Lake-Teil, es war einer... Ach Gott, keine Ahnung, welche das war. Da ist man auch in dem Wald unterwegs, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja, im Rusty Lake Hotel, glaube ich, ist man im Wald unterwegs. Nein, nicht im Hotel. Hotel war super cool. Da war man nur im Hotel. Hinter dem Hotel war aber auch so ein Teil, wo man hinter dem Hotel auch nicht gegangen ist. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Es gibt eine Menge Spiele. Ja. Ja, ja, ja. Vor allem sind die Rusty Lake-Teile noch so viel länger. Aber ich würde sagen, das war die Cubescape-Collection. Ähm, ich denke, Wörter war mein Lieblingsteil. Das war so super. Ja, Wörter und Case 23. Erzählt deinen Freunden davon. Hm. Wir werden bestimmt noch in die Rusty Lake-Spielereien schon, wenn die Zeit gekommen ist. Vielleicht werden wir uns irgendwann eine Story-Zusammenfassung anschauen, um schlau daraus zu werden. Und dann gibt es ja auch noch Kurzfilme, die dazugehören. Und dieses Universum ist, äh, groß. Das stimmt. Aber es ist irgendwie echt cool. Es ist so weird. Ich habe das Gefühl, es gibt nichts Vergleichbares in dieser, dieser, in seiner seltsamen Art, die aber irgendwie charmant ist. Ja, deswegen ist ja auch ganz cool, dass das Ganze auch ziemlich populär wurde. Also relativ. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war die Cube Escape-Collection. Wir werden eigentlich nicht direkt danach Rusty Lake-Teil spielen, aber wir werden sehen. Ich meine, wir haben jetzt ja neun Spiele abgeschlossen. Ja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und, äh, gute Nacht. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau.